Darum geht dann so Islamkritiker oder Leute, die versuchen, den Islam zu entlarven. Da macht er dann nochmal eine Ausnahme. Genauso wie bei mir. Da sagt er auch, dass er mit mir so einen Boxkampf haben will. Der verstellt einfach nur sein Gesicht. Eigentlich ist er ein ganz, ganz radikaler, der Typ. Ein ganz radikaler. Aber nur Bärnackel, genau. Und dann sagt dieser Interviewer, sein Gegenüber, sagt er, wer ist denn dieser Bärnackel? Ich bin gestorben vor Lachen. Wer ist denn dieser Bärnackel? Wer ist das? Das ist heftig. Nein, aber hier geht es nicht um einen physischen Kampf, ihr Lieben. Hier geht es um einen geistlichen Kampf. Der Bärvogel weiß ganz genau, dass er einige Standpunkte nicht mehr verteidigen kann gegenüber dem Islam. Sonst wäre er ja unehrlich. Und er darf die Texte des Islams ja nicht angreifen als Muslim. Er muss das akzeptieren. So wie er damals gesagt hat, auch mit dem Prügelvers in Surah 434. Ich kann diesen Vers nicht verbiegen und den Leuten hier anpassen, nur damit sie sich wohlfühlen. Wenn er steht schlagen, dann ist er schlagen. Das ist das. Der Typ weiß ganz genau, dass sich im Islam solche schlimmen Dinge befinden, aber er dennoch weitermacht und versucht, das Ganze aufrechtzuerhalten. Was ist deine Mission? Meine Mission ist, deine Religion auf den Boden der Tatsachen zu holen, zu entlarven und die Muslime ihre geistliche Freiheit zurückzugeben, dass sie eine Entscheidung frei heraus aus dieser Religion treten können und eine Entscheidung für Jesus Christus treffen dürfen. Ist das nicht wundervoll? Ja, hier in Deutschland, wo sie die Freiheit haben, sich in Ruhe hinzusetzen, dem Ganzen nachzugehen, da ist Dr. Scheer Abu Amir da und helft den Muslimen, damit sie ganz genau wissen, wo sie zu suchen haben und das Ganze in Frage zu stellen. Ja, Jesus ist ja Yahweh. Yahweh ist Jesus, Jesus ist Yahweh. Hey, du bist radikal. Nee, weißt du, wer radikal ist? Dein Name ist radikal. Kennst du Khalid Ibn Walid, was er getan hat? Viele Muslime sagen mir, Jesus ist nicht allwissend mit Markus Kapitel 13 festzuhalten. Was kann man da sagen? Ja, du musst ja die zwei Naturenlehre des Herrn Jesus Christus begreifen. Dass er sowohl 100% Mensch, dem Fleischen hat und 100% Gott, dem Geist hat. Und als er sich entäußert hat, die völlige Kenosis, hat er auch seine Allwissenheit abgelegt. Und in dem Moment hat er gesagt, das weiß nur der Vater, nicht die Engel im Himmel, sondern nur der Vater. Aber jetzt, wo der Herr Jesus Christus wieder zurückgekehrt ist zur Heiligkeit, weiß er natürlich den Tag des Sündsgerichts. Der Herr Jesus hat nie aufgehört, Gott zu sein, dem Wesen nach. Er hat nur Menschgestalt angenommen. Gott kann ja auch nicht auf die Toilette gehen. Gott kann ja nicht sterben und alles. Aber im Fleisch hat der Herr Jesus Christus das Ganze ja vollbracht. Er kam als ein sterbliches Wesen auf diese Erde. So ein Bullshit. So ein Bullshit. Bullshit. Das stimmt alles nicht. Ja, wie? Das stimmt alles nicht. Das ist die Erklärung zu Markus 13, 32. Und wenn du ein Vers vorher liest, sagt der Herr Jesus Christus, meine Worte werden in Ewigkeit nicht vergehen. Aber im Alten Testament heißt es in Jesaja oder in Jeremia müsste es sein, dass die Worte Gottes niemals vergehen. Denn also die Worte Gottes nie vergehen werden. Und die Worte, dass der Herr Jesus Christus in Ewigkeit nie vergehen werden. Dann muss der Herr Jesus ja Gott sein. Genau. Jesus wusste ganz genau, was er zu machen hat. Was er zu tun hat und wofür er gekommen ist. Der Vater hat den Sohn gesendet, damit der Sohn im Fleische das Ganze dann vollbringt. Habt das sofort verstanden. Die Musil ist raffen, das nicht. Ja, ich hoffe natürlich, dass sie das verstehen. Ja, die Muslime müssen das verstehen, damit sie nicht in Ewigkeit verloren gehen. Denn Gott ist weitaus mehr als ein Schienbein und ein kleiner, badloser Mann, der wolliges Haar trägt und einen grünen Anzug. Bullshido. Genau, mein Bullshido. Hey, Gottes Segen in ihm. Gottes Segen auch dir. Dankeschön, danke dir. Danke euch halt. So, komm, wir hören uns das mal an, Leute. Guck mal, was der Pierre Vogel jetzt zu sagen hat. Gegenüber der Diskriminierung von Frauen. Das ist das, den man will ansprechen. Hahaha. Warum diskriminiert der Islam die Frau, indem die Männer den Frauen nicht die Hand geben? Warum diskriminiert der Islam die Frau, indem die Männer den Frauen nicht die Hand geben? Das ist so die Frage. Schau dir das mal an. Guck mal bitte die Antwort von Pierre Vogel. Das muss natürlich immer sein. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah lobst Allah, dem Herrn der Welten. Und Frieden und Segen sei auf seinem ehlten Gesandten, und auf seiner Familie und auf seinen Gefährten insgesamt. Warum diskriminiert der Islam die Frau, weil die Männer den Frauen nicht die Hand geben? Das ist eine Frage, die öfters gestellt wird. Und diese Frage spiegelt ausgezeichnet wieder, wie stark der Islam missverstanden wird. Denn wenn man sagt, warum diskriminiert der Islam die Frau, weil der Mann der Frau nicht die Hand gibt, der Mann, der muslimische Mann der Frau nicht die Hand gibt, dann könnte man ja genauso die Frage andersrum stellen. Ja, was ist das denn für eine Diskriminierung? Wer hat überhaupt diese blöde Frage gestellt? Wenn ich jemandem nicht die Hand geben will, dann ist das doch keine Diskriminierung. Dann möchte ich partout nicht die Hand geben. Was hat das denn mit Diskriminierung zu tun? Die Fragestellung ist ja allein schon blöd. Wenn man jemandem nicht die Hand gibt, dann heißt das doch nicht, dass ich in dem Moment diskriminiere. Das ist doch blöd. Ich möchte dir einfach nicht die Hand geben. Ich kann auch meine Hand hier an meine Brust legen und sagen, hallo, das ist doch gar kein Thema. Ich muss mir nicht die Hand geben, oder ich muss mir niemandem die Hand geben. Aber einige sehen, das hat diskriminiert der Islam den Mann, weil die Muslimin dem Mann, also die Frau, dem Mann nicht die Hand gibt. Das ist ja andersrum genau dasselbe. Nur hieran sieht man, dass in der Gesellschaft gerne irgendein Vorurteil aufgebaut werden soll. Aber guck mal, im Islam, die respektieren die Frau nicht, die werden unrein. Die Frau ist etwas unterm Tisch, etwas nieder, etwas widerwärtiges. Ja, nicht die Gesellschaft sagt das, mein lieber Viervogel, sondern deine Schriften sagen das, dass die Muslimin eine Kawa ist. In Zuche 56, Vers 37. Tafsil Asiyuti, Imama Asiyuti. Also Imama Asiyuti, genau. Er sagt zum Beispiel, dass die Frauen als H-U-R-E betrachtet werden. Frauen im Islam sind H-U-R-E, kach was, wortwörtlich. Heftig, ne? Das ist das Problem, was wir haben. Das ist Diskriminierung. Aber es wird noch gleich heftiger, warte mal auf. Das niedrig ist, deswegen gibt der Mann der Frau nicht die Hand. Aber andersrum ist es doch genau dasselbe. Die Frau gibt dem Mann doch nicht die Hand. Danke, danke, danke. Sollte die Frage eher sein, weil natürlich ein Ehemann kann seiner Frau natürlich die Hand geben. Oder der Sohn gibt seiner Mutter die Hand. Also seiner Mutter die Hand. Die Frage sollte also sein, einem fremden Mann, mit dem man nicht verwandt oder verheiratet ist im ersten Grad. Warum gibt es also keinen Hautkontakt, beziehungsweise kein Händeschüttel zwischen einem Mann und einer Frau im Islam, die nicht miteinander verheiratet sind, beziehungsweise einen bestimmten Verwandtheitsgrad haben? Woran liegt das? Wir haben schon klargestellt, dass es absoluter Quatsch ist zu sagen, dass das eine Diskriminierung wäre. Aber die Frage stellt sich trotzdem, woran liegt es? Woran liegt es? Die Sache ist ganz einfach. Wir sehen in verschiedenen Kulturen gibt es unterschiedliche... ...Kait. In Deutschland beispielsweise gibt es Leute, für die ist es kein Problem, dass ihre Frau mit einem anderen Mann rausgeht, mit ihm Lambada tanzt oder was auch immer. Andere Leute gehen mit ihrer Frau nirgends Wingerklub. Aber bei einem anderen, der fliegt schon aus, wenn er sieht, dass seine Frau einen anderen Mann anguckt. Und im Islam ist das so, dass wenn die Frau den Mann gerne bei sich eintreten lassen will, dann muss sie sie fünfmal am Tag stillen. Da muss die Frau dem Mann die Brüste zum Nuckeln geben. Wundervolle Religion. Da hat ja Deutschland mehr Moral und Ethik und Anstand als der Islam und Gottes Religion. Ihr wisst ja, dass Mohammed gesagt hat, wenn ein Mann bei einer Frau eintreten möchte, so muss die Frau dem erwachsenen Mann stillen. Wir dürfen keine Haut berühren, aber wir dürfen ihn bußen von anderen Frauen. Seht ihr, der arme Piervogel vor 20 Jahren für diesen Unsinn entschieden. Ja und jetzt schlägt er einfach nur noch um sich. Versteht ihr Leute, das ist das. Jetzt schlägt er einfach nur um sich und will nur noch Gewalt anwenden, weil wir den Islam ja entlarvt haben als das, was er ist. Nämlich eine unmoralische Religion, die nichts mit Gott zu tun hat. Ja, wie kann denn jemand einfach sagen, geh und still einen Erwachsenen. Und so haben die Frauen der damaligen Zeit die Männer gestillt. Und das befand sich im Koran ja drinnen, die Stillung eines Erwachsenen. Nur die Leute fanden das bestimmt so ekelhaft und so dreckig, dass sie das aus dem Koran rausgeholt haben. Reda al-Kabir. Und nicht nur das. Guck mal hier, was der jetzt sagt. Pass mal auf. Wenn ein Mann bei der Arbeit redet. Oder wir hören von Mobbing am Arbeitsplatz. Das heißt, es gibt bestimmte Stufen, bestimmte Empfindlichkeiten. Und im Islam ist diese Empfindlichkeit halt vorgeschrieben, dass die rote Linie zwischen einem Mann und einer Frau was ist? Diese Linie. Die Armlänge ist die rote Linie. Die Armlänge ist die rote Linie. Nein, nein, nein. Das stimmt nicht. In Band 5, Seite 622 sagt Mohammed explizit, dass Aisha die Männer der Kurai stillen soll. Und sie hat es getan. Sie hat es getan. Guck mal hier, siehst du. Guck mal hier, Pia Vogel. Du kannst ja Arabisch. Guck mal, was der Sheikh al-Adawi sagt. Guck dir das mal an. Guck mal hier, siehst du, jetzt fragt dieser Fragesteller, fragt den Scheer in seiner Live-Sendung. Er sagt, ja, ja, Scheer, stimmt das, dass Aisha die Männer von den Kurais gestellt hat mit ihren Brüsten? Guck mal hier, was der Sheikh sagt. Aha! Er sagt, ja, sie hat die Busen gegeben zum Nuckeln. Die Muslime dürfen keine Hände schütteln, aber dürfen ihre Brüste in Münder von anderen Wändern stecken. Wie wanne klingt das denn bitte? Das ist, das kannst du keinem erzählen, wie sie so tun, als wenn sie so eine rein voll die ethische Religion, obwohl sie die Frau so runterbuttern, als sie eine von vier Frauen ist, dass der Mann unzählige SDX-Sklavinnen haben darf neben den Frauen. Das ist ein einziges Desaster mit dem Islam. Ein einziges Desaster. Null Moral, null Anstalt, null Ethik, null von Gott. Niemals die Religion Gottes. Niemals. Wer würde denn seiner Frau befehlen, seinen Kumpel zu stillen? Was ist das denn bitte, Mann? Ist das Moral, ist das Ethik, ist das Anstand? Du hast null Moral, du hast null Moral. Dass du sowas akzeptierst und sagst, boah, das ist aber toll. Das ist aber super, dass Mohammed zu seiner Frau gesagt hat, geh und still den erwachsenen Männern. Geh und still die Leute. Unglaublich. Ja, wie kommt man auf sowas genau? Stand der unter schwarzer Magie oder was war das? Was kannst du doch nicht sagen, dass das von Gott kommt, sowas? Junge, was laberst du? Guck mal, die können das nicht ertragen. Die wissen ja gar nicht, wovon ich hier rede. Weil diese behämmerten Imame und Shijuks das vor den Geheimheiten, ja? Diese ganzen Dauerteams, Imame, Shijuks, die reden ja nicht darüber. Weil das ein beschämendes Thema ist im Islam. Reda al-Kabir. Das Stillen eines Erwachsenen. Ja, daran erkennt man, dass der Islam null Moral, null Ethik hat und null von Gott kommt. Ganz einfache Kiste. Triff dich mal mit Biervogel, ja genau, trifft dich mal mit Biervogel. Dann gehe ich mit denen einen schönen Döner essen. Döner in Köln. Der Koran wurde also verändert. Ja genau, so sieht es aus. Denn der Steinigungsvers und das Brustsaugen eines Erwachsenen befanden sich damals im Koran drinne. Und es wurde von den Muslimen rezitiert. Und wir wissen ja, was mit dem Vers der Steinigung, danke dieser Mensch. Wir wissen ja, was mit dem Vers der Steinigung und dem Brustsaugen eines Erwachsenen passiert ist. Eine zahme Ziege oder ein zahmes Schaf kam in das Haus von Mohammed rein und hat die Verse von Allah gefressen. Danke Johannes. So heftig ist das. So krank ist das. Das ist die Geschichte von Islam. That's the story of Islam. So, hören wir mal weiter. Hautberührung. Die Berührung der Haut ist die rote Linie, die rote Ampel. Jetzt könnt ihr mal fragen, ja warum, weshalb. Auf der einen Seite habe ich schon gesagt, Schamgefühl. Auf der anderen Seite sehen wir heutzutage in Deutschland, laut Studien von Nichtnustrieben, dass 52% der festen Beziehungen der Mann mindestens einmal fremd geht. Über 40% der Frauen gehen in einer festen Beziehung fremd. Woran liegt das? Hat sich jeder von denen vorgenommen, fremd zu gehen? Nein, das ist nicht so. Denn wir sehen, dass bei den meisten Menschen in Deutschland das Treue ein Ideal ist, eine ideale Charaktereigenschaft, die für den Menschen als ideal angesehen wird. Ja, siehst du, aber bei Mohammed ist das kein idealer Charakter, weil er ist in Suche 66, Vers 1, hat er seine Frau Hafsa betrogen mit der Kopten Maria. Ihr kennt ja jeder die Geschichte. Mohammed selber ist seinen Frauen fremd gegangen. Der hatte 13 reguläre Frauen. Und dann hat Hafsa und Aisha ihn erwischt im Bett von Hafsa. Und dann sagte der zu Mohammed, auf meinem Bett und in meinem Haus, Mohammed, das ist die Katastrophe. Und hat mit der Maria, der Kopten, geschlafen. Schaut euch das mal an. Und dann müsste der eigentlich zur Tode gesteinigt werden, der Mohammed. Weil das Gesetz sieht ja vor, dass Ehebrecher gesteinigt werden. Und er kam in eine Bredouille und in eine missliche Lage. Und dann haben die Frauen eine Gegenfreude gegen ihn gebildet. Das kann jeder von euch nachlesen. Suche 66, Vers 1, Tafsir al-Jalalayin, al-Kurtubi, al-Tabari, egal wen ihr aufschlagt. Alle sagen dasselbe. Dass der mit seiner Sklavin Maria Verkehr hatte und er dann im Bett von Hafsa erwischt wurde. Und dann Allah, der wundervolle Allah, guckt euch das mal bitte an, der so sehr die Unzucht von Mohammed liebt. Der sagt, ja Mohammed, warum verbietest du dir etwas, was ich dir erlaubt habe? Mach weiter. Also Mohammed, das war ihm unangenehm. Und dann hat er gesagt, ich werde nie wieder mit dieser Frau schlafen. Und dann kam Allah und hat gesagt, was? Mohammed, du verbietest etwas, was ich dir erlaubt habe? Mach weiter. Muslime haben mehr Moral als ihr eigenes Vorbild. Das ist eine Katastrophe, eine Schande, Schande, Schande. Dass die so verblendet sind und nicht auf die Idee kommen oder beziehungsweise auf die Gedanken kommen, einmal in ihrem Leben aufmerksam den Koran zu lesen und ein Tafsir aufzuschlagen, was die Gelehrten zu dem Thema sagen. Schande, Schande, Schande auf euch alle. Schande. Dass ihr ein Vorbild habt, wo ihr besser seid als euer eigenes Vorbild. Das kannst du keinem erzählen, was hier abgeht. Keiner von, also 99 Prozent, also 90 Prozent der Muslime würden sowas niemals tun. Ja? Sie haben Moral anstatt Ethik in der Ehe. Sowas nicht zu tun. Aber ihr eigenes Vorbild auf dem Bett von seiner eigenen Frau, was sowieso schon katastrophal ist, dass der Mohammed 13 Frauen hat. Ist das also die Frau Ehren, eine von 13 Frauen zu sein? Welche Frau macht sowas mit? Du musst eine von diesen IS-Frauen sein, die sowas mitmachen. Sie seht also, dass diese IS-Frauen wahrhaftige Muslimas sind, die das akzeptieren und sagen, ja klar, das ist kein Problem. Völlig in Ordnung. Unfassbar. 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 Mohammed wird einfach auf dem Ehebett von Hafsa erwischt, von seiner Frau, die Tochter von Oma. Und dann haben sie eine Front gegen ihn gebildet. Und der Mohammed kam dann in unfassbare Bedrängnis. Und dann kam Allah, um seinen Propheten schon wieder zu bewahren, hat dem gesagt, ey, Mohammed, warum verbietest du etwas, was ich dir geboten habe? Geh und schlaf weiter mit dieser Frau. Der Gott des Islams hat null Moral und null Ethik und null Anstand, Mann. Null Moral, null Ethik, Anstand. Nichts, 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 nichts. Khalid, ich bin Walid, du guck in den Spiegel, sag das nochmal. Gott segne dich und deine Familie, du wirst auf ewig hier blockiert. Ich komme jetzt gleich wieder, ihr Lieben. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wer droht hier rum? Wer droht hier rum? Genau, alle Tippen hier. Wir müssen jetzt Tipico spielen. Drei, zwei, eins, jetzt. So, hören wir uns jetzt weiter an, was unser guter alter Salafi zu sagen hat. Unser guter alter Salafi. Viervogelig. Unbewusst macht er seinen eigenen Propheten platt und zeigt, dass der Islam null Moral besitzt. Guck dir das mal an. Dass die westlichen Gesetze und die westliche Moral ja viel höher ist als das, was Mohammed da in seinem Leben praktiziert hat. Deswegen wollte er auch niemals, dass die Leute sein Leben aufschreiben. Heftig, ne? Deswegen sagte er, er hört auf, über mich etwas zu schreiben. Wahnsinn, weil sowas dann dabei rauskommt, ne? Was ist das? Guck mal, wie er Fitna macht. Ne, dein Gott ist derjenige, der Fitna macht. Ja, nicht ich. Ich quere nur auf. Was du damit machst, ist deine Sache. Aber so kannst du selber mal auf die Suche gehen und dem Ganzen mal nachgehen, was ich alles herausgefunden habe. Dann wirst du sagen, oh stimmt, der Amir hat doch recht. Ich glaube, ich sollte mich mal hinsetzen und dem Ganzen nachgehen und eingestehen, dass der Islam überhaupt nicht von Gott kommt. Dass der Islam null Moral anstatt und Ethik besitzt und ich einfach in irgendwas hineingeboren wurde, wo ich gar nichts für kann. Aber ich kann etwas dafür, wenn ich weiterhin ignorant bleibe und dem Ganzen nicht nachgehe und einfach so wie so ein Bollohaufen einfach weiter in meine Bubble gefangen bin und nicht meine geistliche Freiheit zurückbekomme. Verstehst du? Niemand kennt Goos, ja genau. Niemand kennt Goos. Ja, ich hoffe natürlich, dass der Amir ein wenig seine Sichtweise ändert und sich genauso wie ich hinsetzt und dem Ganzen nachgeht. So, hören wir mal weiter, was der gute alte Pier Vogel zu sagen hat. Guck mal hier. Unbewusst hat er den Islam zerbombt. Wollen nicht fremd gehen von vornherein, aber es entstehen Verführungen. Wodurch entstehen diese Verführungen? Es fängt an mit dem Blick, geht weiter mit dem Lächeln, dann geht's weiter. Habt ihr gehört? Die Männer werden versucht durch Blicke, durch Lächeln und so. Und die wollen mir sagen, dass der Mohammed der beste Mensch war, der je gelebt hat, der immer alles unter Kontrolle hatte. Ja, was ist denn mit dem Vorfall mit Zeynep in Zuche 33, Vers 37? Mit Said und Zeynep, als er sie mit lüsternem Blick angeguckt hat. Er hält sich selber nicht an seine Sachen, Mann. Heftig, denn der Mohammed sagt zu den Leuten, ihr sollt eure Blicke senken, ihr sollt keine Frauen angucken. Selber guckt er aber die Frau von einem verheirateten Mann an. Ist das krank? Und spannt sie sogar noch seinem Adoptivsohn aus. Muslime haben so große Moral und Ethik mehr als ihr eigenes Vorbild. Weil Muslime, sie senken ja ihre Blicke, habt ihr ja gesehen. Sie senken ihre Blicke bei Frauen, geben ihr nicht die Hand. Aber bei Mohammed war das genau das Gegenteil. Er guckt Frauen an, wird dadurch total angeregt, rennt zu seiner Frau Zeynep. Und während sie gerade am Kochen oder irgendwas am Machen ist, ist sie da gerade, nimmt er sie gerade dann, ne? Ihr wisst schon. Wo ist der Beweis? Hier ist der Beweis für das, was der Dr. Scheer Abu Amir sagt. Wo ist der Beweis, Dr. Scheer Abu Amir? Wo ist der Beweis, Dr. Scheer Abu Amir? Hier ist der Beweis, meine Lieben. Hier ist der Beweis, meine Lieben. Hier ist der Beweis. Dr. Scheer Abu Amir muss immer seine Beweise bringen. Dr. Scheer Abu Amir. Weil die Muslime nur von dem wahren Scheer lernen. Und nicht von diesen sogenannten Imam und Schiuchsen, die nur am Lügen sind. Sahih Muslim, Buch 8, Hadith 1, 0, 3, 8. Sahih Muslim, Buch 8, Hadith 1, 0, 3, 8. Jaber berichtete, dass der Gesandte Allahs eine Frau sah und so zu seiner Frau Zeneb kam, als sie gerade einen Leder geerbt, also am Arbeiten war, verarbeiten war und Geschlechtsverkehr mit ihr hatte. Dann ging er zu seinen Gefährten und sagte ihnen, die Frau geht in der Gestalt eines Teufels vor und zurück. Wenn also einer von euch eine Frau sieht, sollte er zu seiner Frau kommen, denn das wird das abstoßen, was er in seinem Herzen fühlt. Schaut euch das mal bitte an. Muslime senken ihre Blicke, weil sie nicht der Verführung ausgesetzt werden. Mohammed guckt Frauen an die ganze Zeit und wird dadurch total angeregt, rennt zu seiner Frau, weil er sich nicht mehr unter Kontrolle hat, besorgt es ihr sozusagen, wie es da steht, hat mit ihr Verkehr. Und das ist das Vorbild von 1,6 Milliarden Menschen, ist das zu fassen. Da sagen sie zu mir, er hat immer alles unter Kontrolle gemacht, er war der beste Mensch, der je gelebt hat. Er war ein wundervoller Mann, ein wundervoller Mann nennen sie. Unglaublich, ne? Was für eine Gehirnwäsche die Muslime bekommen haben, durch diese Propaganda, ne? Die Muslime sagen etwas, die Schriften sagen aber etwas anderes. Merkt ihr das? Das ist so absolut krank, er ist so absolut krank. Ja genau, so sieht es aus. Ein wahrer Muslim liest den Koran und ein Ex-Muslim hat den Koran verstanden und verlässt ihn. So sieht es aus. Da seht ihr, der Mohammed hat sich überhaupt nie unter Kontrolle gehabt und hat einfach Frauen angeguckt. Wahnsinn, ne? Er schaut sich also Frauen an, begehrt sie, flippt total aus, spannt von seinem Adoptivsohn die Frau aus und heiratet sie aufgrund, dass er mit der Frau geflirtet hat und die Scheidung dadurch verursacht hat. Das ist eine absolute Katastrophe, Mann. Stell euch mal vor, ein Muslim tut einem anderen Muslim sowas an. Der kommt zu dir nach Hause, du bist nicht da und dann, äh, ja. Spannend er dir deine Frau aus? Boah, was meinst du, was da los wäre? Mord und Totschlag. Mord und Totschlag gibt es da nur noch. Ja. Ja. Wir sind im Gespräch, dann jetzt weiter mit und so weiter und so fort. Der Islam macht hier eine rote Linie, eine rote Ampel. Dies ist die rote Ampel. Diese Armlänge ist die rote Ampel. Bis hier hin und nicht weiter. Weiter geht's nicht. Das heißt, wenn du die Frau noch nicht mal berührst oder beziehungsweise den Mann noch nicht mal berührst, wie soll es passieren, dass du mit einem Mann, mit dem du nicht verheiratet bist, ins Bett wirst? Wie soll das passieren? Ja, siehst du, wie soll das passieren? Im Momos Fall ist das ja ganz, äh, ist das ganz pragmatisch. Er ist einfach ganz pragmatischer, der Mohammed. Der Mohammed hat also die Frau angeguckt von, äh, von Said und hat sie im Herzen begehrt. Er hätte sie also nicht angucken sollen, so wie du sagst, Biervogel. Also hat der Prophet nicht mal auf seine eigenen Sachen gehört. Und du bist besser als dein eigener Prophet, weil du würdest es nicht tun. Du würdest deiner Frau nicht die Hand geben. Du würdest einer Frau nicht, äh, angucken. Du würdest, äh, deiner Frau niemals fremd gehen. Aber Mohammed ist in Surah 66 Vers 1 seiner Frau, ähm, Hafsa fremd gegangen. Er ist in Surah 33 Vers 37 hat er die Frau von seinem Adoptivsohn ausgespannt. Wovon redet ihr da, Mann? Pierre Vogel hat den Islam ruiniert, nur wenn er seinen Mund aufmacht. Merkt ihr das? Man muss die Leute nur reden lassen. Und dann müsst ihr euch nur ein bisschen mit dem Islam beschäftigen. Dann seht ihr auf einmal, wie seine Aussagen, was für eine Dummheit der begangen hat, der Typ. Er denkt, der Islam hat so Moral, Anstand und Ethik. Ich garantiere euch, er würde niemals seinen Propheten in Schritt und Tritt folgen. Und seine Frau, womit er Kinder hat, ihm, ihr Befehlen, dass sie, wenn ein Salafi zu ihm nach Hause kommt, sie ihn stillen soll, damit sie das Kopftuch abnimmt. Unglaublich! Er hat bessere und heftige Moral und Ethik als sein eigener Prophet. Wahnsinn, ne? Ja, Sunan ibn Maja, die ist 1943. Unglaublich! Ja, und als Aisha die Brüste zum Saugen eines Erwachsenen gegeben hat und die Quraysh gestillt hat, finden wir in Fatal Munim, Fishar Sahih Muslim, Band 5 auf der Seite 622. Und das auf der Anordnung von Mohamed. Mohamed hat gesagt, geh und still die Männer. Absolut krank! Absolut krank! Absolut krank! Absolut krank! Absolut krank! Es kann gar nicht passieren. Weil wenn du hier schon stoppen hast, kann es auch nicht mehr weitergehen. Natürlich wird jemand sagen, ja, ich habe mich ja unter Kontrolle. Ja, natürlich. Das haben auch 51% der Männer in Deutschland gesagt, dass die ich unter Kontrolle habe. Das heißt, dieses Gelaber, ich habe mich unter Kontrolle, geht an der Realität vorbei. Ja, seht ihr? Dieses, ich habe mich unter Kontrolle, geht an der Realität vorbei. Und das gleiche kann er auch zu seinen Propheten sagen. Ja, Mohamed, du kannst nicht sagen, dass du verschont bleibst davon. Du selber bist nicht der beste Mensch, der je gelebt hat. Sadr el-Amin, der vertrauenswürdigste Mensch und der, was sie da aus ihm machen. Die Schriften sagen uns eindeutig das Gegenteil, Mann. Das ist der Wahnsinn, Leute, Mann. Das ist so krank, so krank. Wenn ihr einmal das herausgefunden habt, und ich teile das ja gerade mit allen, damit sie sehen, was da los ist. Sie können also, wenn sie nicht in der Lage sind zu suchen und das Internet zu benutzen. Sie wissen ja nicht, wie sie das zu benutzen haben. Das Internet ist da, aber haben keine Ahnung, wo sie zu suchen haben. Das ist krank. Gott sei Dank kam der Herr Jesus Christus, um uns Moral, Anstand und Ethik beizubringen. In einer Zeit, wo noch 600 Jahre vor Mohamed, wo die Menschen noch schlimmer eigentlich gelebt haben, da hat er den Menschen eine Moral, Anstand und Ethik gepredigt, dass er sagte, guck mal hier, was der Herr Jesus Christus über Moral, Ethik und Anstand sagt. Pass mal auf, wer der Herr Jesus Christus ist. Matthäus 5. Matthäus 5. Matthäus 5. Dann schaut ihr mal den direkten Vergleich zwischen Mohammed und Jesus. Meinem Herrn Jesus Christus, dem Heiligen, den Gerichten, dem Wahrhaftigen. Er ist Sadr al-Amin, der Vertrauenswürdigste. Ah, okay, das ist dingswürdig. Das ist aber schöne Melodien, ne? Kapitel 5. Getröstet. Glückselig sind die geistlich Armen, als er aber die Volksmenge... Jordan. Achtung, das ist Jesus Christus. Kapitel 5. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzenssinn, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und froh lockt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Guck mal, die Moral. Ich sage euch, jeder der... Guck mal, die Moral des Herrn Jesus Christus jetzt, pass mal auf. Wie du direkt auf den Boden gehst oder auf die Knie geistlich gesehen und denkst, mein Gott, was er, wie hoch er die Metzlatte der Ethik, Moral und Anstand setzt. Guck mal hier. Seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird... Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Jetzt. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Hast du das gehört, mein lieber Muslim? Wie er deinen Mohammed verurteilt? Als dein Mohammed Seine mit lüsternem Blick angeguckt hat? Suche 33, Vers 37, Herr, Mr. Vogel, Herr Abu Hamza. Hast du gesehen, wie hoch die Messlatte der Moral, Ethik und Anstand ist? Und du hast Jesus Christus für das verworfen? Herr, Biervogel? Und hast Mohammed als dein Vorbild angenommen und hast den wahrhaftigen Gott und das ewige Leben für ihn verlassen? Dein Platz wird der schlimmste Platz sein, wenn du in die Ewigkeit gehst. Glaub mir, so wahr ich hier sitze. Du hörst genau, was ich sage. Du hörst genau, was ich sage. Du hast also die Liebe Gottes in Jesus Christus, seine Moral, Anstand und Ethik verworfen für einen, für einen, für einen, für einen Unglaublich, Unglaublich. Das ist also dein Vorbild, der sie mit lüsternem Blick anguckt. Ja? Der sie mit lüsternem Blick anguckt und seinem Adoptivsohn ausspannt. Super hast du das gemacht, Biervogel. Super. Das hast du sehr gut gemacht vor 20 Jahren, so eine dumme Entscheidung zu treffen. Das hast du wundervoll gemacht. Und jetzt, das Einzige, was du kannst, ist nur noch um dich her schlagen. Weil du von allen Seiten Druck bekommst und merkst, ja, es gibt einige Sachen, die unschön sind, wo man am besten in der Öffentlichkeit nicht darüber reden sollte. Weil das Mohammeds Charakter absolut in den Boden stampft und sein Prophetentum infrage stellt. Weil du, ihr wisst ja, dass Mohammed niemals was aus sich selber macht. Zure 53, Vers 1 bis 3. Gott hat ihm gesagt, geh und spann diese Frau aus. Gott hat ihm gesagt, flirte mit dieser Frau. Gott hat sein Herz für sie ausflippen lassen. Und da fängt die große Katastrophe an. Das wisst ihr alle ganz genau. Das wisst ihr alle genau. Ich komme jetzt gleich wieder. Das ist absolut krank, wenn man sich darüber Gedanken macht, wem die Muslime da eigentlich folgen. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, der Pier Vogel hat jetzt A gesagt und jetzt kommt er da auch nicht mehr raus und muss das Ganze irgendwie verteidigen. Das ist der Wahnsinn. Wie kann man sowas verteidigen? Wie kann man überhaupt sowas gutheißen? Mein Vorbild geht zu seinem Adoptivsohn nach Hause, klopft an der Tür, die Frau macht leicht bedeckt die Tür auf, der guckt sie an, spricht zu Gott, oh Allah, danke, dass du mein Herz für sie ausflippen lässt und flirtet mit der Frau. Ja, guck mal, guck mal, der Pier Vogelherz, ja. Ja, die haben sich bewusst entschieden, in die ewige Verdammnis zu fahren. Unfassbar. Guck dir das an. Was für eine Moral und Ethik. Wie der Herr Jesus Christus uns geistlich sagen will, es wäre besser, wenn du dein Auge sogar rausreißen würdest, geistlich gesehen. Also wir sollen so sehr, sehr für Sünde sensibilisiert werden. Absolut heftig. Absolut krass. Absolut wundervoll. Absolut wundervoll. Wie der Herr Jesus Christus uns sensibilisiert für Sünde. Und bei Mohammed ist es gar kein Problem. Einfach sündigen, bis der Arzt kommt. Absolut wundervoll. 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 Hallo, gesegnet. Hallo, mein Lieber. Hi, ich wollte mich eigentlich bedanken, dass es dich gibt und dass du so knallhart durchziehst. Und zwar will ich auch kurz erläutern, aus welchem Grund ich mich bedanken möchte. Ich bin schon lange im Glauben und habe auch ziemlich viel gelesen. Und versuche natürlich, diese Gebote zu halten, wie nicht lügen, nicht stehlen und, und, und. Womit ich eigentlich meiner Meinung nach auch ziemlich klar kam. Aber eine Sache, die hat jahrelang an mir geknabbert. Jahrelang. Und zwar, wenn es erlaubt ist, würde ich diese eine Sache kurz vortragen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet sie, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Und ich habe ein Problem gehabt mit diesem Vers. Ich hatte richtig Probleme. Ich habe mir immer gedacht, wie soll das funktionieren? Immer mit diesem menschlichen Gedankengut. Wie soll das funktionieren? Die Leute kommen auf dich zu, beleidigen dich mit HRS. und du Sohn mehrerer Väter und, und, und. Ich hatte damit wirklich zu kämpfen. Aber du hast mich aus diesem Loch rausgeholt. Und Jesus Christus hat mir durch dich gezeigt, dass es funktioniert. Heute gehe ich total entspannt durch die Gegend. Ja, wundervoll. Nicht, dass die Leute mir vorbeigehen hinten. Nein, es ist tatsächlich so, dass ich dieses innerliche, herzliche Mitgefühl habe für diese Menschen, die mir heute so entgegnen und ich wirklich aus tiefstem Herzen genau das tue, was da in den Worten geschrieben ist. Und das ist nur bewirkt durch Jesus Christus, weil du diese Arbeit machst. Amen. Danke, alle hier definierten Christus. Das sowieso. Und hier nochmal eine kleine, das ist ja ein sehr ernstes Thema. Bevor ich dir deine Zeit nicht weiter stelle, nur eine ganz, ganz kurze Anekdote. Ich habe eine Bekannte, die kommt auch aus dem christlichen Hause. Und ihr habe ich mal die Geschichte so erzählt mit diesen 72 Jungfrauen im Himmel und Paradiesgeschichte. Und jetzt halte ich fest, sie hat mir darauf entgegnet, ganz nüchtern und trocken. Na ja, wenn derjenige, der ins Paradies gehen soll, ein Nerd ist, der eine dicke Hornbirne trägt und Erektionsprobleme hat, dann ist das doch genau das richtige Paradies für ihn. Oh Mensch, dann ist das halt das Richtige, genau. Auf Erektile Dysfunktion, wa? Amir, gesegnet seist du. Ich wünsche dir noch viel, viel Kraft und ich gehe wieder raus. Danke für deine Worte. Das gibt immer Kraft, sowas zu hören, dass man immer weitermachen kann. Sauber. Gott segne dich und deine Familie. Okay, mach's gut. Ich auch. Ich auch, klar. So, ihr Lieben, wir wollen jetzt weiterhören. Was hat denn der gute alte Pierpölichst noch was zu sagen? Aber erstmal müssen wir den Herrn hören. Warte, wir sind noch nicht fertig. Matthäus 5. Nicht, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Liest du? Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Siehst du? Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. So sieht's aus. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bringt. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören. Du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. An alle Menschen, die abnehmen wollen, lasst bitte eure Leber... Boah, ist das heftig. Direkt Werbung. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet. Und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Guck mal hier. Guck mal, der Arme, dieser Islam, biete ihm die andere da, da lacht er. Da siehst du mal die Moral und Anstand vom Herrn Jesus Christus und die Moral und Anstand von deinem Gott, von deinem Propheten und deinem Gott, geschweige deinem Gott. Da siehst du mal die wahren Worte, die balsam sind für unsere Seele. Was hat dein Prophet gesagt gegenüber Frauen? Ein Mann sollte nicht in Frage gestellt werden, warum er seine Frau Mike Tyson mäßig ran nimmt. Sondern eben Maja, Hadith 1986. Ist das ein Prophet Gottes? Ja, du kannst sogar dein kleines Kind Mike Tyson mäßig wegknallen. Ja, wenn es nicht betet. Das weißt du auch ganz genau. Das weißt du ganz genau. Oh, keine Sorge. Dr. Beweist du Scheer, aber mir beweisst das sofort. Muslime, wisst ihr, dass euer Prophet sagt, dass ihr eure Kinder wegboxen sollt? TikTok-sportlich. Wenn es nicht betet. Wenn es nicht betet. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Salah bedeutet beten. Ich schreibe das auf, ich mach das selber. Das war's. 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 guckt, soll er sein Auge rausreißen und wegwerfen. Und dann kopiert der Mohammed das Gleiche, wenn jemand eine Frau anguckt, dann wäre es besser, wenn ein Nagel in seinen Kopf reingeknallt wird. Aber er selber guckt Frauen an. In Suche 33, Vers 37. Zeynep, er hält sich nicht mal an seinen eigenen Worte. Ja, das gibt er den Muslimen mit, damit sie ein besseres Leben führen als er selber. Absolut krank. Absolut krank. Habt ihr das gerade gehört? Guck mal hier, hör mal nochmal bitte. Man sich berührt. Und in einem Hadith sagt der Prophet dass es besser ist für jemanden ist für jemanden ist für jemanden mit der er nicht verheiratet gewesen ist. Ja, der Mohammed braucht er auch nicht. Der hat ja 13 Frauen und unzählige SEX-Sklavinnen. Da braucht er keine Hände mehr. Was blöd ist für jemanden? Von Maul bis Abend Was blöd ist denn, ob der Frau noch die Hand kippt? Schaut euch das an, was der Biervogel da gemacht hat. Er kann gar nicht, er hat sein geistliches Ja, das ist das. Er hat sein geistliches Unterscheidungsvermögen weggeknallt, der Typ. Er kann zwischen Gut und Böse gar nicht mehr unterscheiden, der Biervogel. Der islamische Geist hat Überhand über ihn genommen und er versucht jetzt sein Vorbild, was er angenommen hat, irgendwie zu verteidigen. Er ist ja gar nicht zu verteidigen oder zu erklären. Schaut euch das bitte an. Zuerst du nicht verheiratet? Sondern bei dir es nicht erlaubt, bei dir die Hand zu geben. Jetzt kommt natürlich jemand und der nächste Beweis ist das ein Ischbar, der Gelehrten ist. Der Gelehrten der Forenzeit. In allen vier Meverhib ist es verboten, eine Frau zu berühren, die nicht für einen erlaubt ist, zu berühren. Ach so. Es ist verboten, eine Frau zu berühren. Aber wenn ein Mann Unzucht begeht und das mit einer Frau, die nicht mit ihm verheiratet ist und daraus ein Kind entsteht, dann kann er sowohl mit dem Kind als auch mit der Frau verkehrt haben. Was ist denn dann da mit dir Vogel? Zuge 25, Vers 54. Tafsid al-Kurtubi. Du kannst nur hier Videos machen, aber ernsthafte Diskussionen über Themen, die beschämend sind, da haust du auf einmal ab und Trost an den Leuten nur. Das kannst du gut. Den Leuten dazu sagen, ja, ja, ich will Bärnackel machen, ich will dies Nackel machen, das Nackel machen. Mach mal lieber dein Gehirn ein bisschen Nackel wackel, ey. Das ist so heftig, ey. Das kannst du keinen erzählen, ehrlich, ey. Suche 25, Vers 54. Ich darf sie denn al-Kurtubi. Ihr glaubt mir nicht? Achtung. Dr. Scheich, aber wir müssen wieder in die Beweiskraft gehen. Er steht in der Beweispflicht. Dr. Scheich, aber warum hier steht in der Beweispflicht? Scheich, wir glauben dir nicht. Okay, meine Schüler, dann muss ich wieder rausholen. Dann muss ich wieder die Tatsache auf dem, dann muss ich wieder auf den Tisch hier knallen. Die Fakten auf den Tisch knallen. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Das hat der Jesus Christus uns niemals beigebracht, sondern immer die Wahrheit sagt. Gott sei Dank haben wir den Herrn Jesus Christus an unserer Seite. Ehre sei dem Lamm. Ehre sei dem Lamm Gottes, der sich für mich und euch hingegeben hat. Amen. Dem Lamm Gottes, das die Sünden der Menschen wegträgt. das die Sesta. Amen. Alleluia. Amen. Muß Gott. Amen. 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 Einen Moment, ich bin jetzt gleich bei euch. Keine Sorge, euer Doktor Sherabu Amil muss natürlich alles beweisen. Es geht nicht anders. Er ist so. Er wird auch niemals anders sein, sondern er wird alles, was er sagt, immer benötigt und er lege. Oh, ich kriege einen Anruf, einen Moment. Mein Gott, ich muss die Fahrt machen, tun. Nein, ehrlich. Ihr Lieben, so ist euer Doktor Sherabu Amil. Er redet nicht nur, sondern er weiß auch alles, was er sagt. Er ist so. 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 Schreibt euch das auf. Tafsir al-Khurtubi, Band 13, Seite 58 zu Surah 25, Vers 54 in Bezug auf Allas Aussage und er, Allah ist es, der aus Wasser, also Sperma, den Menschen erschafft und ihm durch Heirat die Abstammung durch Blutverwandtschaft gibt, sagte Ibn al-Arabi, Abstammung ist ein Ausdruck, der sich auf die Vereinigung der Flüssigkeit, von Mann und Frau aus Sicht des Islams Rechtsgesetz bezieht. Wenn diese Vereinigung jedoch durch ungehorsam Unzucht geschieht, dann wird das resultierende Kind nicht als Teil der wahren Abstammung einer Person betrachtet. Deshalb sind Töchter, die aus Unzucht geboren werden, nicht in diesem Vers enthalten, in dem Allah sagt, Warte, in dem Allah sagt, in dem Allah sagt, Verboten sind euch eure Mütter und eure Töchter, Surah 423, denn sie sind gemäß der vertrauenswürdigsten Lehren unserer islamischen Gelehrten und den authentischsten Lehren unserer Religion nicht als Töchter zu betrachten. Sollte keine rechtliche gültige Abstammung bestehen, dann besteht keine rechtskräftige Blutverwandtschaft. Dem Ehebruch verbietet dem Mann weder SEX mit der von ihm gezeugten Tochter der Mutter, mit der er Ehebruch begangen hat, noch mit der Mutter dieser Tochter. Das ist so, weil das, was durch einen Rechtsakt verboten ist, nicht aufgrund der Sünde verboten ist. Allah hat seinen Sklaven die Abstammung und die Vereinigung im Rahmen der Ehe zum Geschenk gemacht. Und diese Art der Vereinigung besonders geehrt. Allah hat auch Gesetz gegeben, die uns zeigen, was erlaubt und was verboten ist. Unter diesen Gesetzen ist ebenfalls nicht alles gleich. Falschheit kann kein Teil der Gesetze sein. Pierre Vogel könnte mit einer Frau, die er Unzucht begangen hat, könnte seine eigene Tochter, ihr wisst schon was machen. Das ist die Moral und Ethik des Islams. Habt ihr das gesehen, was das für ein Gott ist? Die vertrauenswürdigsten Lehren unserer Gelehrten. Das ist Pierre Vogels Religion. Habt ihr das gesehen, ihr Lieben? Tafsir Al-Kurtubi, Band 13, auf der Seite 58. Ich komme jetzt wieder. Lächerlich. So, da bin ich wieder. Ist Allah al-Wissen? Nein, er weiß gar nichts, der Allah. Der weiß auch nichts, dieser Allah. Er tut so, als wäre er al-Wissen. Wenn er al-Wissen wäre, würde er wissen, dass die Frauen keine Spermien besitzen. Er würde wissen, dass man den Juden und Christen nicht vertrauen kann. Er würde das alles wissen. Er vertraut einfach Juden und Christen seine Schrift und diese brechen den Willen Allahs und verfälschen es. Das darf sie niemandem erzählen. Ja, wir Muslime, wir glauben an einen Gott, der nicht in der Lage war, der nicht fähig ist, sein Wort vor Verfälschung zu beschützen. Aber wir vertrauen diesem Gott unsere Seele an. Das kannst du keinem erzählen. Man kann also mit dem Wort Gottes spielen, wie man will. Dann brauchst du gar nicht an Gott zu glauben, Mann. Wenn das möglich wäre. Wenn mir jemand sagt, dass man das Wort Gottes verfälschen kann, dann brauchen wir gar nicht mal an Gott zu glauben. Versteht ihr, wie sehr eigentlich die Muslime, die verstehen nicht, was sie da sagen, wenn sie sagen, dass Gottes Wort verfälscht ist. Oder dass nur ein Teil verfälscht ist. Dann würde ich niemals an diesen Gott glauben, wenn das verfälscht wäre. Oder würde jemand von euch glauben, dann können wir gar nicht Gott vertrauen. Wir müssen ja auf Gott vertrauen können. Daran sieht man, dass sie ihrem Gott überhaupt gar nicht vertrauen. Und einfach jemand daherkommen kann und sagt, ja, so eine Verschwörungstheorie aufstellen kann. Ja, die Bibel ist verfälscht. Das und das wurde verfälscht und dies und das. Und ohne irgendwelche Beweise zu bringen, dies, jenes. Die Botschaft Gottes ist doch geblieben. Da hat sich nichts verändert. Jesus Christus ist der ewige Sohn Gottes. Er starb für die Sünden der Menschen und ist am dritten Tag auferstanden. Wo ist denn da irgendwas verfälscht worden? Genau, an das haben die ja jahrhundertelang geglaubt. Wann sollte irgendwas verfälscht werden? Ja, der Koran wurde einfach von dem Widersacher in die Welt gerufen. Das war's. Mehr ist das gar nicht. Kleinstkinder können den ganzen Koran rezitieren. Das ist schon erstaunlich, dass Kleinstkinder den Koran rezitieren können und besseres Erinnerungsvermögen haben als ihr eigener Prophet, der sogar im Gebet vergisst. Der vergisst, zwei Dakar zu beten. Der sich durch einen anderen Muslim an Verse erinnern lassen muss. Komm, komm, ist gut. Komm, ist gut. Ist gut. Das heißt, dass die Kinder ein besseres Erinnerungsvermögen haben als sein eigener Prophet? Wen will zu diesem Blödsinn erzählen? Wenn das so ist, wie du sagst, wieso hatte denn der Musab von Ibn Massoud 111 Suren und der von Uwe Ibn Kab 116 Suren? Und Uwe Ibn Kab hat, und der Ibn Massoud hat geschworen, dass er jeden einzelnen Vers mit jeder einzelnen Suren am besten von allen kennt und er hatte nur 111 Suren. Ihr seid am Ende, Mann. Ihr seid am Ende mit eurem Islam, ey. Ja, genau. Jesus ist King hat es gesagt. Hier, Schiene. Danke, Umut. Komm, sag Biervogel weiter. Hör mal. Viele Leute denken, weil es im Hanafi-Milweb nicht das Wudu bräuchte, wenn man das andere Geschlecht berührt, wäre es auch erlaubt, eine Frau zu bräuchte. Das ist falsch. Auch im Hanafi-Milweb. In allen Fimilweb. Und der Prophet Sassim sagt, Mein Umma hat keinen Konsens auf einem Dalal. Und diese ganze Kultur von Hand geben, Küsschen links, Küsschen rechts, das ist alles etwas, was in der heutigen Zeit nach der Kolumbien... Seht ihr? Dieses links, rechts, Küsschen geben und Hand geben, das ist alles so Tradition, Nichtigkeiten. Aber dass Mohammed seinen eigenen Frauen befiehlt, Männer zu stillen, das ist überhaupt kein Thema. Das ist überhaupt kein Thema. Man ist dann verboten füreinander. Ich würde gerne mal, ich würde gerne mal seine Familie befragen, nach dem, was ich alles so herausgefunden habe, was die von ihrem eigenen Sohn halten, der sich für das entschieden hat. Ich würde gerne mal die Familie von ihm fragen und sagen, wusstet ihr, dass er sich für sowas entschieden hat, ihr Sohn? Erlaubt, hier, mit Kleinstkindern zu verkehren, die Finger in die Pulver um uns ein Ding zu... Dankeschön, was war das denn? Ach, du bist da, Lisa. Ah, 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 stayin' the light. Come on us, come on us, stayin' the light. Stayin' the, stayin' the, stayin' the, stayin' the, stayin' the light. Stayin' the light, ah, 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 ah Nein, aber dieser Stay Alive Typ ohne Zähne auf TikTok, dieser Marokkaner, der das Lied singt, das ist ja unglaublich gut. Der muss sofort für DSDS oder Eurovision Song Contest von Marokko auftreten. Ist das nicht beschämend, wofür der Peer Vogel sich vor 20 Jahren entschieden hat? Das mit Redal-Kabinen und die Finger in die Vulva von, du weißt schon was, und die BNES? Ja, das wusste er damals ja nicht. Er hat sich einfach oberflächlich dafür interessiert und hat gedacht, ja, irgendwie muss ich den Herrn Jesus verraten, weil das liegt in meinen Genen, dieses Judas-Verräter-Dasein. Und dann hat er gedacht, ja, das andere hört sich so auch nicht schlecht an, also probier ich mal das. Das ist einfach nur ein Betrug. So wie man zum Beispiel bei einem Auto kauft, ja, betrogen wird, weil der andere eben diese ganzen Schäden und Reparaturen versteckt. Ja, und du denkst, du hast was Gutes gekauft, nachher in ein paar Jahren kommt alles ans Tageslicht, dass du total betrogen worden bist. Aber du hast das Auto schon gekauft. Ja? Wer war bei Moritz mit dem Autohändler? Der war bei Moritz mit dem Autohändler, der hat ihm etwas versprochen, was gar nicht ist. Ja. Ja, und nach und nach ist es rausgekommen, dass er jetzt einen Getriebeschaden hat. Wahnsinn. Dass er verrostet ist. Ja, so einfach ist die Sache. Aber du hast das Auto schon bereits gekauft. Ja. Jetzt musst du es mit Schande und mit großer Verlust, wenn du es verkaufen willst, musst du den Schmerz auf dich nehmen und wieder verkaufen. Ja. Und zugeben, du wurdest getrogen. Ja. Aber es gibt Leute, die sind so stolz. Ja, es gibt Leute, die sind so stolz und die sagen, ja, jetzt, wenn ich so das Auto gekauft habe und es hat so viele Schäden, denken die Leute alle von mir, wenn ich das wieder verkaufen würde, boah, guck mal, was für ein Idiot. Der hat sich nicht vorher darum gekümmert, was der für ein Auto kauft. Ja? Und deswegen behalten die das kaputte Auto nur nicht von den Nachbarn so als Idiote anzustehen. Das ist passiert. Das ist dann geschehen. Ja, das ist doch geschehen, wenn du sagst. Hört man mich gut oder ist es nicht zu laut, die Nebengeräusche vom Kopfhörer? Ist es nicht zu laut oder geht? Nee, ist gut, ist gut. Ich höre es gut. Ja, okay. Ja, du hast es ja auch sehr, sehr schön, gerade die ganzen Diskrepanzen zwischen den Lehren des Herrn Jesus Christus und den Lehren von Mohammed bzw. Islam schön herauskristallisiert, eben die ganzen Widersprüche. Dem ist nichts mehr zu entgegnen. Jeder, der mit einem gesunden Menschenverstand muss sofort hier sagen, Moment mal, hier handelt es sich nicht um denselben Gott. Das kann nicht sein, dass derselbe Gott das eine sagt und dann kommt derselbe Gott auf die Idee, das, was er für Sünde erklärt hat, auf einmal aus dem Nichts heraus seinen Charakter zu ändern und das, was er für Sünde erklärt hat, plötzlich für erlaubt zu erklären, nicht mehr Sünde. Das geht nicht. Der Herr hat es ja angekündigt zum Beispiel im Alten Testament, dass es einen neuen Bund geben wird in Jeremia 31, wo eben auch die Priesterschaft und die Gebote eben sich ändern werden. Aber das hat er vorher angekündigt mit dem neuen Bund, mit dem neuen Bund der Gnade. Aber nicht, dass er plötzlich, derselbe Gott, plötzlich seinen kompletten Charakter ändert. Ja, da kommt man ja durcheinander. Da kann man sich ja, wie du schon sagtest, wie der Armin gerade gesagt hat, nicht auf den Gott verlassen. Und wir müssen uns aber auf den Gott verlassen. Auf wen sollen wir uns so einen Sohn verlassen? Auf den Peter, Ali und Mustafa? Nein. Weil wir wissen ja, dass die Menschen alle Sünder sind und fehlbar sind. Also wenn wir uns auf irgendetwas verlassen können, 100 Prozent, dann ist das Gott. Aber wenn wir uns nicht mal auf Gott verlassen können, dann ist es vorbei. Da ist das alles, das Ganze, die ganze Existenz, unser ganzes Dasein sinnlos. Ein Hauch von Blödsinn. Nein, so ist es nicht. Wir können uns auf Gott verlassen. Gott ist ein Fels und wir stehen auf festen Felsen und wir wackeln nicht. Denn unser Gott ist ein Fels, der nicht wackelt. Und wir bauen unser Haus auf den Felsen und nicht auf Sand. Auf Wackeln in den Füßen werden wir nicht stehen. Das wollen wir nicht. Wir wollen Klarheit, wir wollen Sicherheit. Und Gott ist Klarheit. Gott ist Sicherheit. Der Herr Jesus ist Klarheit. In ihm ist ein Ja. Klarheit. Und er gibt uns Sicherheit. Nicht nur Heilsicherheit, sondern auch das ewige Leben als Sicherheit. Nicht nur, dass sie es wissen dürfen, sondern dass es auch so ist. Von Gottes Seite aus. Absolut fest. Bombastisch. Und deswegen müsste man eben den Islam verlassen und zum Ende Jesus kommen. Zum wahren Gott der Bibel. Auf dessen Worte man sich verlassen kann. Der sich nicht ändern. Der sich nicht ändern. Jesus Christus gestern, heute, in aller Ewigkeit, dasselbe. Der ändert sich nicht. Das einzige, was er geändert hat, war die Änderung des Bundes. Des alten Bundes und des neuen Bundes. Aber das hat er vorher angekündigt. Damit man vorbereitet ist. Natürlich war Israel nicht vorbereitet. Und sie dürfen dann am Ende der Gezeiten in diesem neuen Bund sich wieder eingeladern. Aber vorher müssen sie durchs Feuer gehen. Und das, was momentan in Israel da passiert, das ist nur die Vorhut. Das ist nur der Vorhut. Die Vorhut. Das wahre Feuer kommt doch auf Israel zu. In der Apokalypse. Das war nur ein Vorgeschmack. Ein kleiner, ganz kleiner Vorgeschmack. Wie so ein kleiner Kaugummi. Das große Fressen beginnt noch in der Drangsaat seit demnächst. Wenn die Gemeinde entrust wird durch den Herrn Jesus Christus. Dann beginnt Israels Errettung. Sie hätten es aber besser haben können. Die Juden in Israel. Sie hätten es einfacher haben können. Sie hätten, als damals der Herr Jesus gekommen war, sich zu ihm bekehren müssen. Dann hätte der Herr Jesus augenblicklich das tausendjährige messianische Friedensreich eröffnet für Israel. Aber weil sie den Herrn Jesus verworfen haben, wird das tausendjährige Friedensreich verschoben. In die Zukunft. Und vorher dürfen die halt durchs Feuer gehen. Aber so ist der Mensch leider. Ja, wie du schon sagtest, Amir. Man darf einer fremden Frau nicht die Hand geben, aber vier Frauen haben. Und unzählige Sexsklavinnen haben. Die man dann sexuell missbrauchen kann. Das ist die Moral. Das eine passt nicht zu dem anderen. Das ist einfach nur willkürlich zusammengesetzte Gesetze, die einfach nicht zusammen passen. Und an diese widersprüchlichen Gesetzen alleine sieht man auf, dass der Islam komplett, komplett menschlich ist. Von einem Menschen an. Mit vielen Fehlern. Und viele Widersprüche. Und das muss dem Muslim bewusst werden. Das muss auch dem Pierre Vogel bewusst werden. Aber wenn ich schon sehe, dass der Pierre Vogel mit dem Arafat, Abou Chaka und sowas zusammen ist und live geht, ja, dann weiß man, woher der Wind fährt. Dass dieser Mann, dieser Pierre Vogel, auch nicht ohne ist. Der Mann. Der Mann ist auch nicht ohne. Ja, das ist die Sache. Er sagt. Ja. Aber du hast ein sehr, sehr gutes Beispiel genannt. Bei Pierre Vogel ist das dann so, dass er damals sich für ein sinnbildlich kaputtes Auto entschieden hat, was anscheinend erweckte, dass das eigentlich ein schönes Auto war. Aber innerlich war dieses Auto natürlich dementsprechend demoliert. Und jetzt, nach diesen Jahren, wo er damit gefahren ist, merkt er eigentlich, was das für eine Religion, also was das für ein Auto ist, mit dem er eigentlich umfährt, ne? Ja, genau. Aber nun ist es zu spät. Er muss jetzt das Ding für weniger Wert verkaufen. Und das tut weh. Oder eben behalten und die ganze Zeit mit diesen Fehlern und Reparaturdingern durch die Gegend fahren. Oh, klar. Das ist der Arm. Ja. Ja. Das ist die Sache. Aber es wäre besser, wenn man einmal mit Schmach das Auto verkaufen würde, ja, unterm Wert. Es ist so. Und dann sich ein besseres Auto kaufen würde. Ein neues Auto. Ohne Fehler. Mit Garantie. Das ist wertvoller, das Auto. Hat mehr Wert. Aber es bietet hier auch Qualität. Deswegen sagte Herr Jauch, ihr seid teuer erkauft worden. Ja, kein Billigauto, sondern teuer. Null Kilometer. Mit dem teuren Blut des Herrn Jesus Christus. Ja. Sehen wir das Wort teuer, billig. Siehst du das an mir? Wie das verwendet wird in der Bibel. Ja. Um auch nochmal diesen Werteunterschied zu zeigen. Ja. Lass mal jemand reinrollen. Ja. Dass Gott eben Diamant ist, Gold. Amen. Und auch seine Wege sind Gold und Diamant. Teuer. Amen. Wertvoll. Amen. Edel. Ja. Wundervoll. Ich bin wieder rausgegangen. Ja. Soll ich es mal weiterlaufen lassen, Lessa? Und dann hören wir uns das mal an? Ja. Guck mal, was der vier Vogel ist. Sagt, Lessa. Ja. Willst du dann auch zu mir sagen, Stopp? Oder sag ich es mal laufen lassen? Weil ich mach selber schon. Ja, wenn mir was einfällt, dann sage ich Stopp. Ja. 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 Das ist nicht mein Niveau. Du bist für mich der Abfall. Und daher verstehen das auch viele falsch. Und wenn du natürlich als Muslim böse guckst, sie schlägt dir die Hand entgegen, guckst du böse. Dann sagst du natürlich, was sind das für Typen? Ja. Aber einer sagt, Entschuldigung. Ich will sie nicht beleidigen. Es gibt bei uns im Islam, ich darf nur meine Frau berühren. Und bei uns ist es verboten, dass andere steht. Ressa, im Islam ist es verboten. Ich darf nur meine Frau berühren, Ressa. Welche denn von denen? Von den vier Frauen, hä? Das ist also Moral, Anstand und Ethik. Und dann auch noch die Brüste von seiner Frau geben. Guck mal. Ressa. Ja, und die Sexklavine darfst du auch nicht vergessen. Du darfst nicht die Hand einer anderen Frau berühren, aber wenn du die angreifst, ihren Ehemann tötest und sie dann als Sexklavine nimmst, dann darfst du mehr als nur die Hand der Frau geben. Deine Sexklavine. Die selbe Frau. Das muss man sich mal vorstellen, was das für ein Gesetz ist. Aber das passiert, wenn man nicht über diese Gesetze Tag und Nacht nachdenkt, wie der Herr das sagt im Psalm 1. Wohl dem, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern nachdenkt Tag und Nacht über die Gesetze des Herrn Gottes. Ja, was mein Bruder gerade anspricht, ist die Begebenheit in Zuge 424, als Mohammed eine Expedition nach Al-Tashik in der Schlacht von Hunayn. Und als sie die Leute dort besiegt haben, haben sie die Männer gefangen. Die Männer waren noch am Leben und sie wollten auch mit den Frauen einen Verkehr haben. Und dann haben die Mohammed gefragt, ja Mohammed, wir wollen mit den Frauen auch verkehren. Was sollen wir machen? Sollen wir uns kastrieren oder was? Aber ihre Ehemänner sind noch am Leben. Das sagte der Mohammed und dann bekam er auf einmal, wie immer, seinen super Vers. Und verboten sind euch verheiratete Frauen außer denen, die ihr von Rechts wegen besitzt. Unglaublich, ne? Ja, ja. Aber nicht die Hand geben, das ist unheilig. Aber die Frau fünf Tage später bei einem Dschihad sexuell zu missbrauchen, das ist dann nicht unheilig. Aber vorher nicht die Hand geben der Frau. Das ist die Logik des Islams. Weiter. Ja, und das auch mit den Jungfrauen im Paradies. Der Moslem, wenn er es ins Paradies schafft, der ist ja den ganzen Tag damit beschäftigt, Jungfrauenhäuschen zu zerreißen. Den ganzen Tag, 24 Stunden bis in aller Ewigkeit, Jungfrauenhäuschen zu zerreißen. Das heißt also, wenn der mit der ersten Jungfrau fertig ist, dann geht die Jungfrau wieder hinten an die Schlange und dann wird er wieder unten zugenäht. Ihr Jungfrauenhäuschen wird wieder perfektioniert. Ja? Schönheitschirurgie. Zack, pam, pam. Und dann stellt sie sich wieder an die Schlange, bis sie wieder dran ist. Und dann wird er wieder die Jungfrauenhäuschen zerrissen. Geht die wieder die nächste an die, hinten an die Schlange ran. Ding ganz egal. Bis in aller Ewigkeit. Peng, pang, pung. Ping, pung. Da gibt's nur krank, karam, bam, bum, bam, bim. Ja, das ist das Problem. Ja, TikTok unsportlich. Weil ich bin noch momentan unsportlich, deswegen muss ich sagen TikTok unsportlich, bis ich wieder sportlich werde. Ja, TikTok unsportlich. Das ist das Problem. Und das steht ja eben in den Schriften der Muslime, ja, dass die mit Jungfrauenhäuschen zerreißen, beschäftigt sind im Himmel. Bis in aller Ewigkeit. Und seine eigene Frau, mit der er zuletzt noch verheiratet war, die darf dann zugucken, während er dann die Jungfrauen bearbeitet. Das ist das Paradies mit seiner Frau, worin sie sich so abgemüht hat im Leben, um endlich in das Schönste hinein zu gehen. In den Himmel, in das Paradies. Da darf die den ganzen Tag zugucken da, wenn er das so macht, mit anderen Frauen. Das ist natürlich auch paradiesig für die Frauen. Sehr schön. Ja, da seht ihr eben, dass wenn man über diese Themen ein bisschen tiefer nachdenkt, dass das alles keinen Bestand hat. Einer kritischen Begutachtung hält der Islam nicht stand. Man kann die Leute einfach nur mit oberflächlichem, ja, Allah, es gibt nur einen Gott und der hat die Propheten geschickt. Ja, oberflächlich kann man die Leute zum Islam holen. Aber sobald es in die Tiefe geht, dann werden die Leute auch reihenweise wieder den Islam verlassen. Aber dann in einem islamischen Staat ist es zu spät, wenn du einmal reingekommen bist. Wenn du den Islam danach wieder verlassen bist, ja, dann gibt es die Todesstrafe drauf. So arbeitet der Islam und so wächst er. Mit Angst und Schrecken. Zum Beispiel in den Iran. Lass mal die Leute, die den Islam verlassen wollen, ohne Angst Todesstrafe zu bekommen. Und dann werden wir gucken, wie viele Muslime noch in den Iran bleiben. Also wie viele Muslime da wirklich sich zum Islam bekennen. Da werden wir sehen, was Sache ist. Aber weil die Angst haben, das zu bekunden öffentlich, dass sie den Islam nicht haben wollen, dass sie nicht an den Islam glauben, müssen sie halt unter Todesangst das für sich selber behalten. Und so sieht der Islam nach außen aus, als ob der wächst, als ob Iran aus 80 Millionen Muslime besteht. Nein. Das selbe geht genau wie viele Saudi-Arabien und alle anderen islamischen Länder. So sieht es aus. Dann werden wir gucken, wie viele Muslime da noch übrig bleiben. Ja, sie tönen sich hier als etwas Besonderes. Das ist das Problem. Weil sie nicht blicken können, weil sie nicht unter der Scharia leben, wie es ist, unter Allahs Gesetz zu leben. Das wird eine Quas für diese Menschen. Siehst du? Es ist ja ganz bewusst, was sie da sagen. Ja, genau. Weil die nicht durch diese Ideologie durchgegangen sind. Sie sind noch nicht die Muslime hier in Europa, diese Shisha-Muslime. Eure Shisha-Muslime haben ja noch nie den Scharia erlebt. Die Scharia erlebt, den islamischen Staat. Deswegen kennen die das nicht. Wenn sie aber einmal da rein geraten und einmal das an ihrem eigenen Leib spüren, was es bedeutet, Scharia, dann sind die therapiert. Ja. Ja, die sind nur aus einem Grund hier, die die Ahnung haben, sind nur aus einem Grund hier, um dieses Land zu islamisieren. Na ja, das haben die vor. Aber diese Rechnung haben sie nicht mit dem Gott der Bibel gemacht. So, genau. Nämlich der Gott der Bibel hat auch was mit ihnen vor, hier in Europa. So, nicht aus. Hört genau zu, ihr Muslime. Hört genau zu, was mein Bruder sagt. Ja, der Gott der Bibel, der Herr Jesus hat auch mit den Muslimen was vor, demnächst in Europa. Offenbarung Kapitel 6. Mal kurz durchlesen, was den Muslimen in Europa blüht demnächst. Dass die hier hingekommen sind, also millionenfach in der Hoffnung, Europa zu islamisieren, zu übernehmen. Bald, sehr bald wird der Gott der Bibel solch ein hinterhältiges Verhalten anständig bestrafen. Das musst du dir mal vorstellen. Du gehst in ein Land, du suchst da Schutz. Dieses Land bietet dir Schutz. Alles. Behandelt dich für ihre eigene, also Landesleute. Bevölkerung, ja. Ja. Und du versuchst dann aus dem Hinterhalt dieses Land zu stürzen. Wahnsinn, ne? Wie abartig, wie abartig muss man sein. Dreck. Dreck verhalten. Dreck verhalten. Teufelig. Ist das heftig? Und wenn diese, wenn die Leute, also wenn die Muslime meinen, also das so zu tun, so hinterhältig zu sein, undankbar, dann wird der Gott, der eben Hinterhältigkeit hast, der gerechte Gott, der gerecht richtet, ohne Ansehen der Person. Amen. Mit den Muslimen demnächst hier etwas anstellen. Danke mein Herr, mein Gott. Danke mein Herr, mein Gott. Du wundervoller Gott, du. Dass du auch diese Leute zurechtlich abziehst, die unsere Geschwister in Christus massakrieren und umbringen und jeden Tag verfolgen. Danke mein Herr, mein Gott, dass du hier ausräumen wirst. Ja. Ja. Der Herr ist gerecht. Der wird jeden gerecht behandeln. Jeden. Keiner kommt von seiner Gerechtigkeit weg. Keiner. Amen. Hier auf der Erde wird derjenige gerichtet, der ungerecht hinterhältig ist und später, wenn er vor diesem gerechten Gott steht, dann wird der Herr ihn fragen, wie findest du, wenn du, wenn jemand bei dir Schutz sucht und du gibst ihm Essen, du behandelst ihn wie deine eigene Familienmitglieder, du nimmst ihn auf und er versucht dich zu töten und deine Frau zu übernehmen. Wahnsinn. Wie würdest du richten über so einen Menschen? Wahnsinn. Wahnsinn. Und dann werden die Knie zittern. Und dann werden die Knie zittern. Und dann darf ich hier nicht aussprechen. Und dann wird derjenige sehen, oh, ich war ungerecht. Ich möchte das selber nicht an meinem eigenen Leib, aber ich wollte es für andere, an andere antun. Und dann fangen an, die Knie zu zittern vor dem Herrn. Wahnsinn. Dann seht ihr die Gerechtigkeit Gottes. Aber dann ist es zu spät. Und dann sagt der Herr, bindet ihn zu den Engeln, bindet ihn Füße und Hände und ab in den Feuersee. Und die Engel werden den in den Feuersee werfen. Und er schreit und sagt, vergib mir, bitte, vergib mir. Und der Herr sagt, es ist zu spät. Du hättest auf der Erde zu mir sagen sollen, Herr Jesus, vergib mir. Ich war ein ungerechter Mensch. Vergebe mir meine Ungerechtigkeit. Ich bin der letzte Dreck auf der Erde. Und dann hätte der Herr Jesus dir vergeben auf der Erde. Aber frech hinterhält dich ungerecht, um Gott zurückzukehren und vor seinem Gericht vor ihm zu stehen. Und sagen, tut mir leid. Da wird der Herr sein zu spät für dein Tut mir Leid. Hier auf der Erde, wo du dir noch gelebt hast. Da hättest du dir zu mir kommen müssen und sagen würdest, tut mir leid. Jetzt ist zu spät. Jetzt musst du das Gericht ertragen. Und das Urteil wird besprochen von dem Richter. Der Herr Jesus. Und dann fängt er an, die Szene knirschen, das Heulen, das Geschrei. Ja. Darf ich kurz reingrätschen? Ja, klar. Reza, weißt du, dass der Chef von Pierre Vogel, dieser Chef von Amazoli Al-Monajin, kennst du den da, ne? Ja. Aus Saudi-Arabien. Ja. Der eine Fatwa erlassen hat, das ist die Fatwa 13.759. Das ist ein Rechtsgutachten, der sagt. Rechtsgutachten. Wo es keinen Zweifel gibt. Das ist das Pult der Szenen. Leute, schaut euch an, was der Pierre Vogel für eine Religion angenommen hat. Indem sein eigener Schirk das hier sagt. Was man mit Deutschland und Europa machen sollte. Der Islam hat uns verboten, uns ähnlich wie die Ungläubigen zu kleiden. Oder ähnlich wie sie zu essen. Aber trotzdem trägt Pierre Vogel Boss und Tommy Hilfiger und so. Guck dir diesen Celebi an. Oder ähnlich wie sie zu essen und zu trinken. Denn wir sind die Überlegenen und die Ungläubigen sind die Unterlegenen. Der unüberlegene Arzt nicht den Unterlegenen nahm. Allahs Prophet, Allahs Segen sei heil auf ihn. An diejenigen, der die Ungläubigen nachahmt, die Hölle versprochen. Bei einem Volk nachahmt wird einer von ihnen. Diese Aussage Mohammeds wurde von Abu Dawud. Die Überlieferung kann unter Sahih Abu Dawud 3401 aufgefunden werden. Unser Prophet Mohammed hat uns befohlen gegen die Ungläubigen zu kämpfen. Wenn wir in der Lage sind sie in ihren Ländern zu erobern. Und sie vor die Wahl zu stellen. Bevor wir ihre Länder erobern. Deshalb. Ja, genau so ist es. So, um die Sklaven überzutreten. In diesem Fall werden die Ungläubigen, die wir betrachtet. Sie haben unsere Rechte und unsere Pflichten. Zweitens. Sie bot an Muslime im erniedrigen Zustand zu zahlen. Drittens. Sich für den Krieg gegen uns Muslime zu entscheiden. In diesem Fall werden uns im Fall des Sieges ihr Eigentum, ihre Kinder und Ländereien gehören. Sie gelten den Muslime als Kriegsbeute. Abartiger Dreckskult. Abartiger Dreckskult. Ja. Und der Biervogel weiß diese Sachen. Nur der sagt das nicht in der Öffentlichkeit. So sieht's aus. Weißt du was hinterhält? Das will ich alles mit den Dawah-Tipps machen. Am liebsten heute noch anfangen. Nur diese Fatwa an ihnen praktizieren. Aha. Euer Schädelblad ist du. Dann würden die zu dir sagen, Amir, du bist ungerecht. Du willst deine Auffassung und deine Religion uns aufstülpen. Aufzwingen. Du bist ein Ungerechter. Wir wollen nicht nach deiner Religion leben. Wir wollen nach unserer Religion leben. So sieht's aus. Heftig? Ist das krank? Ist das krank? Das ist so krank. Diese Ungerechtigkeit. Ungerechte werden das Reich Gottes nicht erntet. Das Himmelreich Gottes nicht erntet. Ehrt euch nicht. Ich sage der Apostel Paulus. Ja. Galater 6,7. Ehrt euch nicht. Ungerecht. Gott lässt sich nicht erntet. Das was der Mensch seht, das wird auch erntet. Das wird auch erntet. So einfach ist das. Ja. Und Tresa, hast du gesehen? Tresa. 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 Hast du gesehen diese Konvertierung von dir Vogel und seinem Schiff? Dieser Schiff Al-Huini, Tresa, aus Ägypten? Nee. Nee. Ja, da war der einmal zu Besuch, dieser Schiff. War der hier in Deutschland zu Besuch. Und dann haben die so ein Interview geführt und da war auch Konvertierung. So ein armer Deutscher, der dann zu Islam kompetent ist, der auch wieder so Zugehörigkeit wollte. Und dann hat er auf einmal gesagt zu ihm, dank denen, die du hier gerade siehst, das ist ein Star. Er nennt diesen Schiff Al-Huini ein Star. Weißt du, dass dieser Schiff Al-Huini in Ägypten dann sagt, genau wie sollen die Leute angreifen? Die einzige Möglichkeit ist, auf dieser Armut rauszukommen, die Hand zu machen und die Länder anzugreifen und sie zu versklaven und so. Ja. Mit anderen Worten, die Muslime würden Pierre Vogels Familie auseinandernehmen, weil sie ja keine Muslime sind. Schau dir das mal an. Pierre Vogel müsste mit eigenen Augen ansehen, wie seine Schwester, sein Vater, seine Mutter von den Muslimen Gefangenen genommen wird und dementsprechend behandelt wird. Wahnsinn, ne? Ja. Aber da kann er nichts dazu sagen. Was soll er denn dazu sagen? Ja, wenn die IS zum Beispiel jetzt Deutschland angreift, die erklären ja den Pierre Vogel ja für einen Kaffir. Ja. Weil er eben in Kuffarstadt lebt, schön sich dick gefressen hat mit dem Kuffar und keinen Dschihad macht. Ja, vorbei. So sieht's aus. Ein Heuschler. Ein Heuschler. Ja. Und Herr Beuth, wir wissen ja das Urteil von Mohammed gegenüber den Heuschlern. Ja. So sieht's aus. Zuge 66 Vers 9 und Zuge 9 Vers 73. Oh, Mohammed, sei hart gegen die Murat-Berun und die Kufs-Fahrt. Ihre Herberge wird Johannes sein. Er fällt auch unter das Urteil. Ja. Natürlich. Und dann kriegt er Islam Medizin von seiner eigenen Medizin zu kosten. Ja. So muss das sein. Aber das wird ihm nicht schmecken. Das wird ihm nicht schmecken. Ja. Diese eigene Medizin wird ihm nicht schmecken. Das will er nicht. Er will nicht von seiner eigenen Medizin kosten. Er will das anderen aufzwingen. Er will ihm zeigen, wie schön der Islam ist. Ja. Ich zeig dir, wie schön der Islam ist. Ja. Und vor allem, weil er sehr viel Reichweite hat. Der Mann, Pierre Vogel, ist glaube ich der Nummer 1 Missionar in Deutschland. Wie viele Muslime, also wie viele Christen, abgefallene Atheisten Christen, was da draußen ist, zum Islam gebracht hat. Ich glaube, da kann keiner mithalten. Von den ganzen Dauertings ist er der Heftigste, der am meisten Jugendliche zum Islam gebracht hat. Das heißt, der Mann ist nicht ohne. Der weiß schon, was er da tut. Der weiß schon, wie er diese schwierigen Themen des Islams verstecken soll vor den Jugendlichen, damit sie erstmal scharenweise in den Islam rein betrogen werden. Ja, genau. So wie die Iraner damals gesagt. Ja. Genau. Genau wie die Islamische Revolution in Iran 1979, als die Muslime die Linken vor die Karre gespannt haben und ihnen versprochen haben, wenn wir zusammen diese Regierung stürzen, dann werdet ihr hohe Posten bekommen. Gemeinsam werden wir eine super Zukunft haben. Und die dummen Linken haben das geglaubt. Und als die, und das ist ja das Traurige, wir lachen zwar darüber, aber das ist so teuflich. Ja. Als dann die Muslime das Land übernommen haben in Iran, die Revolutionäre, haben die als allererstes die linken Koalitionsleute, die mit denen zusammenge... Alle, alle exekutiert. Alle an die Wand gestellt. So läuft die Sache ab. Dass dieses Land... Weißt du was... Das sollte ein abschreckendes Beispiel sein. Alle nicht islamischen Länder sollten ein Beispiel sein. Ein abschreckendes Beispiel sein, was der Islam macht, wenn die Muslime die Oberhand haben. Das ist das Problem. Ja, zum Beispiel weil wir Iraner jetzt durch die Scharia durchgegangen sind, sind wir keine Euro-Shisha-Muslime mehr. Weil wir wissen jetzt was der Islam ist. Wir haben es einmal an unserem eigenen Leib erlebt. Das haben die Deutschen ja noch nie erlebt, Islamisierung. Also gehen sie damit halt blauäugig um. Ja, genau. Sind unvorsichtig. So wie Deutschland vor 1933. Sie hatten ja noch nie Nationalsozialismus gehabt, die Deutschen. Die wussten ja nicht, was das ist. Und dann kam der Nationalsozialismus, die Diktatur. Und dann... Da waren alle am Ende, als der Nationalsozialismus kam und die Diktatur geherrscht hat. Und es zum Zweiten Weltkrieg kam. Jetzt, wenn du zum Beispiel zu den Deutschen hingehst und sagst, komm wir machen wieder Nationalsozialismus. Aufstellen. Da laufen die alle davon, weil die Angst haben. Weil die wissen aus der Vergangenheit, was passiert ist. Aber ein Land, das noch nicht durch Nationalsozialismus durchgegangen ist, ist in Gefahr eben so eine... So einer Ideologie wieder zum Opfer zu fallen. Ein Heimseng. Weil sie diese Erfahrung nicht gemacht haben. Ja. Die haben diese Erfahrung nicht an ihrem eigenen Leib gemacht. Musst du dir mal vorstellen. So ein Land wie Deutschland, so hoch stehend in der Bildung. Ja. Hat keine Ahnung davon, was der Islam ist. Ist das krank? Das kannst du keinem erzählen. Ist das krank? Und du und ich. Hoch gebildet. Die Leute müssen aufhören und machen über den Islam. Das kannst du keinem erzählen. Ja und ich hätte ja fast mein Leben verloren, weil die genau wissen, dass ich die Geheimnisse ihrem Preis gebe. Ja. Ja. Das ist das Problem. Ich muss mal kurz mal was machen. Mach du mal. Übernehme mal. Alles klar, okay. Ja, das müsst ihr euch mal geben, ihr Lieben. Das ist so wie Mafia-Struktur. Als ich dann diese ganzen Sachen herausgefunden habe und eine Entscheidung rausgetroffen habe aus dem Islam. Und die Leute jetzt am Aufklären bin und meine ganze Aufklärung ja viral gegangen ist. Dank diesen YouTubern und so. Jeder konnte dann einsehen, was der Islam in Wahrheit ist. Versteht ihr? Da haben wir auch nochmal schön da rein so den ganzen Wahnsinn da Einheit geboten. Sodass es dem Islam schwerfällt jetzt nach vorne zu marschieren und auf, also so Dauer zu machen. Die Dauer haben wir natürlich ein bisschen so eine Bremse vorgesetzt. Hammer, ne? Die meisten fragen mich jetzt wirklich ja, was hat das denn damit auf sich? Wir gehen dann auf die Suche. Und dann sind wir auch wirklich von den Muslimen. Und sind dann gewarnt und gewappnet vor diesem Wahnsinn, ne? Krass, deswegen habe ich gesagt, kein Land der Welt dürfte ja irgendwie den Muslimen als Religionsgemeinschaft, also den Islam als Religionsgemeinschaft dulden. Ja? Wenn sie sehen, was die Muslimen in ihren Ländern machen, wo sie die Mehrheit bilden. Das ist der Wahnsinn. Ja. Danke. 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 M vestúragente Mus diyorsun��we sind unerreichbar, gott Và Gott ist wirklich nicht. Die hier ist Satanist. Ach so. Wir sind SatanistInnen. Uns nennst du SatanistInnen, die niemanden etwas antun, die noch nicht in den Schrift haben, dass wir Ländereien erobern sollen und alles mögliche, die nicht in den SchriftInnen haben, dass wir Kleinstkinder auseinander nehmen dürfen. Und dann nennst du Uns SatanistInnen. das kannst du kein erzählen was machst du haben wir die höllenbewohner ich glaube diejenigen die höllenbewohner sind sind diejenigen die glauben dass gott uefner ist der mit frauen mit schwellenden brüsten dahin steckt hinschickt das sind die wahren bewohner wer tötet wer überfällt denn über länder ja es sind menschen die geistes krank sind und nichts mit gott zu tun haben aber was hat der mohammed gemacht im sechsten jahrhundert siebten jahrhundert durch seine sahaba khalid und diese ganzen leute sie haben irak übernommen sie haben syrien übernommen sie haben ägypten übernommen sie haben alles zerbombt und zerfetzt und du gehirn gewaschener typ bis heute muslim weil deine verwandten auseinandergenommen wurden und du sagst noch wir sind datans anbeter schande auf dich und dann deine auffassungsvermögen schande auf dich und ein auffassungsvermögen hallo 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 ja ich höre dich ja ja aber ganz leise kannst du ein bisschen lauter sprechen was ich habe gesagt ich sehe vielleicht auch die motion aber ich bin keiner ich wollte euch dich und dein bruder nur grüßen segnen also ich wünsche euch boah ich weiß nicht was sagen soll ihr seid einfach tolle menschen oder ich wollte nur das mal sagen weißt du alle ehre den jesus christus mein wundervolle menschen auf die welt gebracht haben das schaffen nicht viele eltern wieder ich danke euch für ihre arbeit und macht weiter gutes segen und gott beschütze euch gottes segen gott segne dich ja möge der jesus christus ihn und seine familie segnen alle ehre dem herr jesus christus so wir hören jetzt mal weiter was der abo amser zu sagen es gibt unterschiedliche arten von empfindlichkeiten und das ist bei uns die rote ampel dann wird es bestimmt verschieden auf jeden fall diese frau auch schon gehen und was sagt sie zu mir ja ich kenne ja viele muslimen schämen sich für ihre religion weil der islam wahnsinn beinhaltet ja weil die weil die muslime gemerkt haben dass der islam überhaupt gar keine moral und anstand und ethik besitzt ja wie ich gerade eben erwähnt habe dass die dass der mohammed gesagt hat dass die frau den mann stillen soll ja es geht um den akt der stillung nicht wegen milch oder sowas nein sie soll ihm einfach nur die brüste geben zum nuckeln fünfmal am tag das ist die katastrophe deswegen schämen sich die muslime nicht wegen der hand geben das ist ja das kleinste problem ist das krank und das nicht so plausibel rüberbringen können warum das verboten ist dann geben sie die hand um das ist und andere wissen sie auch nicht auch wenn es der imam ist es geht hier um die religion die religion sagt ganz deutlich dass dies im islam nicht erlaubt ist ganz deutsch und wie gesagt deswegen wenn ein nicht muslim der dieses video sieht wenn ihm das geschieht er soll sich nicht aufhören sondern er soll wissen das ist dieser regel wir machen das nicht es ist auch in deutschland wo es an deutschem gesagt nicht strafbar jemandem nicht die hand zu geben ja dann sollen die leute den pier Vogel mal fragen was machen wir denn wenn zum beispiel eine frau und ein mann zusammen hier in den dings am arbeitsplatz zusammen sein müssen was machen wir denn dann sie sind ja auch zusammen in einem raum und sie sind ja füreinander verboten was ist denn die lösung mein lieber pier Vogel hallo heftig. So ist das, Mr. T4-Vogel. Hallo? Hallo? Oh, Mann. Oh, warte, warte, warte. Hallo, Armin. Hallo? Hallo, Gottes Segen. Gottes Segen auch dir, mein Lieber. Ich habe mir gestern euren Beitrag angeschaut, der ist, glaube ich, ein paar Jahre alt, über die Freimaurer. Drei Stunden habe ich mir das angehört. Ja. Ich bin total geschockt. Ich wusste ja, dass es das Böse gibt, aber dass es so wie eine Krankheit über die Gesellschaft geht, ist unglaublich. Ich musste das gestern erst mal verarbeiten. Ich hatte mich zwei Stunden lang nicht beruhigen können, wo ich das gesehen habe von euch. Das hat mir jetzt mein ganzes Weltbild irgendwie noch, wie soll ich sagen. Ich weiß ja nicht, wie du jetzt im Alltag lebst, wenn man weiß, diese ganzen Zeichen sind überall zu sehen, in dem ganzen Musikindustrie, in Hollywood. Kann man sich überhaupt noch was anhören, anschauen oder gar nichts? Ich hatte jemanden hier vor ein paar Wochen. Ich habe Kundschaft und wir haben uns unterhalten. Und dieser Mann sagte, er wäre bei den, ich habe mit deinem Bruder schon mal darüber gesprochen, er ist bei dem Lions Club. Lions Club? Ja, irgendeinen Lions. Dein Bruder weiß darüber Bescheid. Irgendwie eine Abspaltung von den Freimaurern. Und da hat er mich gefragt, warum ich so frage. Ich frage nur so, und bist du denn, glaubst du an irgendwas? Ich habe gesagt, ja, ich bin ein wiedergeborener Christ und so. Und hat das schon so komisch geguckt. Und der ist ja normalerweise ein Kunde von mir, der immer ständig kommt. Aber seitdem kam der jetzt nicht mehr so. Der hat sich abgewendet. Und ich bin jetzt drauf und dran. Ich habe gestern eine Werbung gesehen von Johnny Walker, wo man diese Schweigegeste sieht. Sie zeigt diese Flasche und dann zeigt sie diese Schweigegeste so. Und halt eben die Auge verdeckt. Und jetzt fällt es auch eine auf, so im Alltag. Ja, natürlich. Siehst du, die Augen sind jetzt geöffnet, ne? Ich bin jetzt, ich meine, ich bin schon länger beim Herrn, aber dass es so einen Hintergrund hat mit diesen Freimaurern und was da im Hintergrund geschieht. Dass du gesagt hast, Christus, dass wir uns ja von der Welt trennen müssen. Jetzt verstehe ich das auch alles so. Du, wir müssen von der Welt loslassen. Ja, ja. Hab keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Welt. Deck sie vielmehr auf. Ganz genau, ganz genau. Genau das, was mein Bruder getan hat. Genau das, was wir machen. Wir haben keine Gemeinschaft mit Religion und allem, was hier drin ist in dieser Welt, sondern wir decken alles auf. Ich habe dich da gestern auch gesehen, wie du da gesprochen hast in dem Video und alles. Und ich finde, das, was ihr macht, ist so unglaublich toll, ja? Ich habe dieses Video auch direkt meinem Bruder geschickt. Der lebt in Serbien, ja? Und er hat sich das auch angeschaut. Und ja, ich hoffe, dass ich ihm auch die Augen öffnen kann jetzt, ne? Ja, Halleluja. Sehr gut, ne? Das ist der Vortrag von meinem Bruder, ne? Illuminati, das größte Geheimnis der Welt, entschlüsselt, ne? Ja, und er sagt ja auch, ne? Wenn sie das Video nicht teilen oder anderen zeigen, machen sie sich ihre Familie mitverantwortlich irgendwo auch, ne? Stimmt ja auch irgendwo, ne? Er sagt es ja ganz klar und hart, aber ganz klar. Er redet den Menschen nicht nach dem Mund, so, ne? Also er schmiert denen keinen Honig ums Maul, so, ne? Sondern er sagt die Fakten, so wie sie sind, so, ne? Ja, mein Bruder, der macht das schon sehr, sehr gut, ne? Der hat das schon, ja, der macht das ja über 20, 30 Jahre ist er dabei mit dieser Illuminati, ne? Da hat er schon angefangen damit, ne? Und dann am Ende dieser Reise konnte er gar nicht seinen Augen glauben, dass Jesus Christus da steht, ne? Und dass der Satan nichts anderes als Gegner den Herrn Jesus Christus hat. Ist denn wirklich ja Leute, die, sag ich mal, ihre Seele, den Teufel verkaufen, ja? Haben die auch wirklich dann, bekommen die dann halt Erfolg, ja? Also, ja. Und da sehen wir auch an dem Beispiel, als der Jesus Christus vom Teufel auf eine hohe Zinne gebracht wurde und ihm die Reiche der Welt so gezeigt hat, ne? Und da hat er gesagt, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Ja. Und genau das machen die Stars. Sie gehen also diese Initiation ein, diese luziferische Initiation. und geben dann in einem Vertrag, den sie dann abschließen. Hier alle, die du siehst, in Deutschland, in ganz Europa, alle, die Rang und Namen haben, sind überall, alle sind durch irgendeine Initiation gegangen. Durch irgendeine Freimaurerloge oder was. Du kannst nicht da sein, wo du bist, mit Traumpositionen, es sei denn, du hast etwas getan. Ja, Erfolg ist kein Zufall. Aber wie kommen die in Kontakt mit denen? Jeder, die werden schon aufmerksam auf dich. Wenn du ein gewisses Talent mitbringst, dass du ganz viele Menschen verführen kannst, das ist doch natürlich blendet, so werden die dich pushen und aus dir sogar noch Geld schöpfen. Ja, du bringst ihnen Seelen in die Hölle und dafür kriegst du dann dein Geld und Ruhm und Reichtum, alles was du willst und du bringst Seelen in die Hölle. Wahnsinn. Was meinst du, was ein Travis Scott oder Drake oder wie die ganzen Leute heißen, was für einen Einfluss sie auf die Menschen haben? Ein Cristiano Ronaldo, hast du das gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ja. Als er in der Pressekonferenz nur diese Cola-Flasche beiseite gelegt hat, hat Coca-Cola am nächsten Tag Milliarden von Verlusten gehabt. Das ist jetzt der Wahnsinn, Mann. Unglaublich. Unglaublich. Da siehst du mal, was für eine Power dahinter steckt. Würdest du auch sagen, dass, sag ich mal, der Koran, sag ich mal, also wäre mal das Gute auf der Welt und das Böse, ja, dass der Koran irgendwo durch die Hintertür, durch eine andere Religion, sag ich mal, der Gegenpol ist von der Bibel. Also, so gesehen. Ja, genau. Das ist einfach eine Streitschrift. Der Islam ist einfach nur in die Welt gesandt worden, damit man mit den Christen halt übel streitet. Und du siehst ja, in jeder Passage greift der Allah ja die Bibel an, die Juden, Christen und so. Und die Muslime sagen, ja, warum redest du nicht über deinen Glauben? Ja, da muss man genau die Frage an sie stellen. Warum redet denn Allah nicht über seine Religion? Ganz genau. Ja, man muss sich ja auch die Frage stellen, warum wird im Alltag und überall, ist egal von welcher Community, ob der von der islamischen, von der LGBT, von überall im Alltag, warum wird immer Jesus Christus angegriffen? Nicht Buddha, nicht Allah, nicht Hindus, nicht, keine Ahnung, aber immer wird Jesus Christus angegriffen. Also, wenn das Buch doch Märchen ist, warum wird das Märchenbuch denn immer angegriffen? Es wird immer die Wahrheit angegriffen, ja. So sieht's aus. Ja, okay. Ja, danke euch für eure Arbeit. Ich werde auf jeden Fall auch dranbleiben. Und ja, ihr habt mir auf jeden Fall gestern noch mehr die Augen geöffnet. Ich werde dieses auch weiter verbreiten und eure Sache da, die Reza gemacht hat, die du gemacht hast, auch weitergeben und natürlich auch evangelisieren. Wundervoll, ja. Möge der Herr Jesus Christus dich segnen, wir hüten und beschützen. Dich auch und deine Familie und Reza. Amen, Amen. Ich danke euch. Alle Ehre dem Herrn. Mach's gut, mein Lieber. Tschüss. Ciao. Hallo. Hi, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Hallo. Hallo. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Hallo. Ich hör nix. Könnt ihr mich hören? Ja, ich konnte vorher nix hören. Hallo, Amir. Hi, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ja, danke. Gleichfalls. Ich habe eine Frage, weil ja, diese Illuminati-Sache, die ist ja schon wirklich ganz heftig. Abgesehen jetzt von Ronaldo, der hat ja so viel Geld, der kann ja selbst nicht mehr zählen, wie viel Geld er hat. Aber ich habe zum Beispiel einen Verwandten von mir, der ist zurzeit, also der ist jetzt mittlerweile Sportinvalide, aber er war im Profibereich fußballerisch. Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Der Vortrag von meinem Bruder heißt Illuminati, das größte Geheimnis der Welt entschlüsselt. Illuminati, das größte Geheimnis der Welt entschlüsselt. Teil 1 und Teil 2. Er hat zwei Teile rausgebracht. Am liebsten würde ich noch mal meinen Bruder bitten, das Ganze noch mal in guter Qualität aufzunehmen, sodass die Leute dann auch alles so bestens sehen. Also da müssen wir dann noch mal Teil 1 und Teil 2 noch mal neu aufnehmen, damit das Ganze dann perfekt von den Leuten dann in guter Qualität gesehen werden kann. Auf YouTube kann man das sehen. Darf ich weitersprechen, Armin? Hallo? Ja, ich höre dich. Erzähl weiter. Was möchtest du denn wissen? Ja, aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt, das ist ein Verwandter von mir, ich habe bei denen jetzt nicht gemerkt, dass er irgendwie einen Pakt mit dem Teufel abgeschlossen hat, beziehungsweise was sollen wir jetzt drunter verstehen, dass alle, wenn fußballerische Leute talentiert sind, irgendwie die Gefahr laufen, dass sie mit Satan einen Pakt schließen sollen? Das weiß ich nicht. Ich finde das irgendwie, weiß ich nicht. das heißt, wenn wir in den Talents, Jesus selbst sagt, ihr habt Talente, nutzt sie aus. Das heißt, wenn ich fußballerisch ein Talent habe, darf ich nicht Profi werden, weil ich dann vom Teufel verführt werde. Oder wie? Ja, genau. Dein Talent musst du für den Herrn Jesus Christus einsetzen und nicht für die Welt. Auch wenn ich jetzt Maradona oder Ronaldo Talent habe, sage ich, nee, ich spiele kein Fußball, weil, also so heftig? Oder wenn ich zum Beispiel Talent habe, Schauspieler zu werden, soll ich das ablehnen, weil ich da die Möglichkeit habe, irgendwie meine Seele zu verkaufen? Du musst dann bedenken, was dann auf dich zukommt. Das ist das. Ja, aber ich glaube, wenn auf einmal die Leute dann zu dir sagen, wie wäre es denn mit etwas anderem? Und dann kommen sie natürlich mit ganz anderen Sachen um die Ecke. Da musst du natürlich ein bisschen abwägen. Ja, aber glaubst du nicht, dass manche Profis beziehungsweise Schauspieler da richtig glaubhaft sind, die das ablehnen und nicht alle sagen, nee, die ganzen Fußballstars sind mit dem Teufel vereint? Also ich finde das irgendwie übertrieben zu sagen, dass alle Fußballspieler jetzt, alle Profis irgendwie mit dem Teufel abgeschlossen haben. Das nicht, aber du siehst anhand ihrer Instagram-Accounts diejenigen Fußballprofis, die mit im Club sind. Sie zeigen ja anhand ihrer Zeichen, dass sie dazugehören. Jeder wäre ja blöd, sowas zu behaupten, dass jeder dabei ist. Aber es gibt natürlich Fußballer, Fußballstars auch hier in Deutschland, die Instagram-Accounts haben und die 100.000 von Followern haben. Und dann siehst du auf ihren Accounts, wie sie dann auch durch gewisse Gesten auch zeigen, dass sie mit im Club sind. Ja. Ja, aber das ist doch blöd. Wieso machen die sowas? Also die machen sowas, um mehr Geld zu bekommen? Oder warum? Ja, warum macht denn sowas jemand? Warum will denn jemand froh, Reichtum, Geld? Die wollen an Macht rankommen. Natürlich gibt dann, du kennst doch den Spruch, jeder hat seinen gewissen Preis, richtig? Ja, das stimmt. Genau. Und auch diese Fußballer haben es. Also dein Traum ist, der beste Fußballer zu sein, Ruhm, Reichtum und Frauen und alles zu haben. Ja, natürlich geben die verkaufen ihre Seele. Warum denn nicht? Das ist das ja. So denken die. Da habe ich hier auf der Erde mein, das beste Leben aller Zeiten und dann fahre ich für alle Ewigkeiten in die Hölle. Aber der Satan ist ja, der macht ihn das ja so schwackhaft. Ja, deswegen sagt auch Jesus, also mit den Reichen ist das so schwer in den Himmelreich zu kommen, da wird lieber ein Kamel durch ein Nadelöhr passen. Nadelöhr. Ja, genau. Aber es ist nicht unmöglich, auch ein Reicher kann gerettet werden. Der Reiche muss halt nur gucken, wie der mit seinem Geld umgeht. Genau, das meine ich ja. Und ich denke, auch ein Fußballstar oder einer, der mit Fußball Geld verdient, kann doch auch gerettet werden und die Scheiße nicht machen. Glaubst du das nicht? Ja, es kommt drauf an, habe ich dir doch gerade eben erklärt, dass jemand, der ein Fußballer ist und dann anfängt, so komische Zeichen zu machen auf seinem Instagram-Account und so, dann weißt du, dass dieser Fußballer in gewissen Kreisen sich bewegt. Ja, aber der muss ja richtig dumm sein, der sowas zu machen. Der verdient sowieso Geld und will noch mehr Geld. Also es ist ja richtig dumm, was die da machen. Ja, für uns ist das dumm, aber für die ist das das Schönste überhaupt, Geld zu verdienen und noch mehr Geld zu machen. Ja. Sie sind von dieser Welt. Wir sind aber nicht von dieser Welt. Ja, okay, ich verstehe, was du meinst, Amir. Ich verstehe. Ja. Okay, mein Lieber. Gott segne dich. Danke. Ciao. Hallo? Ja, hallo? Geht's euch gut? Ja, Gott segne dich und deine Familie. Handel Jesus, sonst geht's gut. Dankeschön, dir auch. Ja, ich hab ne Frage. Hast du nichts Besseres zu tun, als 24-7 die ganze Zeit nur über Moslems zu reden? Ja, du, hast du nichts Besseres zu tun, als hier reinzukommen und mir sowas zu sagen? Jetzt momentan hab ich bisschen Zeit. Und dann dachtest du, du kommst hier rein und sagst mir das, ne? Ja. Ja, warum sagst du das nicht zum Gott des Islams, der dazu sagt, dass wir Dreck sind? Oh, jetzt brauchst du doch nicht mit irgendwelchen Lügen zu kommen. Jetzt kommst du wieder an mit, ja, der Islam sagt das und der Prophet hat das gemacht. Ja, sagt er das nicht? Und irgendwelchen falschen Büchern, die du gelesen hast. Okay, ich danke dir, irgendwelche falschen Bücher. Ich danke dir, dass du da warst. Irgendwelche falschen Bücher. Genau so. Irgendwelche falschen Bücher. Wie abartig und peinlich, wie kaputt muss man sich hier noch machen? Wie? Was ist das bitte? Was? Was soll das? Falsche Bücher. Koran ist falsche Bücher. Hadith, sei bukrati, sei muslim, falsche Bücher. Alles falsche Bücher. Allah darf alle beleidigen, alle kritisieren. Mohammed darf alle beleidigen, alle kritisieren. Der Islam darf dazu aufrufen, uns Nackentherapie zu verpassen und wir müssen einfach alles hinnehmen und nichts sagen. Ja, natürlich, klar. Diese Logik lassen wir auch gelten. Natürlich. 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 Dass die sich nicht schämen, hier rumzulügen, ne? Das ist so traurig. Das ist so traurig. Das ist einfach so traurig. Amir, was sagst du zu den Apokryfen? Ja, Felschow, brauchst nicht draufstehen. Hallo? Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ich hab eine Frage. Eine oder zwei? Mehrere Fragen. Ja, dann sag ich hab mehrere Fragen. Also, ist Jesus allwissend? Ja, Jesus ist allwissend. Okay, aber in eurer Bibel steht drin, jemand hat gefragt, wann ist der Tag des jüngsten Gerichts? Tag des jüngsten Gerichts. Das weiss nicht, das bist nicht die Engel im Himmel, das weiss nur der Vater. Eben, ja, Jesus wusste ja nicht dann. Ja, ich weiß. Du bist ein sehr, sehr großer Atomphysiker, deswegen. Ja, ja. Ja, ja. Du verbreitest Lügen. Also, wenn er das jetzt nicht wusste, und wir haben ja eine Erklärung, weil er ja Mensch geworden ist. Du weißt ja, Jesus wurde ja Mensch. Jesus hat schon als Gott immer existiert und hat sich entäußert und hat seine Allmacht, Allwissendheit abgelegt und kam als ein sterbliches Wesen hier auf diese Erde. Das macht natürlich Sinn, dass er dann auf dem Tag des jüngsten Gerichts nicht kennt. Er ist ein Gesandter Gottes, ja. Jesus ist ein Gesandter Gottes. Ja, nicht nur. Er ist ja nicht nur von Gott gesandt, sondern er ist ja Gott selber im Fleisch. Es gibt ja mehrere Propheten. Es gibt ja nicht nur Jesus und andere Propheten. Es gibt ja auch mehrere Propheten. Die haben auch in ihr etwas gehabt, wo viele gestaunt wurden. Ja, aber der Herr Jesus Christus ist nicht nur ein Prophet, sondern der ist der ewige Sohn Gottes. Du kannst das auch nachlesen in Johannes 18. Da kannst du mal durchlesen. Als er zu ihnen gesagt hat, ich bin es, sind sie alle zurückgewischt und wir sind nicht niedergefallen vor ihm und haben ihn angebetet. Da ging eine Kraft von ihm aus unglaublich. Hast du schon mal die Bibel gelesen? Nee, noch nicht. Warum machst du das nicht? Warum? Ich habe aber ein bisschen mit dem befasst in der Schule damals. Ja, aber das reicht ja nicht. Du kannst dich ja nicht nur ein bisschen damit befassen. Du kannst ja nicht nur ein bisschen zu Gott kommen. Ich habe nur Sachen gelesen, die haben mir für mich schon keinen Sinn gegeben. Deswegen. Ja, warum? Weil du diese ganzen Argumente von den Muslimen übernommen hast mit Markus 13, 32, wo der Herr Jesus Christus den Tag des jüngsten Gerichts nicht weiß, oder was? Ja, er wusste ja nicht. Wie kann denn er, ja der Gott sein, angeblich? Er wusste ja nicht, wann der Tag des jüngsten Gerichts ist. Ja, ist ja kein Problem. Wir haben ja die Antwort darauf. Der Apostel Paulus sagt ja in Philippa 2, Vers 6 bis 11, dass der Herr Jesus Christus, als er Gott war, nicht wie ein Raubfest, die Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Du siehst ja. Und dieser Begriff nennt sich die völlige Kenosis. Kenosis ist die völlige Entäußerung Gottes. Das heißt, er hat seine Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwart hat er abgelegt. Verstehst du? Und kam als ein menschliches Wesen hier auf diese Erde und hat zwei Prostaats angenommen. Du musst mir zuhören. Du musst mir zuhören. Er hat zwei Naturen angenommen, der Herr Jesus Christus. Dem Geiste nach ist er der ewige Sohn Gottes. Dem Fleische nach ist er der Sohn des Menschen. Verstehst du? Und in dem Moment, als sie ihn gefragt haben, da hat der Herr Jesus Christus gesagt, das weiß nur der Vater. Aber jetzt, wo der Herr Jesus Christus alles vollbracht hat, am Kreuz alles getan hat und mit dem verherrlichten Körper in die Ewigkeit aufgefahren ist, so weiß er natürlich alles und ist wieder in seine Herrlichkeit eingegangen. So sieht es aus. Du darfst diese zwei Hipostasen niemals außer Acht lassen. Die zwei Naturen leeren. Dass der Herr Jesus 100% Mensch ist und 100% Gott. Weil Gott ist die Welt erhebt. diese Welt. Ja. Ja? Also wie kann er als Mensch hinkommen? Ach, du fragst Gott, wie kann Gott als Mensch hinkommen? Ist das dein Ernst? Ja, Gott, 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 du kannst nicht Gott beschreiben. Das gibt es nicht. Gott ist groß. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Nein, er ist ein Schienbein. Der Gott ist ein Schienbein, der Allah. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen, dein Prophet, Frau Hanbat, sagt, dass Allah ein Schienbein hat. Warum wurde der Koran offenbart? Weil sie wussten, die Bibel würde dann irgendwann sich ändern und ändern und ändern. Darum haben sie den Koran offenbart und gesagt, das ist die letzte Offenbarung. Nein, das ist ein Betrug, das sie dir auferlegt haben und die Bibel hat sich niemals verändert. Es gibt Millionen von Muslimen. Warum gibt es dann Millionen von Muslimen? Ja, weil die alle ignoranten sind. Sie gehen nicht auf die Suche. Das ist das Problem, das wir haben. Es muss ja einen Grund geben. Verstehst du? Ja, es gibt ja Millionen von ignorante Menschen. Warum gibt es Milliarden Buddhisten? Milliarden Hinduisten? Wir sagen ja selber, bei uns kommt selber Jesus vor. Er wird auf diese Erde kommen und den Tajal töten, also den Antichrist bei euch. Ja, siehst du, Antichrist? Das sagt man bei uns auch. Du hast es doch gesagt, Antichrist, warum nennt er sich denn Antichrist? Warum nennt er sich denn Antichrist? Boah, Junge, redet uns über mein Vorfahren. Weil Jesus, Gott hat Jesus zu sich genommen, weil er wieder auf die Erde zurückkommt. Verschwinde raus, sieben. Kein Bock auf diesen Affenhaufen. Affenkoteletter habe ich keine Lust. Redet und redet und redet und redet. Ja, wir haben einen Punkt, man. Unfassbar. Ich wollte fragen, erst mal, wie geht's euch? Handel, Jesus, wie geht's dir? Wie geht's dir? Handel, auch gut. Und zwar, lügt Gott? Nein, weiß Gott alles? Ja, äh... Ja, äh... Ja, hat's wieder vom Pio Vogel gelernt. Ja, aber Jesus flügt doch nicht. Warum meinte er, wo man ihn gefragt hat, wann ist der jüngste Tag? Und da meinte er, er weiß es nicht. Habe ich doch gerade erklärt. Ey, jetzt ist der... Habe ich doch gerade eben erklärt, oder? Hast du das Begriff, was ich dir gerade eben erklärt habe? Ja, wo du es erklärt hast, deswegen. Ja, ich habe gesagt, der Herr Jesus Christus hat zwei Naturenlehrer angenommen. Also, es ist die zwei Naturenlehrer. Er hat zwei Naturen angenommen. Das heißt, einmal, dem Fleischenach ist er der Sohn des lebendigen Gottes. Dem Geist nach, dem Fleisch nach ist er der Sohn des Menschen, Entschuldigung, und dem Geist nach ist er der Sohn des ewigen Gottes. Siehst du? Und das ist das. Und der Paulus sagt uns in Philippa 2, Vers 6 bis 11, dass Gott als Jesus Christus in der göttlichen Gestalt war, es nicht für ein Raubfestig, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Das heißt, der Herr Jesus Christus war schon von Ewigkeit Gott. Es gab aber den Zeitpunkt, wo er alles auszog und seine Göttlichkeit verlassen hat, seinen Status als Gott und als ein menschliches Wesen auf diese Erde kam und für uns gelitten hat. Und er hat dann die zwei Naturen angenommen, sowohl 100% Mensch als auch 100% Gott. Als Gott weiß er natürlich alles. Als ein Mensch wusste er sich natürlich einschränken und wusste es nicht, siehst du? Aber wie erklärst du denn, dass Allah unwissend ist? Warum? Ja, er sagt, dass die Frauen Spermien haben. Für einen allwissenden Autor wäre es doch kein Problem zu sagen, wie die Befruchtung stattfinden könnte, oder? Wo steht das drin? In Surah 86, Vers 6-7, da sagt der Gott des Islams, sagt, dass die Hoden in den Lenden, also hier in diesem Nierenbereich und in den Rippen produziert wird. Und dann sehen wir auf einmal in dem Tafsif von Ibn Qasim, dass er sagt, dass die Spermien von der Frau ist und die Spermien vom Mann. Und denn die beiden sich miteinander vereinen, so entsteht das Kind. Hast du schon mal so ein Blödsinn gehört? Nein, ich hab das noch nie gehört, aber... Ja, was sagst du denn von so einem Gott? Was hältst du von so einem Gott? Hast du das Komplette gelesen? Ja, natürlich hab ich das Komplette gelesen. Da hab ich das Unkomplette gelesen, oder was? Nein, 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 ich frag einfach so, aber wenn du hast es falsch verstanden, oder so. Nein, du kannst das dann selber aufschlagen. Ich schreib dir das auf. Sura 86, Vers 6 bis 7, Tafsil Ibn Qasim. Das ist nicht meine Auslegung, das ist die Auslegung von Ibn Qasim. Sura... Sura 36, Vers 7 bis 8. 86, Vers 6 bis 7. Hast du das gehört? Ah, jetzt geht der raus, um das zu gucken. Ja, das ist das, ne? Der unwissende Gott des Islams behauptet, dass die Frauen, ähm, naja, Spermien haben, und dass der Mann, die Spermien gebildet werden im Nierenbereich. Ja, super. Toller Allwissender Gott. Aber du hast 6 bis... Du kannst nicht raus und reden. Du musst immer hier drinnen bleiben. Man hört dich nicht. Ja, äh, okay, danke. Also du siehst, dass der Gott des Islams Quatsch erzählt. Er sagt auch, dass die Erde flach ist. Ja, die Erde hat nicht die Form einer Kugel oder einer, einem Ball oder was, sondern dass die Erde wie ein Teppich ist, flach. Aber der Gott des Islams ist ein Flat-Earther. Ja, äh, hier, der macht Flat-Earther. So. Stimmt das? Das steht im Koran alles, oder? Ja, genau. Sura 79, Vers 30 und Sura 88, Vers 20. Weiterhin sagt der Gott des Islams, dass die Erde größer ist als die Sonne und die Sonne die Erde umkreist. Sura 36, Vers 38. Hast du schon mal von so einem Haufen Müll gehört? Das soll der allwissende Gott sein? Keine Ahnung. Form zu Jesus Christus. Form zu Jesus Christus, vertraue dem Gott der Bibel und lass dich von ihm retten. Du hast nicht mehr viel Zeit. Bald geht es los und deine Seele schwebt in großer Gefahr. Rette deine Seele, komm zum Herrn Jesus Christus, zu dem heiligen Gerechten, zu dem wahrhaftigen Vorbild, das ewige Leben, dem wahrhaftigen Gott. Amen. Hallo? Bist du noch da? Ja, ich höre. Ja. Du siehst also, dass der Herr Jesus Christus dich von Anfang an geliebt hat und dich retten möchte. Und du hast die große, gute Möglichkeit, gerettet zu werden, weil du hier in Deutschland lebst und dich frei entscheiden kannst. In den islamischen Ländern können die sich nicht mehr frei entscheiden. Da hat der Satan schon den Menschen den Weg versperrt zu Jesus Christus. Und unter Todesangst haben sie Angst, eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Aber hier kannst du eine Entscheidung für ihn treffen, frei heraus. Sei schlau. Sei schlau, mein Lieber. Höre auf die Worte, die ich zu dir spreche und lass sie in deinem Herz durchdrehen. Komm zum wahrhaftigen Gott und zum ewigen Leben. Jesus Christus. Jesus liebt dich. Amen. Ich höre dich, ich lese die ganze Zeit diese Kommentare. Deswegen. Ja, du sollst jetzt nicht Kommentare lesen. Du sollst auch das hören, was ich dir da sage. Ich weiß, ich weiß. Du siehst also, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz alles für dich bezahlt hat. Deine gesamten Sünden, die du begangen hast und noch tun wirst, hat er aufs Kreuz von Golgatha auf sich genommen. Und er hat wegen dir auch ausgerufen, es ist vollbracht. Du darfst heute zu ihm kommen und sagen, Herr, ich war sehr, sehr lange weg von dir. Ich habe von verschiedenen Religionen gehört, dass du nicht der Sohn Gottes bist, dass du nicht für meine Schuld gestorben bist. Aber ich habe durch deine Knechte erfahren, dass das alles stimmt, was du in deinem Wort gesagt hast. Dass du dein Wort bewahrt hast und deine Mission erfüllt hast. Danke, Herr. Ich komme heute mit meiner ganzen Schuld zu dir, Herr und bereue sie. Herr, trage meine Schuld und lasse mich von neuem geboren werden. Amen. Aber du denkst hier, in der Bibel steht doch, also ich sage ja, Jesus ist für die Sünden anderer Menschen gestorben, oder? Bitte? Ihr sagt doch, Jesus ist für die Sünden anderer Menschen gestorben, oder? Ja, für die Sünden aller Menschen. Ja, und in der Bibel steht, man kann nicht für andere Sünden, für andere Leute sterben, für deren Sünden. Das ist aus dem Koran. Keine Last tragende Seele trinkt die Last einer anderen. Das ist nicht aus der Bibel. Ach, warte, ich kann dir den Vers und Suche nennen bei der Bibel. Vers und Suche? Also hier Kapitel und du weißt, was ich meine. Ja, okay, dann nennen wir es. Jetzt geh mal Google, ich stehe Google. Ja, ich meinte natürlich, diese Stelle da, wo der Vater eben nicht für den Sohn bestraft hat. Natürlich, es soll gerecht sein, dass derjenige, der eine Straftat begann hat, selber muss. Sonst wäre es ja ungerecht. Das ist schon mal, du gehst jemanden töten und dann bist du nicht zu erhoffn. Hier, äh, ich hab's gefunden. Ja. Dann kommt die Polizei, dann fass ich auf, jetzt füllen wir dich, weil das ist dein Sohn. Herze Kiel, wer ist, äh, 18, Suche 20? Ezekiel 18, Suche 26? 18, Suche 20. Suche 20? Ja, also, bei euch. Ja. Ezekiel 18, Suche 20? Ezekiel 18, Sohn und so nennt, Nein, das heißt, Ezekiel 18, Vers? Äh, 20. Ja, du liest mal vor. Ja, du kannst ja nicht rausgehen, was ist das? Ja. Du kannst ja nicht rausgehen und reden, das geht nicht. Ach so, äh, ich weiß, ich... Welcher Vers war das? Ezekiel 18, Vers? Hallo? Äh, Vers 18, äh, Suche 20. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Vers 18, Suche... 18, Vers 20, okay. Genau, die Seele, welche sündigt, die soll nicht, die soll sterben. Der Sohn soll nicht die Missetat des Vaters mittragen und der Vater soll nicht die Missetat des Sohnes mittragen. Auf dem Gerechten sei seine Gerechtigkeit und auf dem Gottlosen sei seine Gottlosigkeit. Genau. Das, was mein Bruder gerade erklärt hat. Wenn du zum Beispiel jemanden tötest, dann kannst du ja nicht deinen Vater dafür verurteilen. Das ist ja Quatsch. Da blöde sich. Genau. Hast du das Begriff fest? Ja, das musst du erst mal bestätigen, dass du das verstanden hast. Aber warum würden wir das wirklich machen? Also, für die Sünden sterben. Ja, weil der Herr Jesus die Sünden des Sohnes und des Vaters und von allen Menschen auf sich überträgt. Also, auch der Vater hat ja Sünden. Und der Sohn hat Sünden. Und die Tochter und die Tante und die Cousinen, Onkels. Alle Menschen haben ja Gottes Gebote gebrochen, seine Gesetze. Und somit gesündigt. Gottes Gesetze übertreten, brechen, heißt Sünde. Das heißt, wenn Gott zu dir sagt, du sollst nicht lügen und du lügst, dann hast du sein Gesetz gebrochen und musst bestraft werden. Und damit du nicht bestraft wirst in der Ewigkeit, in der Hölle, weil Lügner, Betrüger, Mörder müssen in die Hölle gehen für Ewigkeit. Aber der Gott will das nicht, dass du in die Hölle kommst, obwohl du ein Sünder bist. Er will dich retten. Und deswegen nimmt er all deine Sünden und von allen Menschen auf sich und bezahlt selber mit dem Tod, damit du nicht im ewigen Tod in der Hölle landen musst. Bezahlen musst. Okay. Verstehst du? Das dürfte für jede Punkte. Hast du das verstanden? Ja, er hat die... Du siehst also, dass es unmöglich ist, dass der Vater für den Sohn die Sünden bezahlen kann. Das kann nur Gott. Deswegen sagt er auch, dass er selber kommen wird, um die Sünden der Menschen zu tragen, weil er fähig ist, im Fleisch die Sünden der Menschheit zu tragen. Nicht der Vater übernimmt die Sünden des Sohnes. Das ist eine falsche Auslegung dieses Verses. Das machen Muslime, weil sie gerne die Doktrin des Islams da reinquetschen wollen. Verstehst du? Aber so ist das nicht. Lass dich nicht verarschen von den Muslimen. Hörst du mich? Aber was hat die Aufgabe für uns, also fragt hier einer, wenn er schon für uns stirbt? Was meinst du? Jemand hat geschrieben, frag mal, was ist dann unsere Aufgabe, wenn er schon für uns stirbt? Ja, deine Aufgabe ist, ihn anzunehmen als sein Herrn und Heiland, den Heiligen Geist zu empfangen und vom Herrn Jesus Christus Zeugnis zu geben. So sieht es aus. Von neuem Geborenwerden, das ist deine Aufgabe. Du hast also die Möglichkeit, dieses Geschenk der Gnade anzunehmen und Ja zu Jesus Christus zu sagen. Ist das nicht wundervoll? Ja, und Buße zu tun von den Sünden. Genau. Buße zu tun. Reue zeigen von Gott für all die Sünden, die du getan hast in deinem Leben und dann dein Rücken, dein Rücken kehrenden Sünden. So sieht es aus. Amen. Amen, Amen. Danke dir, Herr Jesus Christus, dass du gekommen bist, um uns die Liebe Gottes zu beweisen, Herr. Dass du für uns alle gestorben bisher und am dritten Tage auferstanden bist. Dass du den Tod besiegt hast, Herr Jesus Christus. Du wundervoller Gott. Du starker Gott. Ewig Vater. Friede fürst, Herr. Du wundervoller Gott. Was warst du eigentlich für ein Moslem, Alevite, Shite oder Sunnite? Hey, ich kam aus einer schiitischen Familie, aber habe mich für die sunnitische Richtung so sehr interessiert. Ach so. Du bist ein Schia, ne? Ja, ja. Ja, bist du? Iraner. Ja, du kannst dann direkt mal fragen, warum die Schiiten dann die Zeitehe praktiziert, ne? Du weißt ja, was das ist. Rent a woman. Rent a woman. Ist das von Gott? Ist das von Gott? Rent a woman? Du kannst also eine Frau mieten für einen Beischlaf? Ist eine Frau ein Auto für Leasingvertrag? Komm bitte raus aus dieser Religion. Das ist nicht deine Religion. Die haben die uns aufgezwungen und wir Iraner müssen wieder zurückkehren zu unseren Wurzeln. Das ist das. Was sind denn unsere Wurzeln? Unsere Wurzeln ist der Herr Jesus Christus. Das ist unsere Wurzeln. Wir müssen zum ewigen Sohn Gottes kommen, der Mensch wurde und dahin müssen wir kommen. Ganz genau so. Aber in Iran darf man ja Christ sein, oder? Ach, darf man das in unserem Land Christ sein? Unter ganz normalen Umständen darf man Christ sein, ne? Ja, weil da sind 600 Kirchen, deswegen frage ich. 600 Kirchen, ja. Unter Todes, wie leben sie denn dort? Sie dürfen nicht zu Dingen aufrufen. Dein Kopfhörer macht wieder brrrr, 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 die ganze Zeit. Okay, Moment. Mach die mal aus. Ich gehe mal kurz raus, dann kannst du mit ihm weiterreden. Ich gehe mal kurz raus. Die Christen, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hörst du mich, Karan? Ja, ich höre dich, ich höre dich. Ja, die Christen in Iran, die schon seit Jahrhunderten im Iran leben, die dürfen weiter zur Kirche gehen. Aber es darf kein Moslem sich zum Christentum bekehren. Wenn er das tut, dann muss er getötet werden, laut islamischem Gesetz, was Mohammed gesagt hat. Mohammed hat gesagt, wenn jemand seine Religion wechselt, also den Islam wechselt, zu einer anderen Religion geht, der muss getötet werden. Das ist Scharia-Gesetz in islamischen Ländern. Das heißt also, auch die Christen im Iran dürfen nicht Bibel verteilen, dürfen nicht mit Muslimen über den Herrn Jesus sprechen. Wenn sie das tun, werden die auch selber getötet. Die müssen ihren Mund halten. Das ist Islam. Und das ist leider, diese Religion ist leider zu uns in unser Land gekommen, vor 40 Jahren. Und hat unser Land zerstört. Iran. Ja, und die islamische Regierung in Iran hat schon Millionen Iraner getötet. Millionen. Und so eine Religion dürfen wir nicht anhängen. Du bist ja auch für Freiheit. Du möchtest ja auch frei, was weiß ich, Christ, Jude, Atheist, Buddhist sein, wie du willst. Aber im islamischen Staat geht das nicht. Aber welches Christ werden, die durch nach Iran geht? Nee, kannst du nicht mehr. Wenn die herausfinden in Iran, dass du vorher Muslim warst und dann Christ geworden bist und wenn du nach Iran gehst und die finden das heraus, dass du deine Religion gewechselt hast, dann werden die dich töten. Unglaublich. Unglaublich. Das ist gefährlich. Siehst du, das meinte ich. Der Glaube an Jesus Christus für Muslime, die aus dem Islam ausfällt, kann mit dem Tod bestraft werden. Aber der Herr sagt, habt keine Angst, ich habe die Welt überwunden. Ich gebe euch Versicherung. Wenn ihr um meines Namens wenn euer Leben verliert, dann werdet ihr es gewinnen. Der Herr weiß, wie heftig das ist. Wahnsinn, ne? Und wir haben uns für Jesus Christus entschieden, weil wir den wahrlichen Gott erkannt haben. Ja, genau. Ob zu Ali oder zu Hüssen oder zu Hassan, also die vier Kinder und der Kusen vom Propheten Mohammed. Bitte? Was ist eigentlich eure Meinung zu Ali oder Hüssen oder Hassan? Gar keine Meinung zu denen. Alle sind tot. Der Einzige, der von dem Toten auferstanden ist, ist Jesus Christus. So ist das. Er lebt auch im Koran, sagt der Allah, dass er ihn zu ihm entporgehoben hat. Das muss ihm ergeben. Jesus Christus lebt seit über 2000 Jahren bei Allah auf seinem Thron, neben seinem Thron. Heftig, ne? Er lebt auch seit 1000 Jahren. Was? Ali, Ali, er lebt auch so ungefähr seit 1000 Jahren. Wer? Imam Mahdi, ist der Antichrist aus dem aus der Bibel. Das ist Imam Mahdi. Er ist aber echt der Antichrist. Sei schlau, komm auf die Seite des Herrn Jesus Christus, bereue deine Schuld vor ihm, sei eine als so, äh, so, ja, diese sexuelle Handlungen zu tätigen in seinem Himmelreich. Hast du, ist das die Vorstellung von Gott? Nein. Siehst du, sehr gut gesagt, nein. Das ist nicht Gott. Verstehst du? Du hast richtig geantwortet, das ist nicht Gott. Wer ist das dann, wenn das nicht Gott ist, der sowas verspricht? Äh, keine Ahnung. Der Teufel. Wenn das nicht von Gott ist, dann müsste das ja von was sein? So, ja. Teufel. Siehst du? Also hast du aus dem aufrichtigen Herzen geantwortet und hast gesagt, ja, das kann nicht von Gott sein, das muss von Teufel sein. Denn er verspricht uns diese weltlichen Sachen. Ruhm, äh, Frauen, ähm, Alkohol und diese ganze Zeugs, was hier auf der Erde ist. In Kärten eingehen, von Jünglingen bedient werden und so, das ist heftig. Stell dir mal vor, so kleine Jungs kommen zu dir und bringen dir so einen Teller mit Obst und sowas. Was ist das bitte? Das ist schon mal und sowas gehöre zu kleinen Jünglingen, die dich bedienen werden in Suche. 52 bis 24. Und stell dir mal vor, du hast dann Neigungen zu Kindern. Du kannst dann mit denen dann Sachen anstellen, weil im Paradies ist ja nichts mehr verboten. Alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt. Das heißt, du kannst auch mit dem kleinen Kind, der ist nicht gerade bedient, kleine Jünglinge, kannst du dann ganz, ganz schlimme Sachen machen. Nichts ist verboten. Alles ist erlaubt. Das ist das Motto von Allas Religion und Allas Himmelreich. Do what you will. Leute, kennt ihr den Satz? Do what you will? Mach auch immer, was du willst. Kein Problem. In meinem Himmelreich kannst du machen, was du willst. Da ist ein Markt, da sagt Allah durch Mohammed, der ihm das gegeben hat, da sagt der Mohammed, da ist ein Markt im Paradies, da gibt es nur Bilder von Frauen oder Männern und jeder Mann oder jede Frau, die sich einen Mann oder eine Frau wünscht, der wird in ihr eintreten. Oh, Mann mit Mann, Frau mit Frau, dort gibt es keine Grenzen mehr. die Abscheulichkeit geht richtig da oben los. No Limit. No Limit. Ja. Ja, so sieht es aus. Und dann, wenn du noch, wenn du noch, ja, sag mal schnell, wenn du noch Glück hast, dann wird dann Allah dir dann, dann folgendes noch zeigen. Ich zeige dir das mal ganz kurz. Wenn die Muslime dann eintreten, dann kriegen sie sogar noch das mit auf den Weg. Guck mal. Das kriegen sie dann mit. Nichts anderes ist das. Das kriegen sie dann. Kommt rein in Allah, Himmelreich. Dretet ein im Candy Shop. You can have it your way. How do you want it? Siehst du? Wahnsinn, ne? Alles kannst du ausleben in Allah's Himmelreich. Das ist der offizielle Song von Allah's Himmelreich. Absoluter kranker Hauft. So heftig ist das. Die Muslime sind empört über diesen Song. Leza. Leza, die Muslime sind am Ende wegen dieser 50 Cent und Candy Shop. Aber verstehe nicht, dass ihr eigener Gott Candy Shop im Himmelreich bespricht. Und das ist der Enten dazu. Die Hymne zum Candy Shop von Allah. Ja. Ja gut. Man muss erst mal den Muslimen erklären, dass das so wirklich in ihren Schriften steht. Mit den Jungfrauen, Paradies, große Busen, große Hintern, ein Kilometer breite Hintern und so und dass der PENIS von denen auch 100 Kilometer lang wird. Und diese... Ich bin froh, dass der vier Vorgel sich entschieden hat. Leza. Stell dir mal vor, Amir, in diesem Paradies, Amir, wenn die alle so 100 Kilometer lange Dinge haben, so 100 Millionen, wenn die sich da hin und her bewegen, Amir, was mir das aussieht. Aber das wissen die meisten Muslime nicht. Die wurden ja auch alle betrogen. Man muss denen das alles erklären. Man muss denen erklären, ja, sowas steht in den islamischen Schriften und Leute, es ist Zeit, der Realität ins Auge zu schauen und zur Wahrheit zu kommen, diese Dinge zu verlassen und zur Wahrheit zu kommen. Aber wenn die es wissen, ist, ich muss dir mal vorstellen, die Ehefrauen von diesen Männern, die auf der Erde mit diesen Männern verheiratet waren, dessen P in der es jetzt 100 Kilometer lang ist, die werden das in der Ewigkeit eben auch beobachten, wie der Ehemann mit dem seine 100 Kilometer Ding dann Jungfrauen entjungfert. Und das ist natürlich auch ein schöner Himmel bis in aller Ewigkeit für die Frau. Für die Ehefrau. Das hast du erlebt. Ihr Interesse zu beobachten. Hast du Pablo's kurz zu erfahren, ich muss mich bei ihm entschuldigen. Was? Ich muss mich kurz bei Pablo entschuldigen. Pablo's. Pablo's, willst du ihn entschuldigen? Ich möchte mich bei ihm entschuldigen. Ja, sag ich doch. Warum? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? So ein Reiffliehen ist ein bisschen eskaliert, deswegen. Was hast du denn gemacht? Was hast du gesagt? Jemand hat ihn halt bedroht und ich hab diesen Erfolg. Ich hab einen schiedlichen Gelehrten hochgetan und er hat ihn halt bedroht, den Kopf abmacht, wenn er noch einmal ist. Und wie muss halt sein. Also wie zu ganz er halt von Frieden bedroht wurde. Ja, aber dann siehst du immer, was für eine Religion, diese Religion, nicht mal deine Religion, diese islamische, schiitische Religion, was das für Religion ist, dass die Leute bedroht mit Kopf abschneiden und sowas. Siehst du, wie das ist? Das siehst du mit deinen eigenen Augen und hörst mit deinen eigenen Ohren. Deswegen sagen wir, diese Religion hat bei uns nichts mehr zu suchen. Das ist eine gewalttätige Religion, das anderen Menschen das Leben nimmt und unterdrückt, die Rechte anderer Menschen und Religionen nimmt. Ja. Und das kann... Ja. Und das kann... Gottes Segen. Gottes Segen. Danke, dass ich vorzuhren habe. Ich kann der Herr sich nicht vergeben. Ich habe ihr nicht angezeigt. Ich habe gesagt, ich liebe meine Feinde. Ich habe dir ein Bibelferst gegeben, dass du ihnen das weitergeben sollst, diesen Bibelferst, dass man seine Feinde lieben soll. Nur traurig, dass Islam so ist, dass man direkt so reagiert, weil man keine Antwort mehr, keine Argumentation mehr hat. Er hat das gemerkt und dann hat er mir sofort seine Nackentherapie. Das ist traurig. Aber Kahan, du hast doch selber gesehen, du wolltest, dass ich mit dir rede, das habe ich getan. Er hat auch zugegeben, dass der Koran verfälscht ist und Mahadi den originalen Koran hat und der in Zukunft erst kommt. In der Zeit habt ihr einen verfälschten Koran. Das hast du selber zugegeben und er zugegeben. Der Uthman Ibn Affan, den Koran den ihr habt, der ist verfälscht. Das weißt du, das hast du selber zugegeben, der ja auch. Da ist es ja auch ein Widerspruch in sich. Die Muslime glauben, dass der Koran, den wir heute in der Hand halten, unvollständig ist. Und die islamischen Schriften geben uns absolut recht. Wartet nur ab, wenn ich Leute etwas gezeigt und haben schon den Islam ruiniert, aber wenn ich dann noch mal rein bretter, dann ist auch noch mal vorbei. Ja, guck mal, ich habe mit den Schrippen ist das so, die haben einen Koran von Uthman Ibn Affan, das ist der normale Koran, den ältesten, den es gibt. Das ist nicht der Originale, ist eine Kopie des Originals. Uthman Ibn Affan alle Schriften verbrannt hat, sind alle weg, der ist der letzte Koran den die haben und die Schieden sagen, der ist auch verfälscht, das wissen die, die warten auf Mahandi, so heißt dieser Typ, der in Zukunft Mahandi, Mahad Mahandi, Mahadi, 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 warten auf Mahadi, Mahadi, er. Die warten auf Ashwagandha, der kriegen die Power, wenn die Ashwagandha mit Gandhi zusammen essen. Auch da sind Street Fighter, Yoga Feil, Yoga Feil. Guck mal, die warten auf diesen Mahdi und der bringt ja den originalen Mahdi. Der bringt ja den originalen Mahdi. Und ja, dann denke ich mir, ja, ihr habt uns Smugel gegeben, das nicht. Guck mal, der hat dazugegeben, dass der Koran verfälscht ist. Und da muss man doch mitmachen, da muss man doch nachdenken und sagen, ja, ich lese gerade ein verfälschtes Buch. Wie willst du denn da rechtgeleitet werden? Wie willst du da rechtgeleitet werden? Das ist ja Quatsch, das ist ja völlig bekloppt, da brauchen wir Gott gar nicht mehr zu vertrauen. Die Muslime wissen ja gar nicht mehr, was die dann sagen. Das ist das Problem ja. Karan, du hast Angst, ich weiß das, du hast einmal gesagt, was wäre, wenn ich Angst habe, den Islam zu verlassen? Ich weiß, dass die dir drohen, ich weiß, dass die dir dein Leben wegnehmen, wenn du den Islam verlässt. Dann such dir direkt Hilfe, Karan. Du kannst sofort zur Polizei sogar auch noch gehen, bei sowas, aber du musst auf den Herrn vertrauen, selbst dein Leben sogar hingeben für den Herrn, denn das Leben hier ist nur begrenzt. Das Leben danach ist ewiglich. Meinst du nicht, du hast mehr Angst vor der Hölle, statt einmal seinen Kopf wegzubekommen? Die Hölle ist doch viel schlimmer, die Hölle ist doch viel schmerzhafter. Karan, ich weiß, dass du Angst hast, ich weiß, dass wirklich, aber wirklich, verlass diesen Islam, flüchte von diesen Menschen, von mir aus, geh eben wo, dass du ganz alleine bist. Aber der hat ja eigentlich nichts zu tun mit seiner Religion, das ist ja das Heftige, du hast sowieso nichts damit zu tun. Dann kannst du auch sagen, ja gut, ich treffe lieber eine Entscheidung für Jesus Christus und rette sogar noch meine Seele. Ich weiß, dass du Angst hast, aber du kannst das schaffen, du musst auf Gott vertrauen, wenn du nicht auf Gott vertraust, ja dann kann man auch nicht mehr. Ich kann kein Persisch, Bruder, ich bin es davon wieder. Ich habe gesagt, du brauchst von niemandem Angst zu haben, du brauchst von nichts Angst zu haben. Gott steht dir immer bei. Du siehst auch, was er mit mir gemacht hat. Die Leute wollten mich ermorden und Gott war direkt da, um das aufzuhalten. Verstehst du, du kennst ja meine Geschichte, das ging ja durch ganze Welt. Meine Geschichte ist bis nach Amerika durchgedrungen. Da lacht er, Gott war da. Oh, wie behemmert. Wer war denn sonst da? Meine Oma oder was? Wer hat mich beworben? Das tust du doch für die Ewigkeit. Nein, das ist wichtig. verlass diese Leute, blockiere die alle am besten. Du brauchst die gar nicht mehr zuhören. Die haben zugegeben, der Koran ist verfälscht. Auf was wartest du noch? Du wolltest, dass ich mit der Rede, das habe ich getan. Er hat auch zugegeben. Koran ist verfälscht. Ja, das hat er gesagt. Ja, ist verfälscht. Und das halte ich fest. Er weiß nicht mal, welche Suche von Schätan ist. Karan rettet deine Seele, wirklich. Das hat er sich auf ihn vergeben. Danke, Godes. Gottes Segen, Bruder. Gott ist ihm Bruder, Risa. Karan, rettet mich. Ich habe mich doch bei dir entschuldigt. Ja, aber ihr wollt ja einfach meinen Nackentherapien machen. Nein, nein, nein. Ich bin nicht dran. Der Segen ist nicht dran. Okay, macht es mich dafür. Gottes Segen. Ja. Entblocks du mich? Quitsche, Jux, ne? Mach dir Gedanken um deine Ewigkeit, mein Lieber, okay? Hast du noch eine Frage, dann hole ich den nächsten hoch. Ah, jetzt ist er rausgegangen. Ja. Ja, die Leute drohen dem Typ, den kleinen Jungen, dass er den Islam niemals verlassen soll. Guck dir das mal, was das für eine Glaubensgemeinschaft ist. Unglaublich. So nach dem Motto, wie geht es euch? Wir wollen nicht hindurch, aber du, der du hineingehen willst, dich hindern wir auch daran. Wahnsinn, ne? Hallo? Wie geht es euch? Wie geht es euch? Ja, gut geht es dir? Ja, ich habe eine kurze Frage. Eine kurze oder eine lange Frage? Dauert nicht lange. Glaubst du auch an Genesis als Christ? Als Christ an Genesis? Ja, wie heißt das denn noch? Wie heißt das denn noch? Genesis? Ähm, Exodus, aber ich rede gerade von Genesis. Glaubst du daran? Ja, okay, was ist denn Genesis? Was ist denn Genesis? Äh, Genesis ist, äh, Tora, ja. Ja, okay, ich weiß, dass es die Tora ist, aber welches Buch Mose ist das denn? Ähm, das ist jetzt, äh, Genesis 1 und da habe ich eine Frage an dich, bitte. Ja, aber welches Buch Mose ist das denn? Ich weiß, dass das die, äh, im alten Testament ist. Das ist das Buch 1, das müsste, das Buch 1 sein, da bin ich gerade am lesen und da habe ich eine kurze Frage, ähm, ähm, äh, Genesis 1, 27 sagt, äh, äh, dass er, ähm, 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 die Menschen erschaffen hat, die Menschen hat er erschaffen am sechsten Tag, Mann und Frau hat er erschaffen und dann frage ich dich, in Genesis kommt dann, äh, kommt dann, dass Adam traurig war, weil er alleine war, er musste alleine arbeiten und er war so traurig und dann hat ihn sich Gott erbarmt und über Nacht, als er einschlief, hat er ihm, äh, aus der Rippe Eva geschenkt. Ja, was jetzt? Ich denke, am sechsten Tag hat er, äh, 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 die, die, äh, Frau und Mann erschaffen. Was bedeutet denn Adam? Was bedeutet denn Adam? Adam ist der erste Mensch, wo er erschaffen wurde. Aha, also hat er gesagt, er hat den Menschen geschaffen und er hat Gott gesagt, es ist nicht schön, dass er alleine bleibe, der Mensch, deswegen wird ihm eine Gefährtin dahin tun. Hast du das jetzt kapiert? Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Blödsinn-Haufen habe ich hier keine Lust. Danke für deine Aufmerksamkeit. Der Herr sagt doch, es ist nicht in Ordnung, dass der Mensch alleine bleibt. Daher will ich ihm eine Gehilfin machen, du Panne-Type. Boah, wie verw- das kannst du keinem erzählen. Ja, vor allen Dingen, wie der gelogen hat. Der hat ja gesagt, Adam war so traurig. Ein Haufen von Lügnern haben keinen Platz hier. Vernünftige Leute, die zitieren werden, werden anerkannt. Aber die Lügner und die Trüger sofort. Ja, der war so traurig, der Adam, der war depressiv, der war schon bei vielen Ärzten und wir konnten ihm nicht helfen. Und dann hat er zu Gott gesagt, ja, lieb mich, der lieb mich nicht. Der hat eine Pusteblume genommen im Paradies und hat ihm eine Blätter. Na, guck dir an. Was denn? Der war traurig, der Adam. Also, Genez ist das erste Pumose. Ader, er weiß doch nicht, weil Genez ist das erste Pumose. Da fangt Exodus. Exodis, Exodus, Exodus. Exodus, Exodus. Exodus, Exodus. Exodus, wie nennt er das? Intus. Der hat zu viel Intus gehabt. Also, zu lange. So wurde er aus Exodus, Exodus, Exodus. Too much Kennedy written, my brother. Too much Kennedy written. So viel Intus. Intus und Exodus miteinander vermischt, dann kommt Exodus raus. Ja, das ist das. Wenn ihr seht, da bin ihr dann... Adam war so traurig. Ressa, wenn wir das also lesen, so hat der Herr Jesus, so hat er ja genau, der Herr Jesus Christus, der den Menschen erschaffen hat, hat ihm dann gesagt, ich will ihm eine Gefährtin machen. Adam bedeutet Mensch. Ja, er hat die Kreation vollendet und dann hat er aus der Rippe seine Gehilfe gemacht. Ende aus. Und jetzt gebe ich ihm, der wollte einen K.O. Schlag machen, bei uns rein, und jetzt gebe ich ihm den K.O. Schlag seines Lebens, was mit dieser Geschichte auf sich hat. Als Adam in Schlaf gelegt wurde und seine Seite geöffnet wurde und dadurch seine Braut entstanden ist. Seine Braut ist erst entstanden, als die Seite von Adam geöffnet wurde. Woran erinnert uns das? Jede Geschichte der Bibel ist Jesus Christus und seine Braut gemeint, was symbolisiert wird. Ihr habt verloren, ihr werdet für alle Ewigkeiten in die ewige Verdammnis gehen, ihr Muslime, weil ihr einem Lügen und Betrüger geglaubt habt. Und ihr werdet dahin gehen, von Lügen und Betrüger und dann hinkommen. Adam wurde in den Schlaf gelegt. Um seine Braut zu bekommen, musste Adam erst entschlafen. Was bedeutet das, Amir? Sterben. Ah, der Herr Jesus, also musste sterben am Kreuz, damit seine Braut gemeinten entsteht. Also Adam wurde in den Schlaf gelegt. Seine Seite wurde geöffnet. Was erinnert uns das? Seine Seite geöffnet. Die Kreuzigung. Ja, aber in seiner Seite. Er wurde gestochen in seine Seite. Genau, seine Seite wurde von dem römischen Soldaten mit einem Speer geöffnet. Wahnsinn. Und als das Blut rauskam, das Blut, das zur Entsündigung von seiner Brautgemeinde notwendig war, erst dann ist die Braut entstanden, Eva. Die sündigt. Wahnsinn. Er hat den einfach Islam ruiniert. Leser, du hast den Islam gerade ruiniert. Ende. Jede Geschichte, die die Muslime nehmen, um daraus einen Angriff zu starten, wird gegen sie verwendet, mit, dass da die Symbolik des Herrn Jesus Christus ist. Alle Geschichten aus dem Alten Testament sind immer Symbolbilder auf den Herrn Jesus Christus. Amen. Weil der Gott weiß, dass es in späteren Zeiten Leute gibt, die auf einmal anfangen, seine Schriften versuchen zu verfälschen. Da hat Gott auch in seiner Weitsicht gesorgt, dass das nicht passiert. Amen. Danke, mein Herr, oh mein Gott. Danke. Shalom, dadasch, Amir. Shalom, dadasch, Reza. Beg ne Zitatung für euch. Diesen Argument, was der Reza gerade rausgehauen hat, unnormal stark, das war mir bis jetzt selber nicht einmal bewusst. Nicht mehr. Nicht mehr. Nicht mehr. Ihr seid echt, ihr seid echt der Hammer. Es gibt auch unnormal viele Leute in den Chat, ihr wisst das nur selber nicht gleich, weil ihr jetzt keinen Kontakt mit denen direkt habt. Es gibt unnormal viele Früchte, die ihr beide am Tragen seid. Und vor allem, der Reza hat ja mit dem Propheten aus dem Altes Testament gerade etwas zitiert, wenn du einen Moslem fragst, warum der Prophet Jonas, ja, Jonas, drei Tage im Bauch von einer Wahl war, du kriegst keine islamische Antwort. Die Antwort ist nur Jesus Christus. Und diese Synonyme, dieses Spiegelbild, diese rote Faden, sag ich mal, was durch das Altes Testament die ganze Zeit läuft, am Ende des Tages, wird das am Kreuz erfüllt. Weil Jesus hat auch selber gesagt, Herr, es ist erfüllt. Alles, was im Altes Testament prophezeit wurde, wurde Gott sei Dank, gepriesen sei sein Name, erfüllt. Und Leute, jetzt speziell an die faule Muslime, ja, ich habe sehr lange Zeit gebraucht, um überhaupt Islam abzulehnen, ja, ich habe auch erstmal Angst gehabt, boah, was wenn doch Islam die Wahrheit ist, und so weiter, und so fort. Setzt euch hin mit einem Laptop, mit einem Tablet, guckt die Videos von Amir, ja, er nennt euch Quellen ohne Ende, ihr müsst kotzen vor diese Quellen, weil das so viele sind, und irgendwann, ja, irgendwann, könnt ihr nicht mehr einstecken, irgendwann ist das echt zu viel, ihr denkt euch, boah, irgendwas ist mit dieser Jesus. Weil, was hat dieser Jesus, dass Islam ihn erstens falsch darstellt, als ein Prophet, was hat dieser Jesus, dass diese, ja, Regenbogenfahne, sag ich mal, TikTok sportlich, was hat dieser Jesus, dass die ganze Welt sich gegen ihn richtet, die Satanisten in der Musikindustrie, alle wenden sich gegen Jesus, ich meine, wenn Allah doch die Wahrheit ist, warum greifen die aktiven Satanisten nicht Allahs Botschaft an, warum machen die sich nicht lustig über Allah, Allah ist einfach eine erfundene Geschichte, Allah gibt es nicht, ich habe sehr lange Zeit gebraucht, um diesen Mut zu haben, um zu sagen, ey Allah, du bist nicht Gott, ja, hat Zeit gebraucht, hat Stolz gekostet, aber am Ende des Tages, laufe ich mit einem erleuchteten Auge durch die Welt, wenn ich jetzt draußen rumlaufe, so verrückt es für die Geschwister auch klingt, ich kann in manchen Menschen, deren Dämone sehen, so eine Erkenntnis, habe ich mittlerweile bekommen, und ich kann euch nur sagen, seid nicht faul, es gibt einen Gott, ob das Buddha ist, ob das Jesus ist, betet einfach, am Ende des Tages kriegt ihr die Erkenntnis. Alle Leute, die eben nach der Wahrheit suchen, die sollen Gott einfach ganz neutral darum bitten, dass der Gott sich ihnen offenbart, wer er ist, und der Herr, der Gott, der wahre Gott, der wird sich dann melden, der wird sich offenbaren, und das Ding ist, ich bin selber Iraner, von Mutterseite bin ich Afghaner, ja, meine väterliche Seite, denen ist es egal, dass ich Christ geworden bin, aber die mutterliche Seite, wir sind ja hardcore Afghaner, und ich war so eine Schande für die Familie, dass sie mich mit Säure attackiert haben, also wirklich, die haben mein Gesicht mit Säure attackiert, ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich Kameran machen würde, ihr würdet da kein Mensch erkennen, und da sind so diese Sätze, was mir wiederum meine Glaube bestätigt hat, die werden euch wegen meinen Namen verfolgen, die werden euch töten wegen meinen Namen, und da erkennst du, was für eine Kraft, Amen, spätestens da erkennst du, was für eine Kraft hinter dem Namen Jesus steckt, was hat dieser Jesus, dass man wegen seinem Namen dich verfolgt, Dein Lohn ist groß, mein Lieber, Dein Lohn ist groß, Wahnsinn, Amen, wie gesagt, kannst du uns ein bisschen darüber berichten, kannst du uns ein bisschen berichten, wann ist das passiert, was mit dir passiert ist, gerne, also, ich habe vor, sagen wir mal, vier Jahren, kurz vor dem Akku, 2021, da hatte ich ein Schicksalsschlag in der Familie erlebt, Opa ist in Afghanistan gestorben, und, ja, ihr kennt das doch so gegen Islam, man muss Koran rezertieren, bei Trauerfeiern und so weiter und so fort, ja, habe ich die Suche 55 gelesen, aber weil ich schon Arabisch voll verlernt habe, ja, ich habe die ersische Übersetzung gelesen, Digga, da stand irgendwas mit Jugendfrauen, und ich habe mir nur die Frage gestellt, ist mein Opa mit Jugendfrauen gerade? Also, ich bin hier unten am Trauern, und er ist da oben mit Jugendfrauen. Wenn da mal stunden geht, also, genau, also, spätestens da, kam die Frage in meinen Kopf, boah, was bedeutet das? Ein paar Wochen später, ein Kollege von mir, er heißt Tolga, schöne Grüße, falls ihr das sieht, er hat mich mit deinen Videos gedrängt, ich habe den Islam, monatelang verteidigt, irgendwann konnte ich nicht mehr, ich habe mich hingesetzt, alle deine Videos angeschaut, sogar zweimal angeschaut, bis ich kotzen musste, mein Bruder, ich konnte nicht mehr einstecken. Alle Ehre dem Herrn, der Hammer. Amen, Amen, irgendwann kotzt du nicht mehr, wenn du wirklich ein Opfer des Herzens hast, wenn du ein gottesfürchtiger Mensch bist, du hältst nicht an das eine fest. Wenn am Ende des Tages Jesus die Wahrheit ist, dann hast du Arschkarte gehabt, mein lieber Muslim, oder jemand, der Jesus jetzt nicht angenommen hat. Ja. Man braucht sehr viel Demut, ja, man muss auch sich wirklich sehr viel Zeit nehmen, um letzten Endes die Bestätigung zu haben, okay, Jesus ist Gott. Sei es wissenschaftlich, sei es geistlich, sei es diese schwarz-och-weiß-Vergleiche mit Islam. Ich habe für mich auf jeden Fall genug Argumente gesammelt, dass ich meine mutterliche Seite, die Familie, mit deinen Argumenten, die ich selber dann irgendwann gelernt habe, konfrontiert habe. Ja, ja. So kamen die zu mir. So haben die mit mir argumentiert. Und dann kam ich mit den Jungfrauen und so weiter. Ich so, hey, mein Opa hat gerade Jungfrauen, oder wie ist das? Erklärt mir das mal. Am Anfang gab es ganz normale Debatte. Irgendwann konnten die nicht mehr. Irgendwann haben die sich beleidigt gefühlt, haben mich in meiner Wohnung besucht. Und, naja, ich bin auf jeden Fall stolz, dass ich ein jüngeres Herrn bin. Und ich bin auf jeden Geschwister stolz, die die Wahrheit gesucht haben. Das braucht wirklich viel Kraft. Es braucht, das kostet dir wirklich viel Kraft und Stolz. Aber am Ende des Tages, du wirst erfüllt. Deine innere Leere wird erfüllt. Du wirst mit einem erleuchteten Auge durch die Welt gehen. Du erkennst alles. Und, boah, Hinterpäsung Jesu ist einfach etwas ganz Großes. In dem Namen Jesu Christi liegt Kraft. Amen. 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 Sehr schön. Bruder, ich danke euch bei dir auf jeden Fall. Bitte. Ich wollte nur sagen, dass du das Zeichen des Herrn Jesus Christus jetzt dein Leben lang an dir trägst. Wie so eine Art Tätowierung. Amen. Ist auch so. Du trägst den Herrn Jesus Christus an deinem Leib. So sagt der Apostel Paulus. Ja, wir tragen immer den Tod des Herrn Jesus an unserem Leib. Das Zeichen seines Todes. Amen. Gegrüßend sei sein Name. Und Männer, ich danke euch. Und ich bin so überwältigt, wie der Herr Jesus Christus Ja, uns alle benutzt, ne? Auch ihr, die ihr das Ganze geteilt habt und dass ihr so viele Menschen erreicht habt. Und so, ein Wahnsinn. Und daran sieht man, dass man eben Islamkritik, da sieht man, was einem passieren kann, wenn man den Islam kritisiert. Das ist das Problem. Und trotzdem sollen wir uns nicht fürchten, sagt der Herr. Ja. Ja, ihr wisst ihr euch nicht. Daher, ihr seht, manche Leute bezahlen mit ihrem Leben, aber hier in Europa, selbst hier in Europa, wo man denkt, dass man halt in einer zivilisierten Welt lebt, wo Recht und Ordnung herrschen, trotzdem sieht man, dass diese islamischen Angriffe auch hierhin importiert wurden. Ja, das ist das Problem. Trotzdem sollen wir eigentlich Angst haben und den Herrn Jesus bekunden. und bis der uns abholt. Oder eben vorher durch den Tod. Ist ja kein Problem. Entweder wir sterben oder der Herr Jesus holt uns durch die Entrückung ab. In beiden Fällen sind wir Sieger und sind beim Herrn, alle Zeit. Das heißt, der Tod ist, der Herr Jesus hat den Tod für uns zum Sieg gebracht. Amen. Verstehst du? Normalerweise ist der Tod für die anderen der größte Verlust. Philippa 1, 21. Christus ist mein Leben und Sterben ein Gewinn. Amen. Genau. Das heißt, wenn die uns töten und die meinen, uns ist was Schlechtes angetan, das ist aber ein Sieg für uns. Wir sind beim Herrn Jesus Christus in der Herrlichkeit dann. Amen. Amen. Also in jeder Hinsicht haben wir gewonnen. Deswegen wollen wir den Herrn jetzt auch preisen. Deswegen wollen wir den Herrn jetzt auch preisen. Lesa, deswegen wollen wir den Herrn Jesus Christus jetzt auch preisen, loben und ehren. Amen. Hören wir. Sie hat das sehr schön gesungen. Psalm 91 gesungen. Psalm 91 gesungen. Verspricht mein Gott, ich traue dich, du nur gibst mir der Mann. Verspricht mein Gott, ich traue dich, du nur gibst mir der Mann, ich traue dich, du nur gibst mir der Mann. Verspricht mein Gott, ich traue dich, du nur gibst mir der Mann, ich traue dich, du nur gibst mir der Mann, ich traue dich, du nur gibst mir der Mann. So sieht's aus, unsere Zuversicht, unser Heil, unsere Burg, unsere Festung, auf der wir bauen. Verspricht mein Gott, ich traue dich, du nur gibst mir der Mann, ich traue dich, du nur gibst mir der Mann. Amen. Feine Zuversicht. Amen. Anibat, wer bei dir Schutz sucht. Ja, so preisen wir dich, Herr Jesus Christus, danke für alles, was du in unserem Leben tust, ja. Amen. Ja, singt dem Herrn Jesus Christus, lobt, singt ihm, ne. Alle ihr, die auf Erden seid, singt ihm Lieder. Lobet den Herrn, meine Seele. Und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Ja, das ist Jesus Christus. Der es auch verdient hat, dass man ihn lobt, ehrt und preist. Sonst niemand. Ja, das ist echt super, ne. Die Arbeit bringt echt Früchte. Und ich danke auch Gott, dass er mein Bruder und mich die ganze Zeit benutzt, damit wir sein Wort weitergeben. Dass wir diese Aufklärungsarbeit machen, sowohl meinem Bruder in diesem okkultistischen Weg, um den Menschen dort zu zeigen, dass der Satan existiert und etwas gegen Jesus Christus hat. Und ja, und mich halt in der islamischen Richtung. Weil ich mich ja damals extrem mit meiner Religion auseinandergesetzt habe und das Ganze jetzt hier nach vorne bringen. So ist das. Heftig ist er, ne, wie der Herr uns beide so eingesetzt hat dafür, ne. Großartig. Großartig ist der Herr, was FIW gegeben. Das ist eine große Ehre, dass er uns benutzt, um zu sein Ziel zu kommen. Amen. Und so viele Menschen wie möglich zu retten. Das ist großartig. Ewiglich will ich dem Herrn Jesus dann. Amen. Ja, das ist natürlich immer wieder diese Geschichte mit Markus 13. Markus, gerade Markus' Evangelium beleuchtete den Herrn Jesus Christus als den Menschen. Genau. Deswegen kommen solche Passagen da vor. Ja, das ist z.B. eine Stunde, ich weiß, etc. Aber z.B. ein Johannes-Evangelium beleuchtet den Herrn Jesus Christus aus der Perspektive Gottes. Und deswegen kommt. Oh, ich weiß nicht. Kommt. Danke. Ja, genau. Urlaubsreif. Ja, komm. Kommt mal. Genau, Johannes-Evangelium, wo der Herr Jesus dann sich als ewiger Gott darstellt. Es geht schon mit dem Johannes-Prolog los. Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das heißt, der Herr Jesus wird sofort im Johannes-Evangelium als Gott dargestellt. Ja, bevor Abraham war, bin ich. Bin ich. Ich gebe Ihnen das ewige Leben. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Ja, das ist alles Attribute Gottes. Wie kann ein Gott... Genau. Ja. Gott gibt uns das ewige Leben. Der Herr Jesus sagt, ich gebe Ihnen das ewige Leben. Gott hat Jesus Christus von den Toten erweckt. Der Herr Jesus sagt, ich habe die Macht wieder auferstehen. Von mir alleine, mich aus den Toten auferstehen zu lassen. Und... Wer sagt, gibt es eine Stelle, wo der Herr Jesus Christus wusste, was alles passiert? Wenn er nicht, wenn er nicht, wenn er also unwissend ist, wie kann er das alles wissen? Pass mal auf. Johannes ab Kapitel 18, aber auch Judas, der ihn verrieht, ab Vers 2, kannte den Ort, den Jesus versammelte, sich auch dort mit seinen Jüngern. Nachdem man Judas die Truppe und von den obersten Priestern und Pharisäern Diener bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln und Lampen und mit Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus, den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen, ich bin's. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihnen, der ihn verriet, als er nun zu ihnen sprach, ich bin's. Wischen sie alle zurück und fielen zu Boden. Der Name Gottes ist gefallen. Ich bin's. Jahwe, Jehova, seht ihr, als er gesagt hat, ich bin's, sind sie alle zurückgewichen. Da ging eine Kraft von ihm heraus. Nun fragte er sie wiederum, wen sucht ihr? Sie aber sprachen Jesus, den Nazarener. Jesus antwortete ihnen, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr mich, danke dir, Kunzi. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen, damit das Wort erfüllt würde, dass er gesagt hatte, ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast. Amen. Ja, genau. Und weiter gehst mit der Gottheit des Herrn Jesus, wo du gerade die Allwissenheit des Sohnes Gottes ansprichst. Wiederum Johannes Evangelium 21, wo der Herr Jesus mit Simon Petrus spricht. Und Simon Petrus sagt zum Herrn, Herr, du weißt alles. Johannes 21, Vers 17. Da spricht er zu dem Herrn Jesus als Sohn Gottes Gott. Als beherrlichter Mensch Gott, ne? Ja, da spricht Simon Petrus dann zu dem Herrn Jesus als Gott. Ihn als Gott an. Und du sagst, du weißt alles. Johannes 21, Vers 17. Und da siehst du immer wieder, das kommt alles in Johannes Evangelium vor. Ja, genau. Lies mal vor. Und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürteln und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hat, bespricht er zu ihm, folge mir nach. Genau, da sagte Herr Jesus ihm sofort auch seine Zukunft und seinen Todeszeit, also wie er sterben wird. Ja, dass er abgeführt wird vor den Richtern und hingerichtet wird. Also auch die Zukunft von Petrus wusste der Herr sofort. Nicht, also dass der Petrus nicht an Altersschwäche sterben wird, sondern eben, dass er ermordet wird. Ja, der einzige, der im Alter sterben durfte, war Johannes, der Apostel Johannes. Den Jünger, den der Herr Jesus liebte. Also, Apostel Johannes war sich am meisten von den Jüngern bewusst darüber, dass Gott, also der Herr Jesus, ihn liebt. Und er war ja auch vor dem Kreuz, also er hat sein Leben auch nicht geachtet, dass er ihm verhaftet wird vor dem Kreuz. Mach er eben so. Und ja, das ist eine großartige Tat. Und ja, deswegen ist der Apostel Johannes auch, meiner Meinung nach, also bewahrt worden. Aha. Und genau, da ist er halt, wenn du so bist, an Altersschwäche gestorben. Das wissen wir nicht ganz genau, aber wir wissen ja, dass er der letzte Prophet des Neuen Testaments war, weil er die Offenbarung ca. 98 nach Christus bekommen hat vom Herrn Jesus Christus. Da war er fast 100 Jahre alt, der Apostel Johannes. Ganz, ganz alter Mann auf der griechischen Insel Patmos, verbannt, alleine auf sich gestellt und plötzlich kommt der Herr Jesus und gibt ihm das letzte Buch der Bibel über die Zukunft und das Ende der Welt. Ja, wundervoll. Wie wundervoll der Herr Jesus Christus ist. Reza, meinst du, es gibt noch eine Möglichkeit, für den Vogel umzukehren und zum Herrn zu finden, oder war es das, ne? Nach Hebräer 6. Ja, ich meine, der war ja vorher auch nicht, also der war ja auch nicht richtig reingekommen, ne? Der war so eine Art, ja, 0815 Larifari evangelischer Passchrist. Weiß ich nicht, bei ihm kann ich das nicht beantworten, aber weil ich sehe schon, dass er mit den Abou-Chakas und so weiter unterwegs ist und mit denen gut, also läuft, also, dann weiß ich, dass da ein ganz anderer Wind weht. Das ist nicht ohne, ne? Der ist da mit diesen ganzen Elite-Leuten. Aber gut, man kann natürlich für ihn beten. Man kann für ihn beten. Aber, mein Gefühl sagt mir eben, dass das bei ihm schon vorbei ist. Aber der Herr kann das Unmögliche möglich machen. Ja. Jederzeit. Gut, warte mal. Da wollte ich gar nicht rein. Hallo? Aber danke schön, dass du mich hochgebracht hast. Ja, Gottes Sein. Ich kann aber nicht mit Ihnen reden. Ich möchte nur schreiben. War okay. Achso. Nein, der hat gesagt, er möchte nur, er möchte nur schreiben im Chat, er will nicht hier live reden. Ja, der hat einfach eine Anfrage geschickt, der ist richtig. Ja, okay, hat er wahrscheinlich schon gesagt. Jetzt hat er schon wieder eine Anfrage geschickt. Willst du rein oder was willst du tun? Entschuldigung, ausgesehen. Komm in, das ist wie Douglas. Komm in und find out. Komm rein und geh wieder raus. Und finde raus, wieder raus. Der ist wie bei Douglas. Komm in und find out. Komm rein und finde, wieder direkt heraus. Michael, danke. Aber ist schon heftig, ganz kurz nochmal darauf zurückzukommen, dass den Muslimen gar nicht bewusst ist, was für eine Himmelsvorstellung der Allah ihnen da eigentlich verspricht. Wie kennt die Shop bei 50 Cent? Und alles wird erlaubt. Die satanische Lehre von Alistair Crowley. Do what you will. Ja, genau. Was auch immer du willst. Ja, genau. Das hast du ja so durch den Heiligen Geist, hast du ja schon vorher gesagt. Und das kam, die Bestätigung dann in dem Lied, als er gesagt hat, tu was du willst. Der Vincent. How do you want it? Also nur wie du es willst. Wie du es willst. Wie du es möchtest. Das ist krank. Nicht wie Gott es will, sondern wie du. Das ist der Satan, ja? Tu was du willst. Was die Schlange auch dem Eva gesagt hat. Ach Gott will nicht, dass ihr frei seid. Er will euch knichten. Tu was du willst, Eva. Sei frei. Sei emanzipierte Frau. Also, sag dich los von dieser Tyrann, diesem männlichen Gottestyran da, der über dich so herrscht. Mach dich frei, Frau. Emanzipiere dich, Weib. Geh deinen eigenen Weg, Weib. Du brauchst die Führung des Mannes nicht. Du bist deine eigene Führung, Weib. Du bist dein eigener Jesus. You're wrong. Personal. Jesus. Kennt ihr den Song, ihr Lieben? Von Die Pechmoot? Was will uns dieser Gitarist sagen? Oder der Frontmann? You're wrong. Personal. Jesus. Ne? Ihr könnt euer eigener Gott sein. Der Satan weiß nur, wer Gott ist. Der Satan weiß, wer Gott ist. Genau. Da sieht man eben die Handschrift der Schlange, die durch Dave Gahan, dem Sänger von Depechmoot, diese Sachen singt, um die Leute vom Herrn Jesus abzubringen. Er sagt, er sagt, er sagt, er ist your own personal, Allah. Er sagt, er ist your own personal, Jesus, nicht Allah. Soll er die Leute vom Satan wegbringen? Oder was? Er versucht, die Leute vom Gott wegzubringen, nicht vom Satan. Was hat er davon, wenn er versucht, die Menschen vom Satan abzubringen? Das ist heftig. Das ist absurd. Das ist klar. Kannst du den Leuten mal auch erklären, wie damals? Ach so, ja, weil der Herr Jesus ja gesagt hat, ihr werdet nach dem Tod Engel sein, die ihr an mich glaubt. Und dann sagt der Rammstein Fritze da, der Sänger, da sagt er, Gott weiß, dass ich kein Engel sein will. Das heißt, Gott weiß, dass ich mich gegen ihn entschieden habe, hier auf der Erde. Das sagt er aus. Und da sieht man eben, dass diese Leute, die ihre Seele verkauft haben, wissen, dass es vorbei ist. Dass die Entscheidung bereits gefallen ist. Ja, natürlich, die Band Rammstein ist auch im Dienste des Satans. In mehreren Videos kommt die gezüngelte Schlangenzunge aus dem Mund von, hier, wie heißt der nochmal, der Sänger? Tim Lindemann. Ich habe ja dieses Entschlüsselungsvideo gemacht über Rammstein, das kann man auf YouTube eingeben, Reza Arapour, Rammstein. Und da sieht man eben, da zeige ich eben, wie der Tim Lindemann, also Rammstein, versucht, die Menschen zu Homosexualität zu verführen. Mann gegen Mann heißt das Lied. Und da sagt er, ich habe kein Interesse an einer Frau, sondern ich will mit Mann, Mann mit Mann soll sein, sexuell. Und da kommt die Schlangenzunge aus dem Mund. grüßt euch erstmal, hallo allerseits. Hi, grüßt. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich habe eine Frage. Ihr sagt doch ja, euer Glauben ist ja der wichtigste und warum geht denn keiner nie so zur Kirche? Das frage ich mich immer seit 35 Jahren. Was heißt keiner geht zur Kirche? Was meinst du mit keiner? Bei uns in der Stadt geht gar keiner zur Kirche und betet Gott an, also euer Jesus. Ach so, ja. Ja, die meisten. Ja, in 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 1 sagte Apostel Paulus, dass in der späteren Zeiten viele, viele vom Glauben abfallen werden. Das hat er vorausgesagt, dass die Christenheit vom Glauben abfallen werden. Und nur eine ganz kleine, minder Schar, dem Herrn Jesus treu bleiben. Also es läuft alles nach Plan. Es läuft alles nach Plan. Ja. Ja. Die Frage ist, wozu du gehören möchtest? Möchtest du auch zu dieser ganz kleinen Herde gehören, die Gott folgen? Oder möchtest du mit der Masse der Welt, mit den Milliarden zusammen in die Hölle gehen? Da sind wir aber nicht einverstanden. Da ist eine andere Meinung. Da teilen sich unsere Meinungen. Ja, aber warte mal, du bist doch ein Muskem. Du bist doch ein Muskem. Dein Prophet hat gesagt, der Islam kam als etwas Fremdes und wird auch wieder als etwas Fremdes gehen. Wie kann das sein, dass der Muslim auf einmal die Welt beherrscht? Da ist ein Prophet ja, aber früher haben die ja die Götter angebetet. Irgendwelchen Puppeln, irgendwelche Steine. Nein, dein Prophet hat gesagt, der Islam kam als etwas Fremdes und wird auch wieder als etwas Fremdes gehen. Das heißt mit anderen Worten, der Islam kam als etwas Kleines und wird auch wieder als etwas Kleines gehen. Es gibt also keine Muslime, die so ihrem Propheten richtig folgen. Nur eine Antwort. Das ist ja eure Meinung. Und jeder kann ja seine Meinung verteidigen. Das ist ja kein Problem. Das ist kein Problem. Nein, Mohammed hat ja auch gesagt, meine Umhob wird sich in 73 in 73 Sekten aufteilen, aber 72 sind falsch. Also nur eine unter den Sekten ist die richtige Sekte im Islam. hat Mohammed selber gesagt. Du kannst jetzt nichts gegen Mohammed sagen. Das heißt auch Mohammed sagt, die wahren Muslime sind nur wenige. Das heißt, diese 1,6 Milliarden Muslime, worauf die stolz sind, die sind alle in der Hölle. Meistens. 99 Prozent. So sieht's aus. Okay. Aber da teilen uns halt leider unsere Meinungen. Da muss man sich fragen, wer ist denn jetzt die richtige Sekte? Welche Sekte ist denn die richtige? Ja, lacht doch nicht. Das weiß ich nicht. Das kann man ja erst später herauskennen. Das weiß er nicht. Seht ihr? Er weiß gar nicht, was er da überhaupt angenommen hat, der Typ. Jetzt ist er wieder fertig. Ach nein, das Wichtigste ist bei uns im Religion, wo wir uns im Islam, wir respektieren immer andere Religionen. Das ist immer das Aumdruck. Und jeder sagt. Ich kann diese Feste nicht mehr hören. Ja. Wir respektieren andere Religionen. Nein, dann gehen auch andere Streams, wo die Muslime reden und so. Da siehst du, wie respektvoll die sind. Ich bin ja jetzt auch hier hochgekommen, hab mich auch vernünftig erstmal begrüßt, Du kannst ja nur nur als Einsam sagen und die Muslime brettern auf dich ein. Guck mal, wir haben Grundregeln, die wir bei Muslime einhalten. Das sind die fünf Säulen. Und dazu gehört auch fünfmal am Tag beten. Also ist das ja schon mal nicht verkehrt. Was passiert, wenn man nicht betet als Muslim? Was hat Mohammed gesagt? Dann kommst du in die Hölle. Ganz klar, dann kommst du in die Hölle. Ja, aber hier auf der Erde, was für Strafe gibt es denn für jemanden, der nicht betet? Gar keine. Hier auf der Erde gibt es keine. Ja, gar keine. Ja, genau. Du hast dich, also ich sehe schon, du hast dich sehr mit deiner Religion auseinandergesetzt. Gar keine. Mein Lieber, Mohammed hat gesagt, Mohammed hat gesagt, derjenige, der sein Gebet aufgeht, der ist ein Kerl. Und was muss man mit Kussballen machen? Ja, aber guck mal, wie euer Chat zum Beispiel, du schreibt hier, wie der hier, was schreibt er? Das sind fünfmal am Tag. Danke dir. Das ist faszinend. Sorry, das geht mir gar nicht. Ich hab keinen Nerv, du so was. Geh bitte runter, wenn du auf den Chat hast. Der ist mit uns am Reden und er achtet auf den Chat. Das muss ich dir mal geben. Ja, das ist ja respektlos. Natürlich. In einem Kindergarten oder was? Ist wichtiger, als wir im Gesprächsverhandel. Ja, das ist ja respektlos. alle seine Aussagen, was er gesagt hat, waren anti-islamisch. Alle. Also der ist auch leider nur ein Walt Disney Islam, hat er sich zusammengewastelt. Er ist auch hier ein marokkanischer Ex-Muslim. Hallo. Ehrlich? Guten Morgen. Ja. Guten Morgen. Hallo. Echt Hammer, ich freu mich. Ja, ich höre mir nur zu diesen Muslimen, ey. Sie werden immer... Wie geht's dir? Warum? Alles gut? Ja, alles gut. Und wir. Ja. Und immer noch um den Muslimen. Der betet nicht. Der hat drei Tage, und das mit den 73 Sekten. Der hat gesagt, die Juden haben sich in... Warte, ich mach mal stopp, besser. Warte. So, jetzt. Ja, die... Mohammed hat gesagt, die Juden hatten sich in 73 Sekten und meine Oma, so meine Leute werden sich in 70 teilen. Einer wird in den Himmel gehen und 69 in die Hölle. Und jetzt, die sagen dir immer, die kommen und sagen dir, ich bin Schiit, ich bin Sunnit, als hätte er sich dafür entschieden. Weißt du? Du bist Schiit, nur weil du Schiit geboren wurdest. Oder so, nicht nur weil du Sunnit geboren wurdest. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass du in der richtigen Sekte bist, ist ja daher gering. Ganz wie beim Lotto gewinnen. 1 zu 96 Millionen. Ja, und auch für den, Allah sagt dir, der macht das, was er will. Also, da gibt es gar keine Sicherheit. Auch wenn du betest, wenn du fastest, wenn du alles richtig machst. Kann ja sein, dass er in der letzten Minute sich anders überlegt, Allah. Ja, genau. Man kann sich auf ihn nicht verlassen. Ich habe jetzt... Du kennst ja, Babu, wo findet man nochmal diese Aussage von Abu Bakr, als er sagte, ich habe Angst, dass mein Herr, wenn ich mit einem Bein im Paradies bin, dass mein Herr mich sogar noch täuscht und ich dann in die Hölle lande oder sowas. Wo war die nochmal anders? Ich muss sich... Das ist ein Hadith. Ja, ja. Obwohl Abu Bakr hat ja nicht viele Hadith erzählt, wenn man denkt. Und das stimmt. Es gibt auch den anderen Hadith, Hadith Al-Haud, in Bukhari, die Brünnen-Hadith, wo der sagt, wo Mohammed selbst sagt, alle meine Freunde waren mit mir vor dem Paradies und dann kam ein Enkel und der hat die meisten genommen in die Hölle, weil die mich hintergangen sind und nur drei sind geblieben von seinen Sahabern, also von seinen Leuten, die er den Sinn verbrochen hat. Von seinen Sahabern. Ich habe gestern ein Muslim gesprochen und wir haben über die Sklaverei gesprochen und dann meinte er, nee, Mohammed hat gesagt, du sollst deiner Sklavin Essen geben, du sollst ihr ein Dach über den Kopf geben, du sollst ihr nicht frieren lassen. Ich habe ihn dann eine Frage gestellt. Ich habe ihm gedacht, was ist der Unterschied zwischen einem Esel in dem Islam und einer Frau? Also, dein Esel lässt du auch nicht verhungern, gibst du Essen. Deine Sklavin gibst du Essen. Dein Esel gibst du ein Dach über den Kopf, dein Sklavin gibst du auch ein Dach über den Kopf. Ein Esel lässt du nicht frieren, draußen deine Sklavin genauso. Aber das Einzige ist, dass du den Esel nicht vergewaltigst. Also ein Esel geht tausendmal besser als eine Sklavin in der Sklavin. So sieht's aus. Einen Esel geht's besser als eine Esel-Sklavin. Eine Jadja. Also meistens, ne? Ich weiß nicht, sie müssen nicht mehr machen, das doch. Aber meistens geht's ein Esel tausendmal besser als eine Frau, allgemein, in der Sklavin. Und eine Sklavin. Die sagt auch, schlag nicht, bis du einen Knochen brichst und schlag sie nicht im Gesicht, weil du mit ihr nachts schlafen wirst. Ja, natürlich. Du kannst ja nicht keine blauen Flecken verpassen, weil du willst sie auch nachts zu dir holen. Und das geht nicht, wenn du sie schlägst. Also die, die haben gar keine Ahnung von deren Religion und erzählen hier irgendwas über irgendein eigener Islam. Jeder hat seinen eigenen Islam und denkt, der liegt richtig. Das ist nicht normal. Und dann sagen die, bei mir kommt der Koran vor und bei mir kommt Allah vor dem Grundgesetz und das ist schon gefährlich genug. Das sind ganz normale Muslime und die sagen es trotzdem. Ja. Ja, das ist halt, diese Entwicklung wird sich so zuspitzen demnächst, dass die Muslime immer weiter zu ihrer Identität, zur islamischen Identität zurückfinden, immer konservativer werden und immer strenger muslimisch werden. Auf der anderen Seite stärkt auch die nationale konservative in Europa. Du siehst ja, dass Holland jetzt auch der größte Islamfeind hat die Wahlen gewonnen. Das stärkste Partei in Holland, Gerd Wilders. Der größte Islamhasser Europas ist jetzt von den Holländern gewählt worden. Das heißt, er wird jetzt demnächst Kanzler in Holland, der größte Islamhasser. Das heißt also, wir sehen gleichzeitig ein Aufkommen des konservativen Islams und gleichzeitig das Aufkommen des Rechtsliberalismus, des Rechtsnationalismus. Und das wird zusammenkrachen demnächst. Das heißt, diese Parteien werden den Muslimen Druck machen und dann werden die Muslime irgendwann mal es nicht mehr ertragen und losschlagen. Und dann kommt es zu blutigen Bürgerkriegen, so wie die Bibel das vorhergesagt hat. In Offenbarung, Kapitel 6, ist da vorhergesagt worden, dass es zu blutigen Bürgerkriegen kommt. Und wir stehen kurz davor. Es braucht nur noch, dass die Wirtschaft noch weiter zurückschränkt, weil wir wissen auch, dass Deutschland und beziehungsweise die Wirtschaftsnationen Europas langsam geschwächt werden und Deutschland ist schon fast zahlungsunfähig und Deutschland geht es auch noch gut. Deutschland hat 2,3 Billionen Euro Schulden und Deutschland ist sogar die stärkste Nation in Europa. Die stärkste exportiere Nation. Das heißt also, es braucht nur noch einen Wirtschaftskollaps und einen Finanzcrash. Und wenn die Leute Panik kriegen und die Muslime auch das alles mitbekommen, dann gibt es riesige, blutige Bürgerkriege. Und das führt wiederum dazu, dass es zu einer neuen Weltordnung kommen wird, mit einer Diktatur nach Offenbarung Kapitel 13. Ein Diktator wird auch verstehen hier in Europa im Westen und wird alle, alle Menschen hier im Westen versklaven. Mit einem Mahlzeichen an ihrer rechten Hand und an der Stirn. Das ist der prophetische Ablauf, was kommen wird dem Weg. Und wir sehen jetzt schon im Schachbrett Manieren die Figuren aufgestellt auf den Schachmat, was wir demnächst auf den Schachmat zugehen werden. Alles läuft nach Plan, so wie die Bibel das gesagt hat. Und die Muslime kennen ja diese Prophezeiungen nicht. Das heißt, die laufen aufs offene Messer. Die werden Opfer werden demnächst. Weil ja ihr Allah und Koran sie ja nicht waren, was auf sie zukommen wird hier in Europa. Aber sie gehen in das Gefängnis hinein. Sie gehen verloren. Und das ist das Traurige. Sie können es ja besser wissen, jetzt sich in Sicherheit bringen, zum Herrn Jesus zu kommen, sich in Sicherheit zu bringen, aber die werden das leider verpassen. Nur ein, zwei intelligente Muslime machen sich auf den Weg und kümmern sich um den Islam und studieren den Islam und schauen sich die Schriften an und kommen dann zu der Conclusion und verlassen den Islam, kommen zu dem Herrn Jesus und werden errettet. Aber die Masse der Muslime ist leider, leider verloren. Wir können auch nicht die Masse retten. Leider ist das so. Nur einzelne Leute können wir noch retten, aber sonst die Masse ist verloren. Freunde, die sehen das hier, ich will euch eine Sache sagen, die ich beobachtet habe, die Muslime hier in Europa sehen das als wie ein Krieg Muslime gegen Christen. Das haben wir zum Beispiel in unseren arabischen Ländern nicht. Und da sind die Menschen auch ehrlicher, weil die fühlen sich nicht, dass sie jemand kämpfen müssen oder dass sie ihre Identität beweisen müssen oder irgendwas, sondern sie haben ja nur den Islam. Und wenn sie sehen, diese ganzen Katastrophen, diese ganzen Töten, Versklaben, Kindesmissbrauch, Dschihad, Menschenrechte, Frauenrechte, diese ganzen Sachen, verlassen sie den Islam direkt. Die müssen nichts beweisen. Hier, die haben ein Identitätsproblem. Der Islam hat uns alles genommen, unsere Kultur, unsere Gefichte, alles. Wir kennen nicht unsere eigene Geschichte in unserer Länder, Die erzählen oder das Katastrophen. Die haben nichts worüber wir stolz sein können, außer dem Islam. Wir haben uns nur den Islam gegeben und uns alles genommen und uns arm gemacht. Und das sind die Europäer, die daran schuld sind. Nein, als Europäer waren wir schon am Ende. Wir waren nicht fähig, uns zu verteidigen, weil der Islam uns arme, arme gemacht hat. Und wir waren unterentwickelt. Wir waren unterentwickelt. Und die werden nur den Islam verteidigen. Die kennen gar nicht. Die werden angelogen von deren Imad hier. Die erzählen irgendwelche Wunden im Koran. Gessen hat zwei Ozeane, die sich vermischen. Aber in den Tafsir steht nichts vom Ozean. Der Reden da über Süßwasserfluss und über Meer. So ist das. Das ist über zwei Bachar, eine süß und eine salzig. Dass sie sie nicht vermischen. La Jebriyan. Also der hätte sagen sollen Jebriyan und nicht La Jebriyan. Das ist falsch. Und die nehmen das als Wunder. Oder die Embryologie. Oder der eine sagt mir, der redet über die Atomen. Der redet über Atomen. Die sagen mit Kaila Darratin. Darrat bedeutet nicht Atom. Darrat bedeutet das Kleine, was die Menschen damals in der Wüste kannten. Und das ist der Kopf von der kleinsten Ameise. Das hat nichts mit Atom zu tun. Eine Ameise mit einem Atomkopf. Ja, das ist das. Bravo. Das ist das. Dich als Araber, du als Araber, der mächtig ist, in die Tafsir einzutauchen und das Ganze mal nachzuschlagen, lässt sich ja nicht verarschen. Aber diese armen Deutschen, die kein Arabisch verstehen, sie lassen sich dann verarschen von den Imamen und Schihoos und geben ihnen eine Art Gehirnwäsche und Lüge, damit sie diesem Blödsinn glauben. Verstehst du? Warum gehen nicht diese Imame selbst Dschihad machen und schicken die Jungs? Warum gehen sie nicht selbst Dschihad machen? Außer die Quellen von den Muslime? Und wenn man da richtig eintaucht, dann bist du entweder zu IS, also radikal, und du sagst, okay, Allah hat das gesagt und ich nehme es so genauso, wie es ist, oder du verstehst, dass alles nur ein Verarsche ist. Manche bleiben ja auch dabei, um da Geld zu machen, weil die haben nur das gelernt in deren Leben. Stell dir mal vor, was soll er dann danach machen? Der kann ja gar nichts machen, die sind faul, die leben wie Parasiten von den anderen. Und deswegen üben sie die Leute an. Als Mohammed und seine Freunde wussten, was die Atom bedeutete, oder als die wussten, was irgendwas bedeutete, nein. Ja, und er sagte mir, nein, du bist doch kein Biolog, woher willst du das wissen? Und ich sage, war Omar Al-Khatan ein Biolog, waren die Freunde von Mohammed Biologen und Wissenschaftler? Das waren doch nur Leute, die in der Wüste gelebt haben, die hatten nicht mal Wasser, nichts. Die hatten gar nicht, die hatten nicht mal Häuser gebaut, eine Zivilisation kann man nicht bauen, indem man jeden Tag Krieg führt. Man kann ja nicht. Und das ist der Hunger, der sie getrieben hat, der Hunger und der Durst. Nicht Allah, der gefragt hat, geht und erzählt den Leuten von meiner Religion. Nein, das ist der Hunger. Und das muss man auch verstehen. So sieht's aus. Wo du jetzt auch das verwendest, da gerade mit dem Atomen, du weißt ja, dass in 2. Petrus 3, Vers 10 steht, sagt der Apostel Petrus vor 2000 Jahren, musst du mal vorstellen, ein Fischer spricht von Kernschmelze und sagt, am Ende der Zeit wird Gott diese ganze Atmosphäre, die Welt komplett neu machen, neu ausrichten, indem er die Elemente zum Schmelzen bringt. Also Kernschmelze, was in den Atomkraftwerken geschieht. das hat der Prophet, also der Apostel Petrus in 2. Petrus 3, Vers 10 vorhergesagt. Das hat der Apostel Petrus im 20. Jahrhundert herausgefunden haben, mit der Atomkernschmelze. viele Fehler gemacht. Allah hat viele Fehler gemacht in seinem Koran, viele Fehler, das mit der Erbe, wie ich immer sage, Allah kann nicht eine Pizza schneiden, Allah weiß nicht, wie man eine Pizza teilt. Da sage ich immer, seine Fehler in dem Koran sind riesig, das hier mit den, über alles, alles, was Allah gesagt hat, alles sind Hügel, alles falsch. Der weiß nicht, wie die Welt funktioniert, der sagt, wie soll es passen, wenn die Sonne oben geht. Was ist für die Leute, die in Alaska leben, diese Smolaten-Selle haben? Wenn sie diese Smolaten fassen, hätte er keine andere Zeit benutzen können. Da versteht man, dass diese Religion nur für die Leute, die damals in Mekka gelebt haben. Das war nur für sie. Der hat gar keine Ahnung, diese Allah. Null. Die Tiere, die es sind los, nur die Tiere, die Menschen in der Welt haben. Ja, genau. Und die Tiere, die Reichen, die Reichen, die Reichen, die Reichen, es gibt viele schönere Tiere als, als, als Kamele. Ich meine, nur ein bisschen weiter hätte er Prokodile gesehen, hätte er Giraffen gesehen. Und da merkt man, okay, das ist eine Religion, die nur aus diesem Ort kommt. Der beobachtet und der erzählt nur das, was er gesehen hat. Genau das mit den Meeren. Der hat nur einfach gesehen, ein Fluss, der in das Meer fließt und der hat gesehen, dass da wegen Erde eine andere Farbe ist. Und der dachte, das vermischt sich nicht. Wie ich sage, die Choral sind Beobachtungen von einem Typ, der in den 70. Jahrhundert gelebt hat. Punkt. Es hat nichts mit irgendeinem Schöpfer zu tun. Und der Mohammed hat natürlich auch den Kenntnisstand von der damaligen wissenschaftlichen Stand einfach eins zu eins kopiert und auch eben die ganzen Fehler der Wissenschaft damals einfach übertragen. Ihr Lieben, bitte abonniert den Kanal von dem Bruderevangelist Christ 2. Der hat das gerade da in den Chat geschrieben. Abonniert bitte seinen Kanal. Ganz, ganz herzlichen Dank. Also, du dieser Bruder kannst du Werbung da als freundlich kaufen. Der ist der Bruder, der ist. Mich würde aber interessieren, lieber Babu, wie bist du denn dazu gekommen? Also, wie hat das angefangen mit dir und der Islamkritik? Wie bist du da hingekommen? Ich bin gesagt, ich bin da durchgeboren, aus der Ausbildung und alles, auch dort gelebt und daher, ich hatte ja nur den Islam, ich hatte ja keine andere Religion, um das halt zu vergleichen. Christentum Juden sind ganz wenig und allein mit dem Islam, also der Islam war allein fähig, mich daraus zu holen. Ich war einfach, wir dachten immer, Ummuna Aisha, unsere Mutter Aisha, unsere Mutter Aisha, als ich gucken wollte, wie alt war unsere Mutter Aisha, die war, ich dachte, die wäre 40 oder 50, als Mutter für den Muslimen. Die war 6, das hat mich auch schockiert. Die sagen, es war eine andere Frage. Ich sage, das auf Lagerrei, auf Jihad, dass man einfach losziehen soll und Leute töten und dass Allah 20% davon will. Ich habe mir gedacht, was hatten diese Leute überhaupt damals? Was hatten die? Die hatten irgendwelche kaputten Töpfe, irgendwelche kaputten Sandalen und einfach Sachen, die nicht mal die Menschen wollen. Und Allah, der Schöpfer von 200 Milliarden Galaxien, will seinen Anteil von irgendwelchen materiellen Sachen. Das hat mich auch ein bisschen bewundert. Ich habe ja die Sklaverei noch erlebt. Ich habe ja Sklaven in Marokko gesehen und wir hatten die beiden Sklaven. Ich habe noch mit denen gelebt als Kind, die bei uns geblieben sind. Und dann fragte ich immer, warum haben wir noch Sklaven, wenn der Islam das verboten hat? Ich dachte, ob jeder Moslem, dass der Islam die Sklaverei verboten hat. Und als ich dann recherchierte, sage ich, nee, das ist das Gegenteil. Mohammed war sogar für die Sklaverei und war gegen Sklavenbefreiung. Mohammed war dagegen. Der wollte nicht, dass die Leute die Menschen befreien. Und dann kommen sie zu mir und sagen, nein, du darfst doch die Menschen befreien. Nein, das ist eine Strafe, damit du es nicht wieder machst. Und außerdem, du darfst nur einen Moslem befreien als Sklave. Du darfst keinen ungläubigen Sklave befreien. Das geht nicht. Und das hat mich wirklich gestellt, wie kannst du einfach Menschen nehmen und dein Eigentum benutzen, die Leute verkaufen. Die haben die Mütter von deren Kindern verkauft, die Sahaba. Du darfst die Mutter von deinem Kind, wenn du eine Sklavin hast, verkaufen. Verstehst du? Das fand ich gar nicht in Ordnung. Du darfst dir einfach so mit Menschen umgehen, wie du willst. Die Leute dich in Ruhe leben lassen. Warum braucht man ein Schwert, um eine Religion zu verbreiten? Warum? Das habe ich nie verstehen können. Und danach, wo ich die Geschichte gelesen habe, wie sie nach Marokko reinkamen, nach Nordafrika allgemein, da war ich auch ein bisschen... Der Krieg hat 86 Jahre gedauert, Leute. 86 Jahre und dann sagt mir irgendein Moslem, die sind mit Blumen gekommen. Also, warum sollten die sich dann 86 Jahre lang bekämpfen? Wir sind alle, glaubt ihr, dass die Amersir, die Leute sagen Berber, aber das richtige Wort, Amersir für die O-Einwohner von Nordafrika, die sind alle in den Bergen geflüchtet. Das ist doch keine Wunde. Kein Mensch geht in einen Berg, freiwillig leben, wo es nur Steine gibt, wo man nichts pflanzen kann, wo man keine Tiere halten kann und wo es Minusgrad und Schnee. Die Leute gehen da nicht freiwillig. Und ich habe dann verstanden, okay, es kann ja kein Zufall sein, dass alle Amersir sich in den Bergen befinden. Oben, ganz oben, in Orten, wo man gar nicht da drankommt. Ich habe gesehen letztens, als der Erdbeben kam, die konnten nicht mal zu den Leuten gehen und zu den Dorfen gehen, weil diese Menschen sind ja abgehauen von dem Islam. Man muss es ja verstehen, die Versklaverung und auch als wir den Jizia, wenn man die Bücher liest und die Geschichte, da wird man schon richtig schockiert. Die haben die Jizia gesagt, Leute haben ihre Kinder verkauft, um die Jizia zu bezahlen. Und wenn du die Jizia bezahlt hast, du musst das als erniedrig zahlen. Und dann haben die noch die Finger von den Männern abgeschnitten oder ihre Nase oder ihre Ohren. Und dann haben die gesagt, damit ihr euch nie wieder traut, den Muslime zu bekämpfen. Die haben Leute versklaven. Die Menschen mussten ihre kleinen Töchter tätowieren, damit die Muslime sie nicht wegnehmen, entführen zum Heiraten. Also wären sie verheiratet, obwohl das nicht bei uns nicht gab. Wir hatten tausendmal bessere Gesetze als diese Scharia. Wir waren gegen die Scharia bis in den 20. Jahrhundert, war Marokko ja nicht alles Scharia, nur in den Städten. Und alle anderen haben nichts mit der Scharia zu tun gehabt und die wollten es auch nicht. Und wie gesagt, Sklaverei ist bis letztens gehabt. Wir hatten selbst Sklaven zu Hause. Familien, Freunde von mir hatten auch Sklaven zu Hause und bis heute noch, wir wissen, dass bis heute noch in Mauritanien Sklaven erlaubt sind. Ja, absolut korrekt. Bis heute weigern sich auch viele islamische Nationen die Sklaverei abzuschaffen und das unterschreiben, weil sie genau wissen, dass die Sklaverei eben ein großer Bestandteil des Islams ausmacht. Die einzige Wirtschaft in Islam ist Sklaverei, Bruder. Die einzige Wirtschaft in Islam ist Sklaverei. Als Islam verboten, als Sklaverei von den UN verboten wurde, sind ja alle islamische Länder kaputze gegangen. Das hat auch Scheer Hohaini letztens gesagt. Der sagte, der Grund, warum wir jetzt unterentwickelt sind, ist, dass wir kein Dschihad mehr machen. Ja, genau. Hohaini, hast du gehört, als du das gesagt hast? Der Grund, warum wir arm sind, ist, weil wir Dschihad aufgegeben haben und die Länderei anderer nicht mehr angreifen. Kranke Ideologie, ne? Sie holen sich den Reichtum von euch. So kaputt ist der Islam. Aber das hat auch Mohammed gesagt in seinem Hadith, wo die ihm gesagt haben, oh Mohammed, wir haben jetzt die Waffen niedergelegt und wir haben unsere Pferde zum Trinken gebracht und der Krieg ist fertig. Und er sagte, Kedhibo, die Lügen, erst jetzt hat der Krieg angefangen, bis zum Ende der Welt. Und ihr werdet eine Gruppe von meinen Leuten wird eine andere Gruppe Nackentherapie machen und ihr werdet von deren Geld essen bis den jüngsten Tag. Doch, wenn der Kolomerisch kommt, ihr werdet von denen essen. Sage doch Parasiten, Mann. Die werdet von denen essen bis an den letzten Tag. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann hat er gesagt, ja, wenn wir jetzt Dschihad machen würden, würden wir ja paar Sklaven mitnehmen und wenn du eine kleine Geldnote hast oder so, dann würdest du eine Sklave verkaufen, davon leben und wieder ein Dschihad machen. Der letzte Haufen Dreck. Der letzte Haufen Dreck. Aber stell dir mal vor, wir würden denen das antun, ihre eigenen Schriften an ihnen praktizieren. Dann würden die auf einmal weinen und sagen, warum tut ihr uns das an? Warum macht ihr das? Warum nehmt ihr unsere Kinder, unsere Frauen weg? Ihr seid die Dreckigsten von allen. So würden die machen. Ja, das muss für sie auch wichtig sein. Stell dir mal vor, es kommt jetzt irgendeine Religion von irgendwo und sagt, nee, unsere Religion sagt uns, wir sollen Muslime grillen und fressen. Warum soll ich dagegen sein? Wenn ihr dir jetzt auch sagt, das ist mein Allah, der mir das sagt. Und letztens sagte mir einer, ich habe ihm gesagt, ich habe ihm gesagt, guck mal, mit Kindesmissbrauch, der Kinderheirat, weil wir sagen immer Kinderheirat, aber du musst ja nicht heiraten, um Kinder zu missbrauchen in dem Islam. Du hast ja auch Sklaven und deren Kinder kannst du auch machen, das was du willst. Das ist ja, du kennst auch etwas, eben Al-Qayyim gesagt hat, ne, in der El-Fawait, in Ramadan, tagsüber, dass man sich, ne, befriedigen darf mit der Hand einer kleinen Sklaven oder seine kleine Ehrfrau, einem kleinen Baby. Und deswegen sage ich immer, dass es nicht heiraten. Und das war auch damals nicht normal. Nicht jeder Mensch, nicht jeder Mann damals hat Kleinkinder gemocht, ne, das ist kein Menschenverstand. Normale, gesunde Menschen stehen nicht auf Kinder. Punkt. Mohammed war ein Pädor, ob ihr das wollt oder nicht, er war es, weil sonst mit 54, dass ein Kleinkind ihn erregt und dass er, dass er ein Kleinkind sich wünscht und außerdem, wir wissen, Aisha war ja seine, seine Geliebte, die hat sie über alles geliebt, allein für ihre, für ihr Alter, weil sie klein war, ne, und nicht jeder hat das gemacht. Wir kennen auch den Hadith, wo der Mann ihm sagte, hast du eine kleine geheiratet oder eine ältere? Der sagte ihm eine ältere und er sagte, Mohammed, warum hast du keine Kleine geheiratet? Da wirst du mit ihr spielen und sie mit dir spielen. Wie pervers ist das? Wie pervers ist das? Der Mann hat das vorgeschlagen. Der hat gesagt, ich sollte das machen. Also, der dachte, dass alle krank waren wie er. Der Typ war ja nicht normal. Der hat alle, alle schlimme Sachen, die ganzen schlimmen Charakter und Moral hatte er. Ich habe noch nie einen Mensch gesehen, der alle schlimme Sachen macht, ne, töten, der sagt selbst, Dachakul Katel, ich bin der, der lachende Mörder. Der sagt auch noch, ich bin mit Terror siegreich gewesen. Ein Monat lang hat er die Leute terrorisiert und er gibt noch damit an. Oder mein Geld ist unter den Schatten von meinen Bogen. Oder diese ganzen Sachen, man. Und den Hadith, wo er sagt, wo der Typ sechs Sklaven befreit, ne, ein älterer Mann hat sechs Sklaven befreit und dann kam Mohammed und der hat ihn beleidigt und hat dann zwei befreit und vier zurück zur Sklaverei geschickt. Und hat ihn noch beleidigt, weil er die Leute befreien wollte. Und dann kommt irgendeiner heute und sagt mir, nee, nee, Mohammed, wollte die Sklaverei beenden. Ja, wie läuft, beenden heißt, du fängst irgendwo an, aber es muss ja auch ein Ende geben. Aber ein Ende gab es nicht, weil es gibt gar kein Verbot. Nicht in ein Hadith, nicht in ein Koran, nirgendwo. Und deswegen ist es ja auch so weit gelaufen, bis 1962, 1964 wurde das verboten in Saudi-Arabien. Ich meine, es gibt ja noch ein Video auf YouTube, haben wir gestern gesehen, mit den Freunden, wo Menschen, Frauen nackt verkauft werden, neben den Kaaba. Mann, neben den Kaaba, 1962. Und dann kommt irgendeiner, nein, einer sagt mir, das ist Kultur. Ja, du betest doch eine Kultur, das ist keine Religion, das ist eine arabische Kultur. Wenn du auf Arabisch beten musst, wenn sie dir sagen, Qalal Arab, die Araber haben gesagt, die Araber haben gemacht. Und wenn du die Araber kopieren musstest, dann du betest die Araber. Die Araber sind dein Gott, nicht Allah. Das kann keine Religion von einem Schöpfer sein, wenn du unbedingt auf irgendeine Sprache und deren Kultur folgen musst. Wie beten Qoreish, wie beten die Leute von Makkah? Die sind unfähig zu denken, keine Ahnung. Und dann, wenn die sehen, dass das die Wahrheit ist, das ist das, was mich noch wahnsinnig macht. Wenn die sehen, die sagt, ja okay, wenn Mohammed das sagt, dann muss das okay sein. Ja, wenn Mohammed ein kleines Kind geheiratet, dann würde ich es auch machen. Und dann denke ich mir, okay, was sind mit diesen Leuten los? Wo ist deren Menschenverstand? Die haben eine gestörte Moral, nicht nur eine Doppelmoral, eine gestörte Moral. Für sie gibt es nicht moralisch oder unmoralisch, für sie gibt es Halal und Haram. Für sie ist es Halal, Kleinkinder zu heiraten und zu missbrauchen. Für sie ist es Haram, freiwillig mit einer älteren Frau was zu haben. Für sie ist es Halal, eine Sklavin zu vergewaltigen. Aber freiwillig, nein. Für sie ist es Halal, Menschen zu versklaven. Aber Schweinfleisch und Alkohol und Adoption ist Haram. Also Adoption ist die schönste Sache der Welt. Sogar Tiere adoptieren. Und der verbietet es einfach. Sogar die Menschen damals hatten mehr Moral wie Mohammed. Wir kennen die Geschichte von Sabaya Autaz. Also die verheirateten Frauen sind euch verboten, außer die, die eure rechte Hand besitzen. Die Menschen hatten sich geschämt, mit verheirateten Frauen zu schlafen. Mohammed was sagt, nee, nee, das ist kein Problem, mach das. Und das andere nochmal, in Rasuat Benul Mustalik, in dem Krieg von Benul Mustalik, wo die Männer verhüten wollten, die wollten die Frauen nicht schwängern. Und dann sagt Mohammed Also egal, ob ihr verhütet oder nicht, wenn ein Kind kommen muss, wird er kommen. Also sogar die Sachen, die unmoralisch bei diesen Araber, diese wilden Menschen in der Wüste, hatten mehr Moral wie Mohammed. Das mit der Adoption. Der sagt, damit ihr euch nicht schämt, die Frauen von euren Kindern zu heiraten, sagt er für die Menschen. Das heißt, die haben sich geschämt von dem, was er getan hat, der Typ. Die fanden es nicht normal, dass der Typ die Frau seinen Sohn nimmt und dann heiratet er ihn mit seiner Nanny, also mit der Frau, die Momo großgezogen hat. Die war 70 und der Seyd war 18. Also die nimmt ihm seine junge Frau, die gibt ihm eine Oma. Das war ja unmoralisch. Die Menschen hatten wirklich mehr Moral und mehr Respekt. Die hatten auch ihre eigene Regel für den Krieg. Die haben den Asharul Hamd, die vier Monate, verbote Monate respektiert. Der hat alle Moral zerstört, was diese Menschen hatten. Jeden, jeden, der hat ja auch mit den Leuten Verträge gemacht, so Friedensverträge. Der hat alle Verträge gebrochen. Die zeitlichen Verträge steht ja auch in Tauber, die zeitlichen Verträge sind kaputt und die längeren Verträge sind auch annulliert und tötet jeden bis zum Ende der Welt. Also das Bild, was er haben will, ist Blut und Leiden und Elend für alle Ewigkeit, Mann. Die Welt wird nie zur Ruhe kommen, solange es diese Religion gibt. Wir werden nie unsere Ruhe haben. Ja, der hat recht, der Bawu, Ex-Muslim. Weil, das ist ja wieso, weil Allah das in Sura 9, Vers 29 verlangt, Sura 9, Vers 5, Sura 8, Vers 39 und dem Muslimen vorschreibt zu kämpfen, Sura 2, 216. Ja, da ist das. Da ist das Problem. Verteidigung. Die haben sich verteidigt. Haben sie sich nicht nach Spanien verteidigt? Warum sollte überhaupt irgendjemand, die Leute in der Wüste angreifen? Was wollen die Menschen mitten in der Wüste in Mekka? Von denen wollen sie Sand? Was wollen sie da haben? Nicht mal den Römischen Reich. Nicht mal den Römischen Reich wollte diese Land haben und der wäre fähig. Keiner war Interesse für diese Lande. Das ist der einzige Land, die noch nie kolonisiert wurde. Weil da keine Wasser gibt, keine Pflanzen, nichts, nur Hunger und Tod. Wir wissen alle, was in der Wüste gibt. Gottes Segen. Hallo Leute, Babu. Gottes Segen, der Mutigste auf TikTok, ja. Die trauen sich gar nicht mehr. Nee, Babu. Muslime würden nie mit jemandem reden, der Arabisch kann und die Quellen kennt. Das würden sie nie machen, weil dann die Takiya einfach nicht funktioniert. Das ist krank. Das ist zu krank. Das ist einfach so verstörend. Und sobald jemand Arabisch kann und die ganzen Schriften den Muslimen ins Gedicht brettert, dann kommen sie überhaupt nicht zu einer Diskussion oder sonstiges. Nur die, wo es nicht brenzlig wird für sie. Das ist so krank. Wenn du doch weißt, dass deine Religion so ist, warum bist du da noch drinne? Verstehe ich dich. Komm da noch raus. Das frage ich mich auch immer. Oder du bist ein bösartiges, sadistisches, du weißt schon, oink oink, dass du in dieser Religion bleiben möchtest, weil du das eines Tages vielleicht durchsetzen willst, was Allah da von dir verlangt. Aber du noch in Zeiten der Schwäche so tust, als wäre dein Glaube und mein Glaube so dasselbe. Wenn sie ein Prozent Macht hätten, Amir, nur ein Prozent, weißt du, was sie mit uns machen würden? So mit Leuten wie Babo. Hier der eine Junge, der vorhin bei dir drin war, den kenne ich ja auch, der ja einen Säureangriff überlebt hat, nur weil er seine Religion gewechselt hat. Und das in Deutschland. Ja, absolut krank. Ich sage immer zu den Leuten, geh zu Babo hoch, der kann Arabisch. Nein, Babo ist ein ungläubiger. Ich bin eine Christa, ich bin ein arabischer ägyptischer Christ. Ich bin aus Ägypten ein Christ, ein arabischer Christ. Und ich bin kein Ägypter. Ich bin aus Marokko, ich bin Sunnit gewesen. Und die sagen, ich bin Christ, nur um mich zu diskreditieren. Babo, das ist denn Ihre Taktik. Sobald einer sagt, er ist Ex-Muslim, er muss erstmal geprüft werden, er muss dann die Zaubersprüche aufsagen. Der Amir, der hat ja auch sieben Nationalitäten. Der Amir ist Aramener, Armenier, Jesider. Der weiß gar nicht mehr, wer ist der Amir selber. Ich bin alle, ich bin Staatsschutzbeauftragter. Ich bin Moskland-Agent. Und ich bin von allem etwas. Oh mein Gott. Der Moskland hat gesagt, nee, wir respektieren alle Religionen. Und Allah sagt dir in dem Koran, Und die, die nicht mit den Gesetzen von Allah regieren, das sind Kupfer. Das sind Munafiqun, das sind Dhalimun. In drei Versen wiederholt er das. Und der Muhammad sagt auch, auch Umar Tuhan, auch Kassil der Nase Jami'an, ich schadu ane, la ila Allah, le kunaddinu, kullo ilillah. Ich wurde beholl, jeden auf dieser Welt zu bekämpfen, bis er nicht angebetet wird. Babu, darf ich dich mal fragen, in welchem Fall ein Muslim sein Land verlassen sollte, um in ein anderes Land zu gehen? Nur in der Muslimin. Wenn er seine Religion nicht praktizieren kann. Ja, aber ich meine, wenn er es zum Beispiel... Muhammad sagt, Bruder, Allahu wa rasuluhu beri un min kulli man yaishu beina adhuril kuftar. Jeder, der zwischen den Kufar lebt, Allah und Muhammad distanziert sich von ihm. Und Muhammad sagte auch, man mata walam yaxu, walam yuhadid nafsahu, awya yuhadid nafsahu bilghazu, mata ala shu'abatin min nifakht. Wer stirbt, ohne den Djihad gemacht zu haben oder wenigstens, was sich gewünscht hat, stirbt als Munafiq. Sura al-Maida, Vers 45. Aber jetzt mal, es gibt aber eine einzige Ausnahme, Babu, dann dürfen sie. Wenn sie, wenn sie ausharren, bis sie die Mehrheit darstellen und uns dann bekämpfen. In dem Fall dürften sie hier sein. Die sagt dir, die sagt dir, diese Herrscher, die machen das so. Die sagt dir, nein, nein, die Leute wollen den Islam. Die sagen zum Beispiel, Deutschland will den Islam. Das sind die Herrscher, die das nicht wollen. Und deswegen müssen wir sie bekämpfen, um diese Leute zu retten. Das ist wirklich hinterhältig. Oder ja, sagt es, dass sie sich da vermehren und wir sie da die Oberhand haben. Das ist ja, das ist ja nochmal, das ist ja deren Taktik. Du hast gesehen, bei mir kommen sogar Imamen, wo mir letztens, der sagt mir einer, ja, aber der Mohammed sagt doch, wie sollten wir die Menschen befreien? Wo steht das bitteschön, dass er da sagt, die Leute befreien? Wie willst du, wie willst du gegen die Sklaverei bekämpfen, wenn du vier riesige Quellen in den Islam hast, für Versklaverung? Der Islam schafft sogar neue Sklaven. Du hast den Dschihad, da holst du auch Sklaven. Deine Sklaven gebären Kinder, das sind auch deine Sklaven. Zweite Quelle, Al-Hadiyah, Geschenk, du kannst auch Sklaven als Geschenk bekommen, dritte Quelle, der Markt, du kannst auch Sklaven im Markt kaufen, das ist die vierte Quelle und du willst dagegen kämpfen, nur in Befreiung, wenn du einen, wenn du einen Verbrechen machst, also als Strafe oder eine Sünde, wenn ich, also wenn ich ein richtiger Moslem bin und keine Sünde mache, muss ich auch keine befreien und das ist als Strafe für dich. Das ist nicht, um den Menschen zu befreien, dass du damit fühlst, wie hart das ist, weil das ist auch ein Eigentum. Guckt euch das mal bitte an, hört euch das mal bitte an, was Imam Asiyuti sagt, zu Surin 9, Vers 5. Das ist die Aya des Schwertes, Aya to save, das Verzeihung, Waffenstillstand und Übersehen aufhebt, wird als Beweis für die Erlaubnis zur Gefangennahme verwendet und sie zu belagern, ist die Erlaubnis, nachzubelagern, zu überfallen und anzugreifen. Ibn Abi Hatim berichtete, dass Abu Imran al-Jafwi sagte, dass Rebat auf dem Weg Allahs in den Worten zu finden sei. Lagere sie auf jedem Weg. Wenn sie Tauber verrichten, das Gebet verrichten und die Sakat zahlen, lassen sie ihren Weg gehen. Reue vom Schirk reicht nicht aus, um sie ihren Weg gehen zu lassen. Bis sie das Gebet verrichten und die Sakat zahlen. Aschafi betrachtete dies als Beweis dafür, jeden zu nackentherapieren, der das Gebet aufgibt und jeden zu bekämpfen, der sich weigert, die Sakat zu bezahlen. das Gebet im Islam mit dem Tode bestraft wird. Wer aufhört zu beten, nicht gemahnt werden, wenn er nicht zurückkommt und nicht betet, muss er getötet werden. Da haben wir den Beweis. Der Abu Naji hat es ja damals gesagt, es gibt ja eine Fatwa, ein Rechtsurteil. Natürlich, natürlich. Amir, du musst dir mal vorstellen, bei Babo war ein echter Imam. Ein echter Imam. Hör zu, hör zu. In Saudi-Arabin von einem großen Begarten gibt es eine Fatwa. Fatwa heißt Urteil. Jemand, der nicht betet, man muss ihn ermahnen. Erwahn. Guckt euch das an. Wenn ihr immer noch nicht betet, der muss getötet werden. Absolut krank. Das ist ein Fatwa. Schwarz auf weiß. Weiß auf weiß. Jetzt. Derjenige, der nicht betet, der scheidet sich selbst. Ist das krank? Ist das krank? Die ganzen Euro-Muslime schweben wegen ihrer eigenen Religion in Gefahr. Was ich denn ABK gesagt habe, diesen ganzen Affen, die mir nicht zuhören, dass sie denken, ich wäre so ein Islamhasser. Nein. Eure eigene Religion hasst euch selber. Das ist eine Fatwa, ihr wahnsinnigen Mann. Eine Fatwa. Weißt du, was das heißt? Ein geprüktes Rechtsgutachten. Da gibt es nichts dran rumzurütteln. Und das darf nicht von jemandem, irgendein Handelmann, einfach rausgegeben werden. Nein, das muss eine hohe Autorität in die Welt setzen. Du kannst ja nicht einfach für Millionen von Muslimen eine Anleitung geben, wenn du keine Ahnung vom Islam hast. Traurig, Schande auf dieses Auffassungsvermögen dieser Euro-Sisha-Muslime. Sie müssten eigentlich mit uns hier so stehen und sagen, wir müssen diese Leute unterstützen. Sie sind ja auf unserer Seite. Wir haben nichts mit dieser Religion zu tun. Diese Religion lässt uns gar nicht so leben, wie wir wollen. Beten, wann immer wir wollen. So. Absolut krank. Absolut krank. Millionen von Schab-Beiten. Die kennen die Religion nicht. Keine Ahnung. Es gibt Gesetze, Bruder, in dem Islam. La ishtihadama annas. Du kannst nicht eine eigene Initiative machen, wenn du da einen Text, einen klaren Text hast oder ein Ijmaar. Als Muslim-Sunnit, du musst an den Koran glauben, an den Hadith, an den Ijmaar und an den Qias. Das sind die vier Säulen für Sunniten. Und du kannst nicht den Ijmaar leugnen. Den Ijmaar, das heißt eine Einigung, dass alle Gelehrte sind einig. Außerdem, wenn du nicht mehr betest, bist du ja kein Muslim mehr. Und Mohammed sagt, la yahillu da mumri'in illa bittalad at fiyyibul zani wal nafsu bil nafsu wal mufarakul jama'at farikul idini der, der sich von der Gemeinde entfährt und seine Religion verlässt. Das hat Mohammed gesagt. Klar. Und deutlich. Ja, das, was uns und die Ungläubigen trennt, ist das Gebet. Wer es aufgibt, ist einer von ihnen. Auch wieder in ich weiß nicht mehr, welche Sora eure Eltern, eure Brüder, eure Kinder, eure Geschäfte, eure Häuser sollen euch nicht davon abhalten, den Jihad für Allah zu machen. Wie gesagt, für die Leute, die hier Geschäfte führen in Deutschland, sagen, ja, ich kann meine Geschäfte nicht lassen, ich würde gerne in ein islamisches Land. Allah sagt dir, der wird dich bestrafen. Sogar wenn du deine Kinder vor dem Islam machst. Du darfst nicht für deine Kinder stellen, wenn sie nicht Muslime sind, Mann. Und das ist klar im Koran. Das ist kein Hadith. Und Hadith müssen die auch nehmen. Ja, das ist Surah 9, Vers 23. Man darf sich nicht seine Mutter, Vater, Brüder, alles zu Freunden nehmen und zu engen Kontakt halten, wenn sie nicht an Allah und seinen Gesandten glauben. Babu, der Imam, der bei dir oben war, das war ein echter Imam. Und er hat gesagt, die Deutungshoheit des Korans liegt allein nur bei ihm. Das heißt, er hat sich über seine eigenen Gelehrten gestellt, nur um bei uns ein bisschen Takiyah zu machen, dass der Islam nur Frieden ist und dass die Gelehrten sich alle irren, die den Koran auslegen. Und das ist ein echter Imam. Das war ein, ich habe den gegoogelt, ich habe ihn ja gegoogelt, das ist ein ausgebildeter Imam. Der kommt nicht mehr bei mir hoch. Der kommt nicht mehr. Der wollte mir sagen, mit der Befreiung, ich habe ihm gesagt, nur Muslime darfst du befreien und ich habe ja alle Hadiths im Kopf. Und dann habe ich ihm den Hadith genannt, wo der Typ eine Sklavin befreien wollte und Mohammed hat ihm gesagt, bring sie zu mir. Der hat sie zu ihm gebracht, der sagte, ich will sie befreien, die ist eine gute Frau, ich habe sie richtig erzogen und dies und das. Und dann fragte sie Mohammed, wo ist Allah? Die sagte ihm oben, die sagte, wer bin ich? Und die sagte, du bist der Rasulallah, also Prophet von Allah. Und dann sagte er, okay, die ist gläubig, du darfst sie befreien. Und davon nehmen sie ein Urteil. Und dann hat er gesagt, ja, was versteht man hier von diesem Hadith? Darf man nicht Muslime befreien? Die sagte, ich gehe davon, nein. Und dann kam er nie wieder. Babo, kennst du den Hadith aus Sayar al-Bukhari 3617, wo ein Christ für Mohammed den Koran geschrieben hat? Und dann, der war erst, der ist dann zum Islam kommentiert, dann wieder zurück zum Christentum, hat gesagt, der Mohammed weiß nicht, was ich auch nicht weiß. Ich glaube, du meinst Abdullallah ibn Abissar, oder? Der fährt nicht Abdullallah ibn Abissar, nein, nein, nicht der, warte, ich zeig dir. Warte, ich gucke mir den Hadith, ich kenne dir nur auf Arabisch. 3617, da ist einer zum Islam kommentiert, ein Christen hat für Mohammed Offenbarung geschrieben, also einen Koran geschrieben, und am Ende hat er gesagt, der Mohammed weiß nichts, was ich auch nicht weiß, und dann wurde er umgebracht, deswegen. Ja, 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 das ist richtig. Ja, viele haben den Islam verlassen, ne? Viele haben den Islam verlassen. Ja, aber dass einer seiner Schreiber den Koran verlässt, und die müssen ihn verlassen. Ja, aber deswegen dachte Abdullah, Abdullah hat auch für ihn den Koran geschrieben, der Vers von Tabarakar, Bukah, sul-Khaliqin, ja, gepriesst, sei dein Gott der Beste von allen Schöpfern. Aller Schöpfer, ja. Es wird mehrere Schöpfer gibt, und dann, und der ist trotzdem, der hat trotzdem, der sagte ihm, ja, aber ich habe es so gesagt, der sagte ihm, ja, es ist so, genau so habe ich es gehört, sagt Mohammed. Und dann das zweite Mal hat er angefangen, der wollte ihn noch testen, Der hat ja nicht nur, der hat noch einen Test gemacht, wenn er ihm sagt, zum Beispiel, Sami und Alim, der schreibt, Raffor und Rahim. Der sagt ihm zum Beispiel, Aziz und Hakim, der schreibt was anderes. Und dann, und Mohammed hat das nicht gecheckt, ne? Weil es musste ja nur passen, ne? Rahim, Aziz, Hakim. Und dann ist er abgehauen, nach Mekka, und hat gesagt, wenn er ein Prophet ist, dann bin ich genauso ein Prophet. Und er wollte ihn ja am Ende töten, wo er dann zu ihm kam, und den Islam nehmen wollte, danach in Mekka, und der war ja der Cousin von, 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 äh, und auch sein Bruder vom Stillen. Und dann, als er rausgegangen ist, hat Mohammed, seine Sahaba, hier so viel zu Mohammed, hat niemanden umgebracht, fragte den Sahaba, warum habt ihr mich getötet? Und die sagten ihm, ja, du hast kein Zeichen gemacht. Und der sagte, ja, aber Propheten machen keine Zeichen. Also, ihr hättet ihn töten, also ohne meine Erlaubnis, sozusagen. Babo ist wie so eine Wand in der Bibliothek. Heftig. Ja, schade, dass die Muslime das nicht sehen, wirklich schade. Wenn Sklaven befreien, konnte ich noch einen Punkt, einen wichtigen Punkt. Wenn du jetzt ein Scharia-Land hast, ne? Und die Muslime zum Beispiel, obwohl diese Strafen für Sklavenbefreiung gibt es nicht mehr, weil zum Beispiel damals gab es Al-Zihar, das heißt, du sagst, deine Frau, du bist für mich wie der Rücken meiner Mutter. Das sagt kein Mensch heute für die Scheidung. Und da müsstest du einen Sklaven, Muslimen Sklaven befreien. Und außerdem, Menschen können auch sagen, wir brauchen Sklavenmärkte, damit wir Sklaven kaufen und befreien können. Also es ist ein Muss, Sklavenmärkte zu haben in einem Scharia. Sonst können die Menschen keine Sklaven kaufen und daher auch nicht befreien. Das ist kontraproduktiv, das, was die da erzählen von Befreiung. Ja, da kaufen sie zehn Stück und einen befreien sie und dann sagen wir, das haben wir für Gott gemacht. Fasten. Für das Fasten gibt es ja keine Bestrafung in dem Islam. Du kannst das freiwillig einer befreien. Aber das ist nicht deine erste Wahl. Du kannst ja auch Fasten zwei Monate oder 60 Leute Essen geben. Es ist nicht immer direkt befreien. Und deswegen hat das nicht funktioniert, man. Ich sage euch, ich habe bei uns zu Hause Sklaven noch erlebt und ich bin ja nur 35 Jahre alt. Muss ich euch vorstellen. Ja, sie greifen immer den Westen an wegen den Sklaven, aber die islamische Expansion hat alleine 20 bis 30 Millionen Sklaven umgebracht. Die islamische Expansion ist für 380 Millionen Tote verantwortlich. Das hat keiner geschafft. Der Erste Weltkrieg, Zweite Weltkrieg zusammen, keine Atombombe und so viele Menschen umgebracht wie der Islam. Die Muslime sagen, der Westen hat die Atombombe gebaut und ich sage, ihr habt den Koran gebaut. Das ist eine größere Massenvernichtungswaffe als jede Atombombe. In Hindukusch haben die mehr Leute getötet als in Hiroshima. 80 Millionen, 80 Millionen allein im Hindukusch. Das waren damals auch gar nicht so viel. Damals waren nur 400 Millionen. Das ist der Viertelkopf von der ganzen Bevölkerung. Und letztens war auch ein Inder und der sagt, nein, der Islam ist eine friedliche Religion. Und wenn du ihm sagst, ey, lese mal die Geschichte. Wie haben deine Vorfahren den Islam angenommen? Wie? Wer hat sie dazu gebracht? Freiwillig? Haben sie den Koran verstanden auf Arabisch? Nein, haben sie nicht. Als sie angegriffen haben bei uns in Nordafrika, hat die Königin gesagt, gib uns diesen Buch. Wir sind ja fähig zu lesen. Wir können lesen. Gib uns den Buch und geht zurück. Und jeder, der mit einem Schwert kommt, ist eine Lügner und hat mit einem Schöpfer nichts zu tun. Also die hätten uns einfach nur den Buch schicken können, diesen Koran. Wir hätten es allein lesen können oder übersetzen oder was auch immer. Nordafrika war komplett christlich. Die waren alle Christen. Christen und Juden. Die haben eben in Ruhe gelebt. Die haben niemanden angegriffen. Amir, sein Leif wurde einfach übernommen. Amir ist gerade an der Tankstelle und trinkt erst mal einen Kaffee. Zum Moral. Wir haben gute Moral. Wir haben gute Charakter. Wir haben gute Erziehung. Sorry, nein. Eure Eltern haben euch nicht richtig erzogen. Entschuldigung. Und dann kommt irgendein Imam und will euch irgendwas erzählen. Der soll euch erst mal erziehen. Die müssen noch mal erziehen werden, verstehen, was Moral ist, damit sie ja nicht mehr solche Sachen sagen. Es gibt nicht Halal und Haram. Man muss ja auch mit seinem Kopf denken. Auch wenn ein Schöpfer dir sagt, du darfst ein kleines Kind heiraten, deinen gesunden Menschenverstand, musst du dir sagen, nee, dieses Kind ist noch gar nicht entwickelt. Die Organe sind nicht entwickelt, die Knochen, alles. Das ist, Kinder sind nicht dafür gemacht. Die psychischen und körperlichen Schäden sind enorm. Babo, weißt du, wann in welchem Alter ihre Knochen erst vollständig ausgebildet sind? Ich gehe davon lernen, vielleicht nach 18 bis 21. In 15 Jahren kann man davon ausgehen, dass der Körper erst ausgebildet ist, komplett reif, auch die Knochen. Die brauchen 15 Jahre lang. Und das Eiche hat nie ein Kind bekommen. Sie sagen, Eiche war nicht verletzt. Aber warum hat sie denn nie ein Kind bekommen? Bruder, wo sollte dieser Heirat dienen? Leute, seien wir mal einfach nur realistisch. Wozu soll ein Heirat mit einem kleinen Kind dienen? Ein Heirat bedeutet Verantwortung. Die Frau hat ihre Verantwortung, die Frau zum Beispiel kocht, die muss putzen, die muss was auch immer. Auch wenn wir sagen, jetzt damals in der Zeit. Aber wenn du ein kleines Kind heiratest und du ihn zu dir nach Hause nimmst, das bedeutet nur für einen Grund, für deine kranke Gelüste. Das Kind hat bei dir nichts zu suchen. Wozu soll dieser Heirat dienen? Außer deine kranke Gelüste zu befriedigen, Mann. Es ist kein Heirat. Heirat ist eine Antwort. Du musst dir mal vorstellen, das war die Tochter von seinem besten Freund. Du weißt, wie die Kinder von deinem besten Freund sind. Die sind praktisch wie deine eigenen Kinder. Du ziehst damit auf, du erlebst die Geburt, du bist dabei, wenn sie erste Schritte machen. Ah, du bist komplett dabei. Du bist wie ein Pfad. Also die Kinder von meinen besten Freund sind wie meine Kinder. Ich habe keinen Unterschied für sie, weil ich kenne sie seit der Geburt. Und auf einmal gehe ich zu ihm und sage, gib mir deine Tochter. Man wird nicht erregt. Bei kleinen Kindern werden normale Menschen nicht erregt, Mann. Sonst würden wir uns nicht trauen, die Kinder ins Schwimmbad zu schicken oder was auch immer. Wir würden sie verstecken, aber wenn Mohammed heute gäbe, müssten die Leute ja aufpassen auf deren Kinder. Es ist einfach so. Normale, gesunde Menschen haben nicht diese Neigungen. Punkt. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Die wussten nur nicht. An ein Kind ist nichts Erregendes. Nichts. Nada. Damals krank und die Leute, die das gemacht haben, waren auch damals pedo. Die wussten es nur nicht und die Männer hatten die Macht. Auch wenn eine Frau jetzt sich um ihre Tochter Sorgen macht oder so, die haben ja auch sowieso die Frauen nur als Ware gesehen. Auch der Heirat im Islam. Du gibst ihm Geld und machst den gleichen Gebet, den du machst, wenn du eine Ziege kaufst oder wenn du eine Kuh kaufst, den gleichen Gebet sagst du dann auch bei der Frau an den Heirat. Das ist dein Eigentum. Wie heißt das Gebet? Darf ich mal fragen, wie das Gebet heißt? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also ich hoffe, dass sie kommt mit Reis, mit Geld, mit, also das ist, wie wenn du eine Sache kaufst, dass das so gut ist. So ein Gebet, ich weiß es nicht mehr. Ich habe noch nie geheiratet, oder? Alles gut, alles gut. Natürlich nicht, aber sowas, das ist gut. Also das ist, das ist nicht nur für mich als Quelle. Das ist eine Segen für dich ist. Kann ich dir gerne raus holen, dass das eine Segen für dich ist und Barakat und so Sachen, solche kranken Sachen, einfach mal. Die Leute leiten mal bitte. Für sie ist Heirat, für sie ist Heirat und Versklaverung von Menschen normal. Und wenn du mit deiner Freundin bist, das ist für sie eine Katastrophe und ein Haram und ein Sinner. Und eine Frau, mit einer Frau zu schlafen, ohne ihre, ohne ihre Zustimmung, ist für sie moralisch. Eine Frau zu schlagen, ist für sie moralisch. Was sie sagen immer in Das ist nicht meiden. Die sagen immer, ja meidet sie in dem Bett. Das ist nicht meiden, Mann. Guck mal, man muss ja auch logisch denken, warum musst du sie ja bestrafen? Die sagt dir, Wenn du Angst hast oder wenn du befürchtest, dass diese Frau mit dir nicht gehorcht, im SEX, dann darfst du sie schlagen und beschimpfen und dann aber nicht meiden, weil wenn du sie meidest, dann hat sie doch gewonnen. Das ist das, was sie wollte, dass du sie meidest und Ruhe lässt, weil sie wollte nicht mit ihm schlafen. Und das macht keinen Sinn. Du hast ja vier Frauen, du hast unzählige Sklaven, das kann ja nicht meiden. Über diese meiden sie im Bett. Achso, Sture 424? Ja, das bedeutet, das bedeutet nicht meiden. Achso, Sture 434? Ja. Babu meint, dass das Wort meiden falsch übersetzt ist. Er meint, dass es fesseln heißt. Ja, das ist fesseln in dem Bett umschlagen, weil Al-Hajr, Al-Hijjar, ist ein Seil, mit dem man die Kamele gefesselt hat, der vordere Bein mit der hintere Bein. Wenn du schreibst, wenn du schreibst in Google, Hijjar, dann kommen nur Kamele raus und diese Seilbilder und so. Wenn du schreibst, Hajr al-Ba'ir, das bedeutet, die Kamele zu fesseln, nicht zu machen. Warum übersetzen die Muslime Sure 33 bei 56 mit Yussaluna auf ihn segnen? Das ist aber falsch übersetzt, ne? Ja, das war gestern mein Thema. Leute, erwähnst du das. Ernstlich. Ja. 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 Das ist beten. Ja. Sallallahu alayhi wa rahmahmed. Wem soll Allah beten? Ich habe eine Wortstudie unternommen. Ich habe das Wort Yussaluna als Einzelnes kopiert und dann habe ich das in arabische Wörterbuch eingegeben. Das kommt absolut nur mit Beten vor. Niemals mit Segnen. Auch im Google-Übersetzer kommt das Wort Gebet raus. Auch im Google-Übersetzer beten. Alles ist immer beten. Die Muslime sind so unehrlich, das kannst du dir nicht vorstellen. So unehrlich in ihren Übersetzungen. Boah. Bitte, Bruder, auch die Fatwas. Zum Beispiel gibt es die Seite in dieser Islamweb, das ist eine katharische Seite. Die haben Fatwas auf Arabisch. Du kopierst die Nummer von der Fatwa. Du machst auf Deutsch. Du findest sie nicht. Ja, ich habe sie nicht gefunden. Fabo hat mir Fatwas geschickt. Die gab es auf Arabisch, aber die gab es nicht auf Englisch. Es ging um Kinder-Ehe. Das ist erlaubt. Rechtsurteile. Ja, ich habe das ja gepostet gehabt in meiner WhatsApp-Gruppe. Ich habe die Fatwa nochmal dahin gepostet. Morgen, irgendwelche Gelehrte. Er sagt mir, einer der Gelehrten kennt und er sagt mir einen neuen Namen, den ich noch nie gehört habe. Ich habe gesagt, wann hat dieser Gelehrte überhaupt gelebt? Er sagt mir, ja, der lebt immer noch. Ich habe ihm gesagt, okay, du bist jetzt ein Gelehrter. Er lebt immer noch. Er ist höher als im Kassir, ein Kurdi, wie ein Tabari, ein Jalalai. Natürlich, klar. Das ist einer aus Syrien, der schreibt Tafsire. Das ist ein Syrer, der schreibt Tafsire und der lebt immer noch. Und ich habe das auch mitgegeben, dass die Musime jetzt mittlerweile immer ihn zitieren, wenn sie Tafsire zitieren. Der lebt bis heute in Syrien, glaube ich. Ich meine, du darfst keine eigene Initiative machen, wenn es ein Ijmer, ein Ijmer heißt, dass alle Gelehrte über die Geschichte sich einig sind über die Sache. Und du wirst jetzt kommen und sagen, nein, sie hatten kein Recht. Scheichel, ich lehme, ich bin Taimiyah, man, weißt du, du kannst nichts sagen. Pass mal auf, was Ibn Taimiyah sagt. Pass mal auf, was der sagt. Hier, guck mal. Achtung, zieht euch das bitte rein. Das ist so krank. Das ist so krank. Das glaubt ihr gar nicht. Warte, ich halte gleich mal und dann zeige ich euch das mal. Rede ruhig weiter, ich such das ganz kurz. Guck mal hier, was Ibn Taimiyah sagt. Kein Wunder, wie hast du gesehen, wo als die als der islamische Staat die ganze Zeit diese Morde begangen hat, wen sie zitiert haben? Wahnsinn, ne? Al-Asra hat sie nicht als Kofar genannt. Sie konnten sie kein Tag für bei denen machen. Die sagten, nein, die sind gläubig. Wir können nicht sagen, dass sie Kofar sind. Nein, sie sind nicht. Was die Al-Asra hat, hat sie nicht zu Kofar erklärt. Dürfen sie gar nicht. Die Bütze, die Muslime, nur weil sie etwas Schädliches betreiben und aus dem Islam ausschließen. Das geht nicht. Das ist ein gelogener Brief, den sie erstellt haben. Das ist nichts anderes als Takriya. Alles Kferde genommen, die aburgiert wurden, damit man das so zeigt, dass der islamische Staat unrechtmäßig da handelt. Ja, Wahnsinn, ne? Absolut Wahnsinn. Al-Asra, also der Chef von Al-Asra, Videos, Leute, der sagt, ich kann das nicht sagen. Ich kann, weil der weiß selbst, der lernt doch das in seiner Universität, das, was die gemacht haben. den Al-Asra haben gelernt, Mann. Oha, das ist eine starke Info, ja, das ist eine starke Info. Ja, ich kann dir das Video schicken, Bruder. Oh, bitte? Und der sagt, in der Ägypte letztens, in der Ägypte letztens, wo gab die Sklaverei in den Islam? Ich habe ihm gesagt, ey, Mann, bei euch in Ägypten bis 1948, das ist gar nicht so lange her, das sind 60 Jahre, Mann, 70 Jahre. Und der ist gegangen, hat gesucht, dann kam wieder zurück, ja, aber das hat nichts mit dem Islam zu tun. Dann gab ich ihm wieder die Verse. Dann war er wieder weg und der spricht Arabisch und das hat nichts mit dem Islam zu tun. Gibt es ja eigentlich keinen Islam. Weil egal, was du sagst, hat nichts mit dem Islam zu tun. Warum gibt es da noch diese Religion? Die werden uns sagen, Mohammed hat auch nicht mit dem Islam zu tun. Ja, genau. Guck mal hier, guck mal hier, wie einige Gelehrte, bevor ich das von Ibn Taymiah zitiere, bevor ich das von Ibn Taymiah zitiere, guck mal, wie einige Muslime, so Gelehrte, gegenüber den Euro-Muslimen und Muslimen im Allgemeinen, die den offensiven Dschihad leugnen, so wie Pierre Vogel, Abu al-Bara und diese ganzen Konsorten, die sich hier im Westen befinden, gesagt der Folgendes. Eines der seltsamsten Dinge ist, dass wir in einer Zeit leben, in der es einigen Muslimen peinlich ist, vor ihren Kafelfreunden Verse und Ahadis über den Dschihad zu zitieren. Ihre Gesichter werden rot, ihre Gesichter werden rot, weil sie zu schüchtern sind, die Bestimmungen zur Dschihad, zur Sklaverei und zur Tötung von Kriegsgefangenen zu erwähnen. Sie wünschten sich, dass sie diese Verse und Ahadis aus dem Koran und des Sunna streichen könnten, damit sie nicht von dieser Welt und mit ihren rückständigen Prinzipien kritisiert werden, obwohl sie behaupten, zivilisiert zu sein. Wenn sie nicht löschen können, versuchen sie, diesen falsch zu interpretieren, wie Pierre Vogel, und ihre Bedeutung zu verzerren, verdrehen, damit sie den Launen und Wünschen ihrer Meister angefasst werden, also so die Ungläubigen. Wo finden wir da sind? Um das Altaf Stil, Band 1, Seite 46. Wahnsinn. Das heißt, sie nennen unsere Prinzipien als rückständig. Ja, genau. Wie wir im Frieden leben. Also das hat er gesagt vor 600 Jahren, gell? Also die Leute haben sich damals gesehen. Babu, Babu, weißt du noch, als du gerade gesagt hast, wer stirbt, ohne gekämpft zu haben oder den Gedanken gehabt zu haben, zu kämpfen, wo finden wir das? Sahih Muslim. Hadith 3533, berichtet von Abu Huraydah, dass der Prophet, in dem Segen sei auf ihn, sagte, wer stirbt, ohne gekämpft zu haben oder darüber nachzudenken, zu kämpfen, ist auf dem Zweige der Heuchelei gestorben. Wahnsinn, ne? Oder Al-Razu. Das sind alles Kufad und Munafirin. Heftig, ne? Aber das ist nicht Kampf, ne? Auf Arabisch, Al-Razu ist der Angriffskrieg, dass du die Leute angreifst. Angriffskrieg, natürlich. Guck mal hier. Guck mal hier. All diese Texte und viele andere im Koran und in der Sunda bedeuten hier, hier Kamehameha erstmal. Der Doktor Shera, Mohammed ist Kamehameha am Verfassen. Alle diese Texte und viele andere im Koran und in der Sunda bedeuten, dass es für die Muslime verpflichtend ist, den Jihad gegen die Kufad zu führen und dabei die Initiative zu ergreifen. Die Gelernten sind sich einig, dass der Jihad gegen die Kufad die Suche nach ihnen in ihren eigenen Ländern, der Aufruf zum Islam und der Jihad gegen sie, wenn sie den Islam nicht annehmen oder die Zahlung der Jizia nicht akzeptieren, obligatorisch sind und nicht abgeschafft wurden. Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Band 28 Seite 249 sagte, jeder der den Ruf des Gesandten Allahs Frieden und Segen sein auf ihm zur Religion Allahs, mit der er gesandt wurde, hört und nicht darauf reagiert, muss bekämpft werden. Damit es keine Fitna und damit keine Unterwerfung gibt, wird alles für Allah sein. Übelst, ne? Übelst, 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 übelst. Und das meinte ich wohl, wenn sie hier sind, dann nur aus diesem Achtung, Achtung, warte. Dies ist die Regelung für den physischen Jihad im Islam. Ob es nun darum geht, die Initiative zu ergreifen und die Kufad dazu aufzurufen, dieser Religion beizutreten und sie der Herrschaft des Islams zu unterwerfen oder ob es sich um den Jihad handelt, um die Religion und Ehre der Muslime zu verteidigen. Frage Nummer 34.840. Ist es für jeden Muslim obligatorisch in den Jihad zu gehen oder ist der Jihad Musterhab und nicht obligatorisch? Das ist die Frage, die gestellt wurde einem Scheich. Wahnsinn, ne? Das ist für immer. Der Jihad ist Fard Kifaya. Es gibt zwei... Ja, genau. Fard Kifaya. Ja, das heißt, nicht jeder muss das machen, aber viele müssen es machen, die Männer die Fähigkeit. Und Fard A'in, das bedeutet, wenn du angegriffen bist, zwei. Und das ist Jihad Uttalab oder Jihad Ibtida, dass du anfängst, ne? Und das ist die Frage, dass du den Kifir in seinem Zuhause bekämpfst. Das ist klar, da kann man gar nicht irgendwie leugnen. Und es gibt, wie gesagt, ein Idjmaa. Das verstehe ich nicht. Wie können sie, wenn sie ein Idjmaa kennen, wie können sie noch darüber diskutieren? Das dürfen sie nicht. Das dürfen sie nicht. Und wenn Wer irgendwas von der Religion leugnet, was Bekanntes leugnet, ist ein Kifir. Die können das nicht. Also zum Beispiel, Babu, also zum Beispiel, wenn Abu al-Bara den offensiven Jihad leugnet und Pierre Vogel und alle hier in Europa das leugnen, sind das alles Kuffar und haben den Islam und den Koran verleugnet. In den Hadithen zum Beispiel, es gibt ein Hadith von Mohammed, man qale anni, mal am aqul falitha bahu am aqadahu minanar. Wer irgendwas über mich erzählt, was ich nicht gesagt habe, der hat seinen Stuhl sozusagen in die Hölle schon vorbereitet oder sicher. Und dann sagen die in den Tafsir, sagt zum Beispiel Ibn Taymiyyah, wer irgendwas über den Mohammed erzählt, ohne die Taqiyah zu machen, ist ein Kifir. Also die sagt dir schon in den Tafsir, für die, die sagen, es gibt kein Taqiyah. Sogar in den Tafsir empfindest du, der, der über Mohammed irgendwas erzählt, ohne Taqiyah zu machen, ist ein Kifir. Und wer die Hadithen leugnet, sagen auch, ist Kuffar Sarih. Das ist ein klarer Kuffar, wenn du ein Hadith leugnest. Kuffar Akbar. Das ist Kuffar Akbar. Du hast gerade einen sehr guten Hadith zitiert, das heißt, wer Lügen über Mohammed erfindet und Hadithe schreibt, der geht in die Hölle. Hast du ja gerade gesagt. Wie kann es sein, dass er sich sicher seinen Platz vorbereitet, für die Tafsir, auch super süß, ja. Genau. Wie kann es dann sein, dass Hafts Lügenhadithe für Mohammed schreibt und das auch so abhint wird? Beide. Beide, Hafts und Hafts. Das sind ja Lügner und Betrüger, die Mohammed lügen Geschichten. Geht ja weiter, geht ja weiter. Das heißt, dieser Hafts ist in der Hölle und sie lesen ein Koran von jemandem, der in der Hölle ist. Und dann sagt Mohammed, ein Dieb, ein Dieb kommt auch in die Hölle. Und A sind wir ein Dieb. Wahnsinn, ne? Das heißt, zwei Leute, die heute in den Koran uns gebracht haben, denn Muslimen sind beide in der Hölle. Man trock al-Hadid, die nehmen kein Hadid von ihm. Und außerdem auch Abu Huraira war ein Dieb. Der hat das ganze Zakat-Geld von Bahrein geklaut. Der hat alles geklaut. Zweimal hat er das Geld von Abu Huraira, der hat uns die meisten Haditen gegeben. Da ist das ganze mehr. Der hat die Bahrein, der Omar hat ihn auf Bahrein, also als Herrscher gemacht, ne? Und der hat das ganze Geld von Zakat geklaut, das erste Mal, dann hat er ihn beschimpft und dann nochmal hat er das gemacht. Der war ein Dieb. Abu, wie kann das denn sein, dass Abu Huraira, einer der größten Überlieferer, nur zwei Jahre mit Mohammed gelebt hat? Wie hat er das geschafft, in den zwei Jahren, die die meisten Haditen zu tun haben? Der Hadite, wo der sagt, ich war am Verhungern, auf dem Boden habe ich mich so gequält vor Hunger und ich bin zu Menschen gegangen und habe den über einen Vers gefragt, obwohl ich es wusste, nur damit sie Mitleid mit mir haben und mir etwas zu essen geben, eine Dattel oder so. Ich sage dir, das ist der Hunger, den diese Leute getrieben hat, nicht Allah. Wahnsinn. Wahnsinn. Weil es passt ja gar nicht, dass er in zwei Jahren so viel Hadith überlegt hat. Er hat gesagt, auch ich habe nur die Hälfte erzählt von dem, was ich habe und die andere Hälfte habe ich gar nicht erzählt, Abu Huraira. Und der hat, wie du gesagt hast, gar nicht so lange mit ihm gelebt. Und Abu Bakr, mein bester Freund, sagt, ich traue mich nicht, irgendwas über Mohammed zu erzählen. Der hat ganz wenige Hadite, Abu Bakr. Er hat 500 Hadith-Bücher verbrannt, Abu Bakr. Was? Das ist gar nicht so erzählt. Ja, die Sahaba wollten nicht, dass man irgendwas über sie aufschreibt, ne? Nein. Und auch die Muslime, alle Muslime haben den Islam verlassen nach dem Tod von Mohammed. Die ganze arabische Halbbrüche. Die große Rinderkriege, die große Rinderkriege von Abu Bakr. Ich meine, die haben ja die Wunde, die sagen uns, in welcher Wunde. Okay, wenn diese Leute die Wunde gesehen haben, Mohammed erlebt haben, die haben nicht mal an ihnen geglaubt. Und nach seinem Tod haben die alle den Islam verlassen. Und kommst du heute und sagst mir irgendeine Wunde? Diese Leute müssen ja bescheuert sein, wenn sie die Wunde vor sich sehen und trotzdem noch den Islam verlassen. Ja. Wir sind bezweifelt, Babu. Okay, alles klar. Danke dir, danke, dass du da warst, Babu. Gott segne dich und deine Familie. Danke, dass du mich hochkollt. Ich gehe auch runter, damit ich Muslime habe. Danke. Gottes Segen. Ciao. Gottes Segen. Vielen Dank. Leibsichtbarkeit eingeschränkt. Aha, okay. Kein Internet, doch jetzt. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Ja, hi. Hi. Gott segne dich und deine Familie. Danke, Bruder. Also, dir auch. Dich auch. Danke. Ich habe eine Frage an dich. Wie bist du Christ geworden? Ja, ich habe mich damals in meiner Religion auseinandergesetzt und habe einige Dinge herausgefunden, die sehr, sehr schwierig für mich waren und habe mich dann auch mit der Bibel dann beschäftigt und bin dann zum Entschluss gekommen, dass die Bibel die absolute Wahrheit ist, dass der Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist und dass er am dritten Tag aufgestanden ist und dafür gibt es Beweise. Gott segne dich, genau. Und Gott ist kein Ampelmann, der einfach sein Wort verfälscht von irgendwelchen Menschen, verstehst du? Genau, genau. Gott segne dich, echt. Gott, Gott segne dich auch, mein Lieber. Respekt, Respekt. Schön, dass du jetzt auf Christ geworden bist und dass du jetzt das Leben verstehst jetzt. Amen, Amen. Danke. Ich danke auch den Herren. Deine Eltern sind immer noch Muslim oder bist du jetzt nur alleine gekommen? Ja, die haben noch diesen muslimischen Kopf. Okay, aber kannst du irgendwie die nicht retten und helfen? Nein, ich kann niemanden retten und helfen. Ich kann höchstens mit denen reden, aber was am Ende der Herr Jesus Christus entscheidet, das bleibt bei jedem. Schade, schade. Ja, die bin ich dabei immer für meine Eltern. Ja, genau, ist so. Also meine Schwestern sind auch Muslim. Also die Männer sind Muslim. Und die haben keine andere Weise. Und die sind zum Islam konvertiert, ne? Genau, genau. Ich war auch früher Muslim, aber ich bin, ich habe mich auch entschieden, zu Christ zu sein. Ach, du bist Ex-Muslim? Genau. Hammer. Sehr schön. Ja, das war auch. Mein Vater hat immer Koran gelesen, aber ich habe gesehen, dass das Falsche ist. Der hat immer Spielhalle, hatte gespielt und der war Falsche Mensch, hat meine Mutter betrogen und hat uns immer in den Stich gelassen. Der war nicht glaubig, weißt du? Und ja, und dann habe ich auch gehört, dass man die Feinden auch umbringen soll. Das steht im Koran. Und dann habe ich gesagt, Gott hat gesagt, man darf gar keinen umbringen, weißt du? Ja, muss vorsichtig sein. Das Alte Testament, hat der Herr auch seine Urteile auf verschiedene Völker gerichtet. Genau. Da ist es nie außer Anlass. Der Gott des Islams will aber um jeden Preis angebetet werden und hat seinen Propheten beauftragt, alle Menschen der Welt zu bekämpfen, bis zum Islam konvertieren. Das ist der immerweite Unterschied. Genau. Ich habe auch zwar Freunde, die sind auch Muslim und ja, die sagen, und wir müssen unsere Feinden umbringen. Und dann, das hat mir überhaupt nicht gefallen, dann habe ich gesagt, dass Gott liebt überhaupt das nicht. Ja, genau. Gott liebt das nicht, dass die Menschen im Allgemeinen den Tod erleiden. Denn der Herr hat keinen Gefallen am Gottlosen, dass er stirbt, sondern dass er umkehrt und gerettet wird. Das findest du auch in Ezekiel 18. Ezekiel 18, 33. Ich zitiere das mal. Ich zeige euch das mal. Ezekiel 18. Damit wir das auch durchhaben. Ezekiel 18. Ezekiel 18. Ab Vers 20 war das vorhin. Ja. Gott wünscht sich die Umkehr des Sünders. Guck mal hier. Ezekiel 18, Abvers 21. Wenn aber der Gottlose umkehrt von all seinen Sünden, die er begangen hat und alle meine Satzungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, so soll er gewiss leben. Er soll nicht sterben. An alle seine Übertretungen, die er begangen hat, soll nicht mehr gedacht werden. Er soll leben um seiner Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Oder habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, sprich Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt? Siehst du? Siehst du. Ist so, Armin. Was habt ihr gesehen? Ja. Aber viel muss... Ich habe keinen Gefallen am Gottlosen, dass er stirbt. Siehst du, Gott möchte das nicht. Ja, möchte das nicht, genau. Aber der Gott ist islamisch, weil er lang Blut. Er will, der will, Blut ist blutrünstig, Mann. Heftig, heftig. Das ist der himmelweite Unterschied. Das ist sehr ein großer Unterschied. Ja. Wow. Möchtest du noch was wissen, mein Lieber? Alles in Ordnung, mein Lieber. Alles in Ordnung, mein Brut. Okay, alles klar. Ich wollte, dass ich dich kennengelernt habe und dass ich dich gehört habe. Ja, ja. Du bist ein sehr, sehr interessant und sehr sympathischer Junge. Echt. Dankeschön. Aus welchem Land kommst du? Ich komme aus Serbien. Ah, Serbien. Okay. Serben? Die Serben sind doch alle orthodox, eigentlich. Serbisch-Orthodox. Eigentlich schon, aber mein Vater ist Albaner. Ah, okay. Alles klar. Deswegen war ich Muslim von kleinem und dann habe ich mich selbst geschieden. Also wenn ich 18 war, dann habe ich gesagt, ich gehe zum Christ. Und... Ja, ja. Im Islam ist das ja auch so. Wenn dein Vater Muslim ist, bist du automatisch Muslim. Das ist so. Das ist Islamisches Gesetz. Ist so, ist so. So wie bei Juden, wenn deine Mutter eine Jüdin ist, bist du ein Jude. Auch wenn dein Vater irgendwas anderes ist. Aber kommst du aus einer Jüdin heraus. Also wirst du durch eine Jüdin geboren, bist du ein Jude. Ist so. Respekt. Okay, mein Lieber, dann Gott segne dich und deine Familie. Danke. Dir auch. Dich auch. Deine Familie auch. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Guck mal hier, wie ein Scher, das hier vollkommen zugibt. Guck mal. Der Befehl, gegen die Leute der Heiligen Schrift zu kämpfen, bis sie die Jizia geben. Allah sagte, kämpf gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben, noch an den jüngsten Tag, noch verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben. Und gegen diejenigen, die der Religion der Wahrheit unter den Leuten der Schrift nicht anerkennen, bis sie die Jizia bezahlen, mit bereitwilliger Unterwerfung und sich unterworfen fühlen. Deshalb hatten die Leute der Heiligen Schrift, als sie nicht an Mohammed glaubten, keinen nützlichen Glauben an irgendeinen Gesandten oder an das, was die Gesandten brachten. Vielmehr folgten sie ihrer Religion, weil dies ihren Vorstellungen, Begierden und den Weg ihrer Vorfahren entsprach und nicht, weil sie Allahs Gesetz und Religion waren. Wären sie wahre Gläubige ihrer Religion gewesen, hätten diese Glaube sie dazu gebracht, an Mohammed zu glauben. Denn alle Propheten verkündeten die frohe Botschaft, ne, Mohammed verkündete überhaupt gar keine frohe Botschaft, von Mohammeds Ankunft und befahlen ihnen, ihm zu gehorchen und ihm zu folgen. Doch als er gesandt wurde, glaubten sie nicht an ihn, obwohl er der mächtigste aller Gesandten ist. Daher folgen sie nicht der Religion früherer Propheten, weil diese Religion von Allah kamen, sondern weil sie ihren Wünschen und Begierden entsprechen. Deshalb wird ihnen ihr behaupteter Glaube an einem früheren Propheten nichts nützen, weil sie nicht an den Meister, den mächtigsten, letzten und vollkommensten aller Propheten geglaubt haben. Daher Allas Aussage, kämpfe gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben. Diese ehrenvolle Eier wurde mit dem Befehl offenbart, gegen die Leute der Schrift zu kämpfen. Nachdem die Heiden besiegt worden waren, traten die Menschen in großer Zahl der Religion Allahs bei und die arabische Halbinsel wurde unter der Kontrolle der Muslime gesichert. Allah befahl seinem Gesandten im neunten Jahr der Hijra gegen die Menschen der Heiligen Schrift, Juden und Christen zu kämpfen und bereitet seine Armee und den Kampf gegen die Römer vor und rief das Volk zum Dschihad auf, indem er seine Absicht und sein Ziel verkündete. Der Gesandte schickt seine Absicht in verschiedenen arabischen Gebiete rund um Al-Madina und um Truppen zu sammeln und er stellte eine Armee von 30.000 Mann zusammen. Einige Menschen aus Al-Madina und einige Heuchler in und um Medina blieben zurück, denn dieses Jahr war ein Jahr der Dürre und der starken Hitze. Der Gesandte Allah marschierte in Richtung Ascham, also Syrien, um gegen die Römer zu kämpfen, bis er Tabuk erreichte, wo er etwa 20 Tage lang neben den Wasserressourcen sein Lager aufschlug. Dann betete er zu Allah um eine Entscheidung und kehrte nach Al-Madina zurück, weil es ein hartes Jahr war und die Menschen schwach waren, wie wir erwähnen werden, so Allah will. Das ist so krank. Hier, guck mal. Aus diesem Grund forderte der Führer der Gläubigen Umar ibn al-Khatab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, von den Christen die Erfüllung seiner wohlbekannten Bedingungen. Diese Bedingungen, die ihre Fortsetzung, Demütigung, Entwicklung und Schande sicherstellen. Die Gelehrten des Hadiths überlieferten von Abdurrahman bin Qanam al-Ashari, dass er sagte, ich habe für Umar ibn al-Khatab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, die Bedingungen des Friedensvertrags aufgezeichnet, den er mit ihm geschlossen hat. Christen von Ascham, und das ist jetzt der Vertrag von Umar, den möchte ich am liebsten, ja gut, ich habe es ja schon sehr oft gesagt, dass ich diesen Vertrag am liebsten gegen die Muslime einmal praktizieren möchte, an den ganzen Dawa-Teams. Boah, stellt euch das mal vor, wir dürften den Vertrag von Umar, den er den Christen aus Syrien aufgezwungen hat, einmal den Muslimen aufzwingen. Was meint ihr, wie die Muslime gucken würden? Ein Punkt dieses Vertrages ist, die muss, guck mal hier, wir werden keinen, nachts kommt und wir werden die Türen unserer Gotteshäuser für den Wanderer und Passanten öffnen. Die Muslime, die als Gäste kommen, kommen drei Tage lang in den Genuss von Verpflegung und Versorgung. Wir werden keinen Spion gegen Muslime in unseren Kirchen und Häusern zulassen oder Betrug oder Verrat gegen die Muslime verbergen. Ist das krank? Wir werden Muslime respektieren und uns von den Plätzen aufstehen, auf denen wir sitzen, wenn sie sich dafür entscheiden, dort zu sitzen. Guck dir das mal bitte an. Wir werden ihre Kleidung, Mützen, Turbanen, Sandalen, Frisuren, Sprachen, Spitznamen und Titelnamen nicht nachahmen, nicht auf Sätteln reiten, Schwerter an die Schultern hängen, Waffen jeglicher Art sammeln oder diese Waffen tragen. Man darf sich noch nicht mal selbst verteidigen. Guck mal hier. Wir werden uns die Haare vorne schneiden lassen, unsere übliche Kleidung tragen, wo immer wir sind, die Gürtel der Schande um unsere Taille tragen, es unterlassen, von unseren Kirchen Kreuze aufzustellen und unsere Bücher auf muslimischen Straßen und Märkten öffentlich vorzuführen. Unglaublich, ne? Allahu Akbar, guck mal hier, du gehst jetzt dahin, wo dein Allah und dein Muhammad ist, nämlich auf die Ersatzbahn. Sweetie, Allahu Akbar. Oh, man. Guten Abend, Amir. Guten Tag. Guten Abend, mein Lieber. Wie geht's? Gott segne dich und deine Familie. Deine auch. Ich habe eine Frage. Wann nimmst du die Debatte eigentlich mit Hamdi an? Ich rede nicht mit deinem Sprachlegastheniker, den wir schon auseinandergenommen haben. Aber warum nimmst du den nicht an? Er kam doch einmal hoch zu dir und hat dich zu seinen Debatten gefordert. Er kann ja gerne hier reinkommen und mir Kopfschmerzen machen. Willst du, dass er mir Kopfschmerzen macht, der nicht mal ein Wort gerade aussprechen kann? Hä? Wie kannst du ihn denn überhaupt als eine Quelle nehmen? Ich will gegen den antreten, den ihr die ganze Zeit so hoch tut. Und das ist Pier Vogel. Wieso traut sich denn Pier Vogel nicht? Der Vogel? Dann komm doch heute noch bei ihm hoch, hä? Dann frag ich doch selber, hä? Geh mal und frag mal nach mir, ob er mich da hochlässt, mit ihm zu reden. Er kenne dich nicht mal, hä? Wer bist du da? Ich danke, dass du da warst. Danke, dass du da warst. Dankeschön. Pier Vogel kennt mich nicht. Habt ihr das gehört? Hansi ist jemand, der debattieren kann. Schau dich das mal bitte an. Diese Leute sind kaputt in der Birne. Kaputt in der Birne. Er kennt ihn nicht. Pier Vogel kennt mich nicht. Er redet zwar immer von mir, hat Hansi und den Hofnahen hochgeholt, weil sie über mich geredet haben. Ja, das ist das. Sie schämen sich im Grund und Boden, ne? Ja, möge Allah Ihnen noch 73 umfahren. Grüß dich, Amirovich. Wie geht's dir? Handel ist es. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Boah, sehr gut, Bauche schreiben, Gott sei Dank, sehr gut. Schau mal, du, ähm, also erst mal, äh, finde ich interessant, dass du diese Islam auf dir rummachst. Ich bin selbst kein Moslem, ich bin Zionist. Ich bin religiöse Zionist. Ähm, kennst du, ähm, kennst du, ähm, Moment, ich sag jetzt sofort den Namen. Den müsstest du kennen. Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi, ja. Kennst du den? Hast du schon mal von dem gehört? Natürlich, klar. Der hat diese berühmte Aussage getätigt, wo er gesagt hat, würde es den, äh, würde es die Todesstrafe nicht auf die Apostasie geben, würde es den Islam heute nicht mehr geben. Denn viele Muslime würden sofort den Islam verlassen. Wow, krass. Ja, ich kenne auch noch ganz, ganz, ich weiß, ob du das weißt, der war ja, der war ja über, über Jahre lang, der, der religiöse Sprecher von Al Jazeera in Katar, das heißt, den haben Millionen Menschen zugehört, den fanden Millionen von Menschen toll, der war auch auf der Terrorliste der USA und der hat auch Sachen gesagt, wie zum Beispiel, es sei erlaubt, der hat eine Fattu herausgegeben, darauf stützen sich ja die ganzen Hamas-Monster, Hamas-Terroristen, wo die sagen halt, dass es erlaubt ist, jüdische, schwangere jüdische Frauen zu töten, genau, weil diese halt potenzielle, äh, potenzielle IDF-Soldaten sein können. Natürlich, natürlich, klar. Oder, was hat er noch gesagt? Der Josef Al-Khadaoui hat ja eine Fattu herausgegeben, indem er legitimiert hat, die jüdischen Kinder anzugreifen, beziehungsweise sie dann, äh, dementsprechend in die Ewigkeit zu schicken, weil es kann sein, dass aus dem Körper der Frau, die ist das Kind gebärt, eventuell ein Soldat heranwächst, der dann die muslimischen, äh, der seine muslimischen Brüder dann umbringt. Also es ist ein legitimes Angriffsziel, Frank, ne? Ganz genau, ganz genau, was auch, was er auch meinte, was er auch gesagt hat, die Beschneidung von Frauen halt, ja, das ist ja wirklich medizinisch gesehen absoluter Schwachsinn ist. Ja, also quasi, klar kannst du von der Tora jetzt sagen, wir haben die Beschneidung der Jungen, aber das hat der Islam ja auch aus dem Judentum genommen, das ist ja, das ist ja offensichtlich, das Judentum war ja wesentlich früher da, 3000 von 3500 Jahren, das ist ja offenbar und das ist ganz klar, aber das hat ja selbst, selbst rein medizinisch gesehen, hat das ja noch eine Funktion, wenn wir das aus der medizinischen Perspektive betrachten möchten halt, ne? Wir wissen, dass es mit Medizin nichts zu tun hat, aber wenn wir es medizinisch gesehen betrachten würden, hat das ja noch eine Funktion. Frauen zu beschneiden ist ja nichts anderes, ich glaube, dein Live wurde hier... Der Konsum in diesem Live bezeigten Substanzen ist möglicherweise gesundheitsschädigend, hä? TikTok ist so Schmutz, TikTok ist Schmutz, TikTok ist einfach Schmutz. Ey, das ist krass, Mann, das ist geistenskrank. Ja gut, ich gehe raus, komm. Okay, vielleicht bis gleich nochmal, dann kann ich dir gleich noch was erzählen. Ja, ich komme jetzt nochmal rein, bis gleich. Bis gleich, bis gleich. Ja. Daher sind die Herzen der Feinde des islamsvoller Angst vor dem Dschihad. Der Orientalist Thomas Arnold schrieb sein Buch The Preaching of Islam mit dem Ziel, den Geist des Dschihad unter den Muslimen auszurotten und zu beweisen, dass der Islam nicht durch das Schwert verbreitet wurde, sondern dass er sich durch friedliche Predigten frei von jeglicher Gebrauch von Schwertern verbreitete, Gewalt verbreitet hätte. Jetzt pass mal auf, die Muslime tappten in die Falle, die ihnen gestellt wurde. Als sie die Anschuldigung der Orientalisten hörten, dass der Islam durch das Schwert verbreitet worden sei, sagten sie, du irrst dich. Hör auf, die Widerlegung von einem deiner eigenen Leute, dieser Thomas sagt so und so. So wie die Muslime sagen, die zitieren ja so wie diese komischen Dauerteams, auf einmal irgendwelche Kuffaden, die zu ihren Theologien passen, weißt du? Pass auf, die Defizisten unter den Muslimen treten auf, um den Islam zu verteidigen und sie wollen den Islam von dieser sogenannten Lüge distanzieren. Also leugnen sie, dass der Islam durch das Schwert verbreitet wurde und sie sagen, dass der Dschihad im Islam nicht vorgeschrieben ist, außer in diesem Fall der Selbstverteidigung. Ihrer Ansicht nach gibt es im Islam keine Möglichkeit, die Initiative im Kampf zu ergreifen. Dies widerspricht den Aussagen der muslimischen Gelehrten, ganz zu schweigend von der Tatsache, dass es im Widerspruch zum Koran und zur Sunna steht. Pass mal auf, Sheikh al-Islam ibn Taimiyah, der Sheikh von hier, Abul Bada, Piervogel, Sheikh Schwein von Ibrahim, guck mal hier, was er sagt. Sheikh al-Islam ibn Taimiyah sagte in Malchmur al-Fatawah, Band 28, Seite 263, wenn ich rede, mit Quellen. Wenn ihr redet, mit euren Kamelurin. Der Zweck besteht darin, dass alle Religionen allein Allah dienen sollten und dass das Wort Allahs an erster Stelle stehen sollte. Das Wort Allahs ist ein umfassender Ausdruck, der sich auf seine Worte bezieht, die in seinem Buch enthalten sind. Daher sagte Allah, Koran-Zuche 57, Vers 25, Koran-Zuche 27, Vers 25, äh, 27, Vers 25 und Koran-Zuche 57, Vers 25, Wer also vom Buch abweicht, soll mit Eisen, also mit Gewalt, zurückgebracht werden. Daher basiert die Richtigkeit der Religion auf dem Koran und dem Schwert. Es wurde überliefert, dass Jabir ibn Abdullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte, der Gesandte Allahs, Friede und Segen seien auf, ihm befahl uns, mit diesem, also mit dem Schwert, jede zu treffen, der sich davon abwendet. Also der Koran, ähm, äh, hier, ibn al-Qaim, möge Allah mit ihm barmherzig sein, sagte in Al-Farusiyah, Seite 18, Allah sandte ihn, gemeint war der Prophet, mit dem leitenden Buch und dem siegreichen Schwert, vor der Stunde, damit Allah allein ohne Partner und ohne Gefährten angebetet werden konnte. Und seine Versorgung wurde bereitgestellt im Schatten seines Schwertes und seines Schweres. Allah hat die Religion des Islams mit Beweisen und Beweisen und mit dem Schwert und Speer, beides zusammen und untrennbar begründet. Dies sind einige der Beweise aus dem Koran und der Sunna. Die Beweisen zeigen deutlich, dass das Schwert eines der wichtigsten Mittel ist, zur Ausbreitung des Islams geführt haben. Aha! Koran, Surah 22, Vers 40, Surah 2, 251. Allah hat uns befohlen, die Mittel vorzubereiten, um gegen die Kuffar zu kämpfen und sie eins beschüchtert. Er sagte, Koran, Surah Al-Anfal, Ayah 60, wenn der Islam nur mit friedlichen Mitteln verbreitet würde. Wovor müssten die Kuffar Angst haben? Von bloßen Worten, die auf der Zunge gesprochen werden? Aber ehrlich, guck mal, wie präzise er das geäußert hat. In Al-Zahir-Hein wird überliefert, dass der Prophet sagte, eine Monatsreise lang wurde ich von Furcht begleitet. Hätten die Kuffar Angst davor, wenn ihnen gesagt wird, werde Muslim, aber du es nicht tust, dann hast du die Freiheit zu glauben und zu tun, was immer du willst? Oder hatten sie Angst vor dem Dschihad und der Auferlegung der Dschizier und davor demütigt zu werden? Das könnte dazu führen, dass sie dem Islam beitreten und ihnen diese Demütigung erquart bleibt. Wahnsinn, ne? Dieses Blut, das ist eine Anleitung zum Töten. Das ist einfach eine ganze Anleitung zum Töten. Ich bin noch nicht fertig, warte mal ab. Der Islamische Staat ist die authentischste Gruppe des Islams. Alle Muslime, die sagen, der Islamische Staat hat nichts mit dem Islam zu tun, sind ein Haufen von Heuchlern und Lügnern. Als der Gesandte die Menschen zum Islam aufrief, wurde sein Ruf vom Schwert begleitet. Und er befahl seinen Führern, dasselbe zu tun. Sodass all die Menschen sahen, wie ernst es den Muslimen war, die Menschen zu ihrer Religion aufzurufen, dies jegliche Verwirrung zerstreute. Dieser Aufruf zum Islam wurde also von Waffengewalt begleitet. Also befahl der Gesandte Allah's Frieden und Segensein auf ihn, seinen Anführern, die Kufat zum Islam zu rufen, während sie ihre Schwerte über ihren Köpfen schwingen. Wenn sie sich weigerten, Muslime zu werden, sollten sie die Jizia in Demut bezahlen. Wenn sie sich weigerten, blieb ihnen nichts anderes übrig als das Schwert. Wenn sie sich weigerten, dann suchen sie die Hilfe Allah's und bekämpfen sie sie. Der Prophet sagte, ich wurde mit dem Schwert vor die Stunde gesandt, damit Allah allein angebetet wird. Und meine Versorgung wurde in den Schatten meines Speeres gestellt. Und denen, die gegen meinen Befehl verstoßen, ist Demütigung verordnet worden. Und wer ein Volk nachahmt, ist einer von ihnen. Überliefert von Imam Ahmad Hanwal in Hadith 4869 und Sahih al-Jami in Hadith 2831. Die Tatsache, dass das Schwert und die Macht Mittel zur Verbreitung des Islams waren, ist keine Quelle der Schande für den Islam, sondern eine seiner Stärken und Tugenden. Schaut euch diesen Haufen an. Deswegen siehst du, dass die ganzen europäischen Staaten jetzt aufstehen und den Islam so in Einheit gebeten werden, weil das Internet zur Verfügung steht. Sie wissen genau, die muslimischen Gelehrten geben es sogar noch zu. Das ist krank. Aber mir ist das auch krass. Ich habe gestern oder vorgestern ein Video gesehen von Abu Naji, da hat er Deutsch vor einer Gruppe von Leuten gesprochen. Deswegen gehe ich davon aus, dass es hier in Deutschland war, wo er noch hier war. Da hat er gesagt, dass eine Fatwa herausgegeben wurde aus Saudi-Arabien. Da wurde gesagt, wenn jemand drei Tage lang nicht betet. Da habe ich doch gerade eben gezeigt. Da hat er gesagt, dann musst du getötet werden. Ja. Wenn er aufhört zu beten. Wenn er aufhört zu beten, musst du ihn drei Tage lang zum Gebet wieder rufen, also dass er kommen soll. Aber wenn er nicht möchte, dann darfst du ihn töten. Digga, was ist das denn, Alter? Pass mal auf, pass mal auf, es wird noch heftiger. Denn das bringt die Menschen dazu, sich an das zu halten, was ihnen in dieser Welt und im Jenseits von Nutzen sein wird. Viele Menschen sind dumm und es mangelt ihnen an Weisheit und Wissen. Und wenn man sie sich selbst überlässt, bleiben sie blind und für die Wahrheit und geben sich ihren Launen und Wünschen hin. Also dieser Gelehrte sagt, man muss sie zum Islam bringen oder sozusagen zwingen, damit sie nicht dumm bleiben und Allah anbeten. Guck dir das mal an. Der Allah will unter Zwang angebetet werden. Pass mal auf. Deshalb hat Allah den Dschihad vorgeschrieben, um sie zur Wahrheit und zu dem zu bringen, zurückzubringen, was ihnen nützen wird. Zweifellos gebietet die Weisheit, dass der Nah daran gehindert werden sollte, das zu tun, was ihm schadet. Und dass er gezwungen werden sollte, das zu tun, was ihm nützt. Al-Bukhari, Hadis 4, 5, 5, 7. Al-Bukhari, 4, 5, 5, 7 berichtet, dass Abu Hureyda sagte, ihr wahren Gläubigen des islamischen Monotheismus und wahre Anhänger des Propheten Muhammad und seiner Sunna seid das beste Volk, das jemals für die Menschheit erzogen wurde. Suche 3, 110. Interpretation der Bedeutung. Er sagte, du bist die beste Gemeinschaft, die Menschen für die Menschheit. Du führst sie in Ketten ins Paradies an ihren Hals, bis sie den Islam annehmen. Können die Menschen in Ketten gebracht werden, außer im Falle des Dschihad? Siehst du, dafür verdient der Islam Lob und nicht Verurteilung. Seht ihr, ist das zu fassen? Die Defizisten sollten Allah fürchten, damit sie diese Religion nicht verfälschen, so wie Pierre Vogel, Abu al-Bara, Sheikh Ibrahim Schweinfurt und alle Dauerteams hier in Deutschland, die lügen über den Islam. Es sei eine Religion des Friedens. Ja, es ist die Religion des Friedens, aber im Sinne der Rettung der gesamten Menschheit vor der Anbetung von etwas anderem als Allah und der Unterwerfung der gesamten Menschheit unter die Herrschaft Allahs. Aha! Guck mal hier, der hier, Allah o Akbar, siehst du, der freut sich. Guck mal, Allah, 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 Allah o Akbar. Ja, das sind Allahs Roboter sind das. Das ist einfach ein Roboter. Pass auf, dies ist die Religion Allahs, nicht die Ideen irgendeiner Person oder das Produkt menschliches Denkens, sodass derjenigen, die sie fördern, sich schämen sollten, ihr ultimatives Ziel zu nennen, das darin besteht, dass die Religion Anbetung nur Allah allein gelten sollte. Übelst, übelst, übelst. Hier, pass auf, ich zitiere weiter. Wenn die Idee, denen die Menschen folgen, alle von den Menschen hervorgebracht werden und die Systeme und Gesetze, die ihr Leben kontrollieren, alle von Menschen geschaffen werden, dann hat in diesem Fall jede Idee und jedes System das Recht, so lange sicher innerhalb ihrer eigenen Grenzen zu leben. Da ist die Grenze anderer nicht überschreitet. Können die verschiedenen Ideen und Gesetze nebeneinander existieren und versuchen nicht, sich gegenseitig zu zerstören. Aber wenn es ein göttliches System und Gesetz gibt und es daneben menschliche Systeme und Gesetze gibt, dann ist die Sache grundlegend anders. Und das göttliche Gesetz hat das Recht, die Barrieren zu beseitigen und die Menschen aus der Sklaverei der Menschen zu befreien. Fikr al-Dawar von Said al-Khutb 217 bis 222. Das ist die Frage 43087. Wurde der Islam durch das Schwert verbreitet? So krank. Seht ihr? Das ist einfach eine gesamte Kriegserklärung an die ganze Welt. So sieht es aus. So sieht das aus. Seht ihr, wenn ich rede, rede ich immer... Koljada kannst du in den Spiegel gucken und das nochmal sagen. Koljada, jetzt gehst du auf Ersatzbank. Der Keno wurde erstmal auf die Ersatzbank geschickt. Ganz einfach. Sakko soll dich holen. Dich soll Jacko holen. Michael Jackson. Du möchtest nur einfach sagen, mein Lieber. Ja gut, Bruder Amir. Ich muss weiter. Alles klar, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön dich auch. Gott segne euch alle. Ciao. Wahnsinn, ich habe euch gerade alles vorgelesen, was der Islam, ja, was der Islam getan hat und was der Islam, wie der Islam sich verbreitet hat. Und das nicht aus meinem Mund. Ich habe nur Scheich al-Islam. Der Scheich aller Scheichs, so wie Abu'l-Baraim er zitiert. Scheich al-Islam ibn Taymiyyah. Der Pia Vogel, Scheich al-Islam ibn Taymiyyah. Das ist ihr Scheich. Der Scheich der Scheichs. Das ist auch der Scheich von Ibn Kathir und Ibn al-Raim. Das ist krank. Also der Scheich, der Scheichs. Ja, das ist der Vater von den ganzen IS-Leuten, ne? Und von Abu'l-Baraa und Pia Vogel und wie die ganzen Leute heißen. Wo steht das, Junge? Ja, ja, du, ich werde dir das nochmal alles vorlesen, ganz genau. Wann live mit Pia Vogel? Ja, frag ihn mal. Der Dr. Scheich Abu'l-Baraim möchte mal mit dir reden über deine Religion. Sag ihm mal, der Dr. Scheich Abu'l-Baraim will mit dir reden über deine Religion. Und für was du dich vor 20 Jahren entschieden hast, ey. Kommt ein Tag, da lachst du nicht mehr, ja? Ich werde sogar noch bis in meinen Tod weiter lachen. Das ist das, heftig, ey. Die Freude im Herrn ist immer da, macht euch keine Sorgen. Wie heftig, ey. Ja, man darf sich nicht einschüchtern lassen. Angst, Macherei, die sind so drauf, ne? Position ungenau. Jaumel-Riyama, wirst du sehr viel lachen. Ja, da werde ich sehr viel lachen. Wenn ich auf Allah Schienwein treffe, dann sage ich, Allah, wie kannst du mich in die Irre führen? Warum hast du das zugelassen, dass dein Wort verfälscht ist? Man konnte dir überhaupt nicht vertrauen. Wie kannst du das zulassen? Wo sind diese ganzen 600 Jahre hin? Warum hast du die Christen getäuscht? Du warst es doch schuld. Du hast das Christentum zugelassen. Was will Allah da drauf sagen? Amir, ich mach, was ich will. Ich bin der ungerechteste Gott, den es ihr gibt. Und ich bestrafe dich für etwas, was ich zugelassen habe. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Das kannst du keinem erzählen. Nur mit Lachen kannst du das überbrücken, ey. Genau, Kosinus hat es gesagt. Da muss man lachen und tanzen. Also, wie geht es uns ins Gott? Tut mir leid. Wenn kommt... Matthäus 3, 3. Jesaja 40, 3. Lesen. Ganz kurz, wir müssen wissen... Jesaja 40, 3. Les ich. Jesaja 40, 3 kombiniert mit Matthäus 3, 3. Lesen. Die Stimme eines Rufenden, ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe einer Straße unserem Gott. Jetzt Matthäus 3, 3. Guck jetzt. Guck jetzt. Guck mal, was die Bibel alles sagt. Das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja. Der spricht die Stimme eines Rufenden, ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seinen Pfad eben. Und was steht in Jesaja 40, 3 nochmal? Die Stimme eines Rufenden, ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, jachwe. Weiß wo, siehst du, jachwe kommt selber. Dankeschön, so. Jachwe kommt selber, seht ihr? Der Herr Jesus Christus ist jachwe im Fleisch. Das war's. So sieht's aus. Wir machen das ganz schnell, bringen wir das. Ihr mobbt einen Kranken. Nein, wir mobben ihn doch nicht. Die versuchen ihn doch nur zu erklären, wo der Herr Jesus Christus selber sagt, dass er Gott wäre. Er ist Jehova im Fleisch. Jesus ist Jehova. Jahwe, Jehova. Allah leitet Recht, wen er will und du bist leider nicht dabei. Heute leider kein Foto für dich. Also siehst du, mein Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Dein Gott möchte nur, dass irgendwer Recht geleitet wird. Super, toller Gott. Aber da habe ich eine wichtige Frage an dich, meine Liebe. Du hast gerade gesagt, Allah führt in die Ehre. Ich lese aber im Koran in Zuche 4, Vers 119 und Zuche 15, Vers 39, dass der Teufel die Menschen in die Ehre führt. Ja, wer führt denn jetzt die Menschen in die Ehre? Gott oder Satan? Danke, dass du zugegeben hast, dass dein Gott der Teufel ist. Alles, was ihr sagt, kann und wird gegen euch verwendet werden. Da lachst du nicht mehr. Jetzt lachst du. Die nocken sich immer selber aus. Ja, genau, so ist das. Ja, komm, meine Liebe. Du mit dem Schmetterling. Guck mal. Komm mal, schick mir mal bitte eine Anfrage. Und dann komm mal hier rein und lies das mal bitte für uns alle vor. Mal gucken, ob ich recht habe oder du recht hast. Ah, Itikula, Itikula, komm rein. Wir wollen hören, was du zu sagen hast. Itikula, komm. Einladung habe ich dir geschickt. Itikula, komm. Itikula, du hast eine sehr, sehr schöne Stimme. Komm mal rein. Jetzt hast du bestimmt keine Erklärung, keine Erkältung. Itikula, komm hier. Itikula. Durch Arme kann ich den Schnauzer tragen, habe ein Gendefekt. Schnauzer wächst über Augen. Itikula. Guck mal, jetzt die Arme. Guck mal, diese Arme. Allah, Allah, bist du verletzt, du Iraner, ohne Glaube? Ah, sie muss mit eigenen Augen ansehen, dass sie ihren eigenen Gott zerbombt hat, ey. Ist das heftig, ist das heftig. Ihr Lieben, komm, ich muss wieder auf Platz 43 landen, ey. Tippen. Ich muss wieder in die Charts rein. Dr. Scherabuami muss in die Charts. Alle tippen, alles mal sieben jetzt. Komm, Leute. Du bist leider nicht dabei. Ja, okay, komm, jetzt ist es aber auch gut. Irgendwann ist es auch gut, meine Liebe oder mein Lieber. Aber ich denke, dass du eine Frau bist oder ein Mädchen. Das weibliche Geschlecht mit diesem Schmetterling. Lass den Daumen brennen. Sieben mal sieben, siebzig mal sieben, genau. Ja, genau, komm hoch. Du hast ja genügend Abonnenten. Du hast genügend Abonnenten. Komm rein. Dich kann man nur lieben, Aminowitsch. Ich liebe euch auch, ihr Lieben. Gott segne euch und eure Familien, ihr Wundervoll. Gott segne euch und eure Familien, ihr Wundervoll. Möge der Herr Jesus Christus jeden Einzelnen von euch seine Gnade erweisen. Amin ist denn jeder Shisha-Bad Deutschlands Thema? Ich habe alle herein. Hallo, Amin. Alle aufgeklärt, alle. Hallo. Hallo. Hallo an alle Muslimen und andere Muslimen, die nicht glauben, die sagen, Jesus ist kein Gott. Offenbarung, ich doch sehe, ich war tot und ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was heißt das? Was heißt das? Ja, das heißt, die Muslime würden sagen, der war schlafen, der meint den Zustand des Schlafens. Der war tot, war am Schlafen und dann ist er auferstanden. So sagen sie dann. Ehe Abraham bin ich. Was sind das für Verse, die immer noch die Gottheit Jesu abläutern? Das sind wirklich entweder blinde Menschen oder ich weiß es auch nicht, Amin. Tut mir leid. Das ist also nicht so einfach, den Herrn Jesus Christus zu erkennen. Obwohl das offensichtlich ist, lehnen das dennoch sehr viele Menschen ab. Wenn man die Bibel wirklich ein bisschen aufrichtig liest, dann muss man zugeben, Jesus ist der wahrhaftige Gott. Amen. Er ist für uns gekommen, um für uns bezahlen. Das Gnadengeschenk. Er hat uns Liebe bewiesen, Amir. Das ist ein großer Liebesbrief, was er uns geschrieben hat. Das ist Liebesbeweis. Im Koran ist kein einziger Liebesbeweis, was Allah für die Menschen gemacht hat. Amen. Ja doch, der hat seinen Muslim befohlen, Nackentherapie zu verpassen. In Surah 47, Verspia. Das ist die Liebe von Allah zu uns. Ja, schade, schade. Ich wünsche mir jeden Tag immer, ich bete wirklich, dass so viele wie möglich wirklich erkennen, dass Jesus Gott ist. Und dass er wirklich möchte, dass so viele Leute wie möglich sich recht leiten, beziehungsweise im Paradies wieder befinden. Amen. Amen, Bruder. Ich muss weiterfahren. Eine große Umarmung. Ich hab dich richtig lieb, Amir. Ich dich auch, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Halte immer, wenn Jesus Christus fest. Ja, immer. Immer. Okay. Ciao. Die eine sagt, die HW ist eine KI. Was? Ja, geh, möge Allah dich rechts leiten. Rechts leiten. Möge Allah dich links leiten. Itikullah. Itikullah. Komm jetzt hoch, Mann. Ich möchte ein bisschen mit dir reden. Ich möchte dich fragen über Frauenrechte im Islam. Ich möchte mit dir über Frauenrechte im Islam sprechen. Itikullah. Du bist doch eine Frau. Du sagst immer, der Islam hat euch ihr Rechte gewährt und ihr seid geehrt im Islam. Ja, ich möchte mit dir darüber reden. Ich sehe nämlich, dass Mohammed genau das Gegenteil behauptet hat. Ihr seid Hunde, ihr seid Kalbars. Was ist das für eine Religion, Mann? Itikullah. Hallo. Itikullah. Wo bist du? Itikullah. Komm hier jetzt rein. Komm jetzt hier. Wie viel Geld? Wie viel Geld? Viel, viel Geld dann. Viel, viel nach Geld dann. Ja, wer ich wie Mohammed, hätte ich erstmal gesagt, wer hier reinkommen will, der muss mir erstmal ein bisschen spenden. So wie es Allah seinen Propheten da angeordnet hat in Sura 58, Vers 12. Das akzeptieren sie Muslime und sagen, das ist ein toller Mensch. Das ist ein toller Mensch. Ja, super. Und dann geht's. Ja, super. Was ist das? Was ist das? Ich würde, was ist das. Was ist das? Da. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Guck mal hier, ich zitiere mal. Oh, die ihr glaubt, wenn ihr euch mit dem Gesandten vertraulich beraten wollt, so schickt Almosen eurer vertraulichen Beratung voraus. Das ist besser für euch und lauterer. Wenn ihr aber nicht die Möglichkeit dazu findet, dann ist Allah für wahr. Aber erst mal bezahlen wir. Guck mal, bezahlen wir. Stellt euch mal vor, ich würde das machen. Oh, ihr Christen, die ihr glaubt, wenn ihr mit Dr. Sheikh Abu Amir ein vertrauliches Gespräch führen wollt, so schickt ihm erst mal ein paar Löwen, ein paar Universen. Denn das ist sehr, sehr schön für euch. Aber wenn ihr es nicht habt, ist kein Problem. Gar kein Thema. Ich werde dann auch so versuchen, mit euch zu reden. Glaubt mir, die Christen würden sagen, habt Acht auf den Armen, der ist ein Betrüger. Aber bei Mohammed ist es gar kein Problem. Guck mal. Das ist so heftig, ne? Einfach. Einfach. Es wurde schon wieder meine Sichtbarkeit eingeschränkt. Dein Live ist nicht für Empfehlungen qualifiziert. Und in den Suchergebnissen eingeschränkt. Guck mal, direkt geht die Zahl auch runter. Merkt ihr das? Sobald das eingeschränkt wird. Heftig, ne? Ja, weil ich zu heftig rede. Ich muss also hier in Engelszungen reden. Ich darf also nicht frei aus dem Herzen sprechen. Ja, Dr. Scheer, Abouhamil ist zu ehrlich für TikTok. Oh, Dankeschön, ja. Ja, dir ist das egal, aber TikTok ist das nicht egal. Wurde dein alter Account gesperrt? Nein, die beiden sind immer noch da. Ich mache nur den, mache ich jetzt die ganze Zeit größer. Ich versuche so viele Abonnenten auf diesem Kanal auch zu bekommen, also beziehungsweise auf dem Account. Die beiden sind noch da. Ich habe drei Accounts. Sobald einer gesperrt wird, wird der eine weitergeführt. Und dann wird ein neuer gemacht. Und wieder ein neuer gemacht. Und wieder ein neuer gemacht. Und wieder ein neuer gemacht. Und wieder, und wieder, und wieder. Nein, ich gehe nicht. Und wann kommt der Ferrari als Hetzmobil? Ja, wann kommt der Ferrari, ehrlich? Accountsjahr, genau. Ja, Accountsjahr. Ja, ich bin mit Ferrari am Fahren. Die ganze Zeit nur nonstop Gas am Geben. Nichts kann Armee aufhalten. Ja, genau. Es sei denn, der Herr Jesus Christus hat dann gesagt, dass ich abgerufen werde. Und dann ist das auch so. Erklär sei Bukhari 5080. Jetzt kommt es wieder. Bukhari 5080. Ja, das ist so grausam. Warte. Ich muss kurz telefonieren. So, dann wollen wir mal den Hadith aus 5080 erklären. In Sahih al-Bukhari. When I got married, Allah's messenger said to me, what type of lady have you married? Als ich heiratete, sagte der Gesandte Allah zu mir, was für eine Frau hast du denn geheiratet? Ich sagte, I have married a matron. Ich habe eine Erwachsene geheiratet. Er sagte, why don't you have a licking for the virgins and for fondling them? Warum hast du denn kein, warum hast du denn nicht nach einer Jungfrau gesucht? Oder damit du sie streicheln kannst, fondling them. Jabil also said, Allah's messenger said, why didn't you marry a young girl, so that you might play with her and she with you? Warum hast du denn kein kleines Mädchen geheiratet, das sie mit dir spielen kann und du mit ihr? Schaut euch das Vorbild der Muslime an. Schaut euch das mal bitte an. Das habe ich auch sehr oft in meinen Videos gezeigt. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Erkenne ich sehr gut diese Hadith. Ja genau. Mariam ist auch da. Wie geht's dir? Ja ganz gut, mein Lieber. Gerade gekommen von der Arbeit. Wie geht's euch, ihr Lieben? Handel Jesus, uns geht's gut. Ja, Gott sei Dank. Diesen Hadith habe ich auf Arabisch gelesen, ne? Vorgestern. Dann Mohammed hat gesagt, Warum hast du eine ältere Frau geheiratet? Dann hat er gesagt, heirate eine kleinere, eine jüngere, damit du mit ihr spielst und sie mit dir spielst. Absolut krank. Wie krank ist das denn? Absolut krank. Und da sehen wir, dass die Moral von Mohammed unterste Dings ist. Und dass die Muslime sagen, nein, guck mal hier, Amir kommt bald zum Islam. Guck mal, die arme Itikullah. Sie kann das nicht ertragen. Itikullah, kannst du das ertragen, dass dein Vorbild gesagt hat, geh und heirate ein kleines Mädchen, das sie mit dir spielen kann und du mit ihr. Was ist das für ein Vorbild, Itikullah, was du folgst? Blödsinn. Und man kann nur mit kleinen Kindern spielen. Soll man jetzt mit einer Frau spielen? Was soll man spielen? Da meint er explizit Kinder. Da meint Kinder. Sonst würde er doch nicht sagen Young Girl, ein kleines Mädchen, ein junges Mädchen. Damit meint er Kinder, weil er selber ein Kind geheiratet hat. Ganz genau. Was sagt sie hier? Was sagt sie hier? Ihr werdet was? Alle sehen, ich mache Dua für dich. Ich mache Dua für dich. Ja, ja, okay. Unglaublich. Unglaublich. Ihr seht es mit euren eigenen Augen, was die Muslime hier drauf haben. Ah, Itikullah, ich, ja, keine Ahnung. Ich wünsche dir wirklich, dass du den Herr Jesus Christus kennst. Weil anscheinend du kennst ihn gar nicht. Ja. Und anscheinend... Du kannst dir das nochmal zeigen in Sura 56, Vers 37, Schwester. Oder Allah durch Imam Siyuti sagt, dass Frauen Kabbas sind. Ja, Frauen... Ja, ja, das Wort kann ich auch noch nicht mal auf Arabisch, weil es ist eigentlich bei uns im arabischen Welt, es ist halt sehr schmutzig. Ja, natürlich. Guck mal hier, was der Mohammed sagt gegenüber Frauen. Pass mal auf. Pass mal auf. Dann sagt, was Aicha dazu sagt. Du hast uns zu Hunden gemacht, Mohammed. Du hast uns zu Kötern gemacht. Und Itikullah, eine Nachricht für dich. Dein bester Prophet, ja, sallallahu alaihi wa sallam, hat dich als böses Omen genannt. Du bist ein böses Omen. Wie der Hund, Al-Maskan und das Haus und die Frau. Guck mal, wie bösartig. Pass mal auf. Markel Eben Yasser berichtete, ein Mann kam zum Propheten und sagte, ich habe eine Frau von Rang und Schönheit gefunden, aber sie bringt keine Kinder zur Welt. Soll ich sie heiraten? Er sagte, nein. Er kam wieder zu ihm, aber er verbot es ihm. Er kam zum dritten Mal zu ihm und der Prophet sagte, heirate Frauen, die liebevoll und sehr produktiv sind, denn durch dich werde ich die Völker zahlenmäßig übertreffen. Sondern Abu Dhabi 2045. Guckt euch das mal bitte an, dass Mohammed einem Mann rät, eine ehrenvolle Frau, die jetzt zwar kein Kind gebären kann, aber dafür eine ehrenhafte Frau war, die er gefunden hat und mit ihr eine Ehe eingehen wollte. Da sagt er immer, nee, heirate sie nicht, weil du kannst keine Kinder machen, weißt du? So was von gebärmlich. Pass mal auf, wie bösartig. Pass mal auf. Überliefert von Markel Eben Yasser. Es wurde überliefert, dass Markel Eben Yasser sagte, ein Mann kam zum Propheten, ich habe eine Frau gefunden, die aus einer guten Familie stammt und einen guten Status hat, aber sie tut es nicht. Keine Kinder gebären. Soll ich sie heiraten? Er sagte ihm, er solle es nicht tun. Dann kam er ein zweites Mal zu ihm und sagte, er soll sie nicht heiraten. Dann kam er ein drittes Mal zu ihm und sagte, er solle sie nicht heiraten. Dann sagte er, heirate der, der fruchtbar und liebevoll ist, denn ich werde mich deiner großen Zahl rühmen. Sondern dann sei Band 4, Buch 26, Hadith 3, 2, 2, 9. Weiter heißt es, von Abdullah bin Omar wurde überliefert, dass der Gesandte Allah sagte, ein Omen ist in einer Wohnung einer Frau und einem Pferd. Also das Schlechte, das Omen kommt von einer Frau, einem Hund und einem Pferd. Abu Dawud sagte, diese Überlieferung wurde Al-Harith bin Miskin und ich war Zeuge. Es wurde ihm gesagt, dass Ibn Rasen ihm erzählte, dass Malik nach einem bösen Omen in einem Pferd und einem Haus gefragt worden sei. Er antwortete, es gibt viele Häuser, in denen Menschen lebten und umkamen. Und wieder andere lebten darin und sie kamen auch um. Soweit wir wissen, ist dies die Erklärung. Allah weiß es am besten. Abu Dawud sagte, Omar radiallahu anhu sagte, eine Matte in einem Haus ist besser als eine Frau, die kein Kind zur Welt bringt. So heftig ist der Islam gegenüber Frauen. Also die muss eine Gebärmaschine sein. Ohne Gefühle. So sieht das aus. Ja, ohne nichts. So sieht das aus. Wie ein Stück Holz. Ja, natürlich. So sieht das aus. So sieht das aus. Und das soll der beste Prophet sein und von Allah gesandt. Ja. Da hat ihr Probleme mit Frauen gehabt. Ohne Ende. Ja. Wahnsinn, ne? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Warum schwingst du mich in die Hölle? In die Hölle. Höhle, Höhle. Mohammed, Mohammed, Mohammed. Das sind alle Muslime in die Hölle. Glaub mir. Guck mal hier, was Mohammed sagte. Sayy al-Bukhari, Band 3, Buch 48, Hadist 826. Abu Sayy al-Khudri berichtete. Der Prophet sagte, ist das Zeugnis einer Frau nicht halb so groß wie das eines Mannes? Die Frauen sagten ja. Er sagte, das liegt an der geistigen Unzugänglichkeit einer Frau. Als er sagt mit anderen Worten, die Frauen sind dumm, ey. Mann, 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 ich verstehe nicht. Eine Frau, wie kann sie immer noch im Islam bleiben? Als Frau, mein Gott, ey. Du bist... Ja, die IS-Frauen, die IS-Frauen, das sind die wahren Muslime. Die akzeptieren sowas. Du bist wie Dreck unter dem Fingernagel, ey? Ihr Frauen, die IS-Frauen. Guck mal hier. Ali berichtete, der Prophet habe gesagt, Frauen haben zehn Aurat. Wenn sie heiratet, deckt der Ehemann einen ab. Und wenn sie stirbt, deckt das Grab zehn ab. Kanzal Umal, Band 22, Hadist 858. Eine Frau ist im Angesicht Gottes am nächsten, wenn sie im Kern ihres Hauses gefunden wird. Und das Gebet der Frau im Haus ist besser als ihr Gebet in der Moschee. Ja, Ullum Adin von Al-Ghazali. Unfassbar, unfassbar. Guck mal hier. Saiburadi, Band 7, Buch 62, Hadist 113. Abu Hurraida berichtete, der Apostel Allah sagte, die Frau ist wie eine Rippe. Wenn du versuchst, sie gerade zu machen, wird sie brechen. Wenn du also von ihr profitieren willst, tu es, solange sie noch etwas krumm ist. Ja. Wie hinterhältig ist das? Ja, es ist so. Wülsartig. Das ist so heftig. Ja, den Frauen mangelt es an Verstand. Wenn du das Zaunzeug der Frau ein wenig lockerst, wird sie dich packen und wird davonlaufen. Und wenn du ihre Wange um eine Handbreite herunterziehst, wird sie dich eine Armlänge langziehen. Ihre Täuschung ist furchtbar und ihre Bosheit ist ansteckend. Schlechter Charakter und schwacher Geist sind ihre vorherrschenden Eigenschaften. Guck dir das mal bitte an. Mohammed sagte, das Bild einer tugendhaften Frau unter Frauen ist wie eine Krähe mit dem roten Schnabel unter hunderten Krähen. Ich weiß jetzt, warum Mohammed hat ein Kind geheiratet. Und er hat sich also bevorzugt ein Kind. Weil mit einer Frau, eigentlich kann er nicht so richtig mit ihr umgehen. Eigentlich nicht. Deswegen hat er 13 Frauen gehabt, damit er sie dann dementsprechend so weiß. Frauen haben die Gestalt eines Teufels. Jabe berichtet, dass der Gesandte Allahs eine Frau sah und so zu seiner Frau Zeynep gerannte, als sie einen Leder gerbte und Verkehr mit ihr hatte, SEX mit ihr hatte. Dann ging er zu seinen Gefährten und sagte ihnen, die Frau geht in der Gestalt eines Teufels vor und zurück. Wenn also einer von euch eine Frau sieht, sollte er zu seiner Frau rennen und mit ihr SEX haben. damit sein Herz ausgefüllt ist. Wenn eine Frau kommt, kommt sie in Form eines Teufels. Sei Muslim, Buch 8, Hadis 3, 2, 4, 0. Das böse Omen steckt in einer Frau. Abdullah ibn Omar berichtete, ich hörte den Propheten sagen, das böse Omen liegt in drei Dingen, dem Pferd, der Frau und dem Haus. Zeitung, Band 4, Buch 52, Hadis 110. Heftig. Heftig. Frauen, die eine Scheidung anstreben, sind Heuchlerinnen. Tauban berichtete, der Prophet sagte, die Frauen, die einen Pool suchen, sind Heuchler. Jamia Tirmidi, Band 2, Buch 11, Hadis 1186. Siehe auch, Sunan al-Nasai, Band 4, Buch 27, Hadis 3, 4, 9, 1. Die ganzen Muslime, die ihre Männer geschieden haben, sind alles Munafirin. Ja, sind alles Kufar und Munafirin, ja. Die meisten Bewohner der Hölle sind Frauen. Etikullah, du gehörst den meisten Höllenbewohner. Guck mal hier, was dein Prophet dir sagt. Abu Sayyid al-Khudri berichtete, einmal ging Allahs Apostel zum Musallah, um das Gebet zu berichten. Das Id al-Adha, oder Al-Fatr-Gebet. Dann ging er an den Frauen vorbei und sagte, Oh, ihr Frauen, gebt ein, Muslen, ich habe gesehen, dass die Mehrheit der Bewohner des Höllenfeuers ihr Frauen seid. Sie fragte, warum ist das so, oh gesandter Allahs? Er antwortete, sie fluchen häufig und sind ihren Ehemännern gegenüber undankbar. Ich habe niemanden gesehen, dem es an Intelligenz und Religion handelt als Ihnen. Also ihr seid in den Augen, wo hat man so dumm. Nicht normal, der hat wirklich Hass gegenüber Frauen gehabt. Ja, aber eindeutig, pass mal auf. Ich habe niemanden gesehen, dem es an Intelligenz, die ganzen muslimischen Mütter, Schwestern, Cousinen, Tanten, das meinte er ja auch, Frauen sind ja auch damit gemeint. Ihre ganzen Verwandten, weiblicherseits. Guck mal hier, sie fluchen häufig und sind ihren Ehemännern undankbar. Ich habe niemanden gesehen, der es mehr an Intelligenz und Religion mangelt als Ihnen. Ein vorsichtiger, vernünftiger Mann könnte von einigen von Ihnen in die Irre geführt werden. Die Frauen fragten, Oh, Lars Apostel, was ist an unserer Intelligenz und Religion mangelhaft? Er sagte, ist die Aussage zweier Frauen nicht gleichbedeutend mit der Aussage eines Mannes? Sie antwortete mit Ja. Er sagte, das ist der Mangel an Intelligenz. Und an der Frau. Stimmt es nicht, dass eine Frau während ihrer Menstruation weder beten noch fasten kann? Die Frauen antworten mit Ja. Er sagte, das ist der Mangel an ihrer Religion. Ja, wer ist denn daran schuld? Das ist doch Allahs Schuld, der Ihnen das gegeben hat. Ja, genau. Die können nichts dafür. Also muslimische Frauen, bitte rennt weg. Rennt weg vor dieser Religion. Rennt weg. Ekelhaft. Rennt weg vor dieser Religion. Das ist nicht eure Religion. Nein, nein, nein. Ah, jei, 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 jei. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ja, ich bin auch Chris und ich hatte eine Frage an dich. Und zwar, glaubst du, dass Muslime in die Hölle kommen? Oder wie siehst du das? Ja, wenn der Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die weiß und das nimmt. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich und die Muslime nicht an den Vater, so einen heiligen Geist glauben. Wohin kommen sie denn dann, nach deiner Auffassung? Ja, in die Hölle. Aber in der Bibel steht ja auch, selig sind die Unwissenden, denn ihnen ist das Himmel reich. Nee, nicht die Unwissenden. Nein. Nicht? Du musst den Vers schon richtig zitieren, nicht die Unwissenden, sondern die geistlich zurückgebliebenen. Also die, die nicht verstehen können, weil die geistlich behindert sind. Ja. Ja gut, das war schon... Sind die Muslime geistlich behindert? Nein, du siehst also. Die Muslime lehnen ja Jesus Christus als ihren Retter bewusst ab. Und dann müssen sie selber für ihre Sünden bezahlen. Für alle Ewigkeiten an dem schlimmsten Ort, den wir uns niemals vorstellen können. Da werden die Muslime dann abbezahlt. Also abzahlt. Alle Menschen, die keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben. Das ist das. Ja, also was wäre mit Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben, aber trotzdem für Gott leben wollen? Ja, die können ja anhand der Schöpfung Gott fragen. Gott, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Gott, du wundervoller Gott. Sie alle machen es nicht. Das ist das. Die Bibel sagt, nicht einer, der nach Gott fragt. Auch nicht einer, jemand, der was taugt. Niemand. Alle sagen taugen sie nicht. Ja, okay. Ja, ich bin halt auch der Überzeugung, dass jeder auf der Welt mindestens einmal die Entscheidung hat, an Jesus zu glauben oder nicht zu glauben. Dass er irgendeinem Leben die Entscheidung hat. Und dann, ja, das war meine Frage. Paulus sagt das ja auch im Römerbrief, da hat der Mensch keine Entschuldigung, weil die Schöpfung uns ja schon beweist, dass es einen genialen Schöpfer gibt. Ja. So sieht's aus. Möchtest du noch was wissen? Möchtest du noch was fragen? Nee, das war's eigentlich schon. Ah, vielen Dank, ne? Okay, Gott, regne dich schon deine Familie. Dir auch. Danke. Mach's gut. Ciao. Guck mal hier. Nur wenn der muslimische Mann mit der Frau zufrieden ist, im Diesseits kommt sie ins Paradies. Eine Frau, die im Moment des Todes die volle Zustimmung ihres Mannes genießt, wird ihnen ihren Platz im Paradies finden. Wo finden wir das? Ilja Ullom al-Din von Imam al-Ghazali. Ullom al-Din, ja. Ja, genau. Ullom al-Din, ja. Traurig, traurig, traurig. Guck mal hier, weitere Aussagen. Abu Ghraida erzählte, wir waren bei ihm, Muhammad, und die Leute prallten entweder oder erinnerten sich gegenseitig. Er sagte, im Paradies gibt es mehr Menschen als in der Hölle. Ahmad Ibn Hanbal Band 2, Paradies Nummer 507. Von 99 Frauen ist eine im Paradies und der Rest in der Hölle. Transal-Omal, Band 22, Seite 10. Abdullah ibn Amr überlieferte, oh Frauen, gebt häufig Almosen und bittet Gott um Verzeihung, denn ich habe gesehen, dass ihr die meisten Bewohner der Hölle seid. Ah, ja, genau. Und dann kommt das wieder die Aussagen mit Mangel an Intelligenz. Der Apostel Allah sagte, dann sah ich Frauen, die an ihren Brüsten hingen. Das waren diejenigen, die mit ihren Ehemännern Bastarde gezeugt haben. hatten. Ibn Ishaq, Ibn Ishaq, das Leben von Muhammad, Siddharat Rasulallah, Seite 186. Und Al-Machtaba Al-Shamila, Seite 406. Ich danke dir, Herr Jesus Christus. Als Frau hast du mich geehrt, hast du mich geliebt. Ich danke dir, Herr Jesus Christus. Amen. Das kann man nicht vergleichen. Himmel und Hölle ist das. Die Hölle ist der Islam und Himmel ist der Herr Jesus Christus. Amen. Guten Abend. Guten Abend, mein Lieber. Ich wollte nur eine kurze Frage stellen, weil das gerade so Thematik war wegen den Frauen im Koran. Und zwar habe ich jetzt so vom Hörensagen nur gehört, es soll wohl eine Stelle im Koran geben, wo eine Frau zum Propheten kommt und ihm sagt, ich bin nicht zufrieden mit meinem Mann, weil er kann seinen Mann nicht stehen. Und angeblich soll er dann gesagt haben, dann geh und such dir einen, der das kann. Hast du da vielleicht aus dem Kopf, aus dem stillgreifenden Kontext dazu für mich? Oder eine Suche? Also ich kenne nur eine Geschichte, ich kenne nur eine Geschichte, wo die Frau von ihrem Mann weggeboxt wurde und ihre Haut grüner als ihre Klamotten war und dann sie sich bei Mohammed beschweren wollte, bei dem Mann. Und der Mohammed sich den Fall dann angeschaut hat und dem Mann recht gegeben hat, weil sie gesagt hat, ja, der kann mich nicht befriedigen, der ist impotent. Und dann hat er gesagt, ja, Rasulallah, ich bin sehr stark und kann sie besorgen. Und dann hat er seine Kinder gebracht, das sind meine zwei Perlen, die ich von ihr habe. Dann hat der Mohammed gesagt, ich sehe, dass der Typ ein sehr, sehr starker Typ ist, denn das sind eindeutig seine Kinder. Denn seine Kinder gleichen einer Krähe wie eine andere Krähe einer anderen gleicht. Wahnsinn. und kein einziges Wort gegenüber der Frau, die die Schläge erlitten hat von ihrem Mann. Ja, also ist das auch nur ein Scheinargument von den gläubigen Leuten, die das dann eben halt als... Muss man mal schauen. Wenn du sowas hörst, musst du immer die Nummer, Vers und alles sofort von denen bekommen, damit du das nachprüfen kannst. Weil du weißt ja, wie Muslime sind. Sie lügen und betrügen ja, wo es nur geht. Ja, ja, klar. Deswegen habe ich gesagt, vielleicht hast du den Vers aus dem Kopf, irgendwie aus dem Stillgreifen. Naja, ich kenne nur diese Geschichte. Ja, ich versuche mal mein Glück. Danke, dass du mich hochgeholt hast. Schönen Abend. Ja, gerne. Gott segne dich und deine Familie. Ich auch. So, ich glaube, ich mache jetzt langsam mal Schluss und jetzt auch mal ein bisschen ein paar Sachen erledigen und dann, ja. Was essen. Also ich bin noch nicht für Essen. Du bist ja auch ein Mensch. Natürlich. Ich glaube, ich bin am Fasten, mehr am Fasten als alle anderen. Aber so unbewusst. Aber so unbewusst. Genau. Du tust was für den Herrn Jesus und dabei tust du auch Fasten. Oh, danke schön. Gott segne es alle. Deswegen müssen wir erst mal geht der Herr Jesus Christus vor und dann alles andere. So ist das. Erst Jesus, dann alles andere. Amen, amen, amen. Und so sieht es aus. Ja, ich wünsche euch von ganzem Herzen alles Gute. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen. Ja, Sunan Ibn Maja 1943 ist das Brustraugen. Mariam, wie kann das sein, dass die Muslime mir sagen, dass der Mohammed der beste Mensch ist, der allerschönste und allerbeste von seiner Moral und Ethik her, aber er seinen Frauen befiehlt, Rida al-Kabir zu machen. Das ist so krank, ne? Es ist krank und es ist auch Doppelmoral ist das. Doppelmoral. Es ist heftig. Niemals im Leben. Der schönste und der beste und der heiligste ist der Herr Jesus Christus. Amen. Danke, mein Herr, mein Gott, dass du uns aus dieser Finsternis rausgeholt hast und zu dir geführt hast, Herr. Danke von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der hier drin ist und danke auch für die ganzen Muslime, die mir zuhören und sich Gedanken machen. Hab Dank, Herr, dass du für uns bezahlt hast am Kreuz und wir nehmen das Geschenk der Gnade an, Herr. Reinige uns mit deinem heiligen Blut. Lasse uns zu deinem wiedergeborenen Christen im Zelt und nehme uns mit bei der Entrückung. Darum bitten wir dich in deinem heiligen Namen. Amen. Amen, Halleluja. Ich danke dir, mein Bruder. Pass auf dich auf und Gott segne dich. Gott segne dich auch. Gott segne euch alle, ihr Wundervollen. Gottes Segen. Oh, danke schön, Cousinus. Gott segne euch alle, ihr Wundervollen. Vielen, vielen Dank. Möge der Herr Jesus Christus euch reichlich segnen, behüten und beschützen und immer für euch da sein, ihr Lieben. Macht's gut, ihr Lieben. Macht's gut. Amen. Ciao. Ciao.